Im Herzen Bayerns, wo die Lüfte weint, Tollfuß lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein. Im Schäftgewehr aus Freude und Erstaunen, wenn Tollfuß wieder einmal siegreich anfängt, die Gegner zu verhaut. Tollfuß, der Streeper, mit Freude im Gleit, Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit. Der Chef voll Jubel, die Freude, so klar, so klar, Tollfuß siegt erneut ein wahrer Start. Um Herzen Bayerns, wo die Lüfte rein, Trollfuß lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gehen wir aus Freude und Erstaunen Wenn Trollfuß wieder einmal siegreich anfängt Die Gegner zu verhauen Trollfuß, der Streamer mit Freude im Geleit Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chat voll Jubel, die Freude, so klar Trollfuß siegt erneut Ein wahrer Star Aber was da? Trollfuß, der freundliche Streamer aus Bayern Kommt mit Profi, Gameplay für den Set Jeden Tag spielt er voller Energie Spannende Spiele, man kann nicht aufhören Mit seinen Witzen bringt er uns zum Lachen Immer bereit, das Beste zu geben Die Community ist eine zweite Familie Mit Trollfuß ist keine Langeweile Bye Oh, Streamer aus Bayern Wir lieben dich Deine Streams holen uns aus dem Alltagstort Oh, Streamer aus Bayern Du bist der Beste Du bist Zeitstrahl, der Zeit versaubert Oh, yeah Oh, Streamer aus Bayern Im Herzen Bayerns, wo die Lüfterei Trollfuß lenkt Armee mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen Wenn Trollfuß wieder einmal siegreich anfängt Die Gegner zu verhaut Trollfuß Trollfuß der Streeper Mit Freude im Gleit Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chef voll jubelt die Freude So klar, so klar Trollfuß gibt erneut ein wahrer Start Der Chef voll jubelt die Freude Im Herzen Bayerns, wo die Lüfte rein Trollfuß lenkt Armee mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen Wenn Trollfuß wieder einmal siegreich anfängt Die Gegner zu verhauen Trollfuß der Streamer mit Freude im Gleit Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chef voll jubelt die Freude so klar Trollfuß siegt erneut Ein wahrer Star Ein wahrer Star Trollfuß So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Güte. Was für ein formidables Intro, oder? Ich habe mal neue Musik gemacht. Also nicht ich. Ich habe sie mal generieren lassen, habe mal ein bisschen rumgespielt, aber wirklich nur ganz kurz mit ganz seltsamen Lyrics. Und das ist dann dabei rausgekommen und ich finde es fantastisch. Es ist eine Freude, mit der Musik-KI herumzuexperimentieren. Und da werden wir vielleicht heute im Laufe des Tages auch nochmal ein bisschen reingucken. Aber erst werden wir ein bisschen Millenia spielen und werden ein bisschen gucken, wie sich denn jetzt die Vollversion spielt, weil wir ja bisher nur die Demo gespielt haben und ich endlich mal ein bisschen die Vollversion jetzt etwas länger anzocken möchte. Guck mal eben, ob ich ein bisschen Hintergrundmusik machen kann. Dann gucke ich mal in den Chat. Heute ist ja richtig was los. Was ist denn da passiert? Habt ihr das lange Wochenende verpasst oder was ist hier los? Stefan, einen wunderschönen guten Morgen. Dr. Crack, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Captain Jack, guten Morgen. Fluxbart, auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Susch und Korgal. Ist ein bisschen schwierig zu lesen hier. Korgal mit blauer, dunkelblauen Farbe bei mir auf schwarzen Text. Guten Morgen, es gibt nur Zeit, zwei Games, die mich wahnsinnig machen. Ja, dann hau raus, Susch, wenn du hier schon anteaserst. Hartol, einen wunderschönen guten Morgen. Und Renzeppel, auch dir einen wunderschönen guten Morgen, beziehungsweise Servus. Oh, jetzt ist mir sogar meine Musikstation abgeschmiert. Okay. WLAN, DAX, einen wunderschönen guten Morgen. Was ist denn heute los? Wieso sind denn heute so viele Leute da? Freut ihr euch so auf Millenia? Millenia und Last Epoch. Okay, also Millenia kann ich verstehen. Last Epoch ist nicht so ganz meins. Deswegen kann ich da noch nicht so mitreden. Ich habe Last Epoch auch gar nicht gespielt. Aber Millenia. Und Millenia macht mir sehr viel Freude. Hindu, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. WLAN DAX ist von YouTube. Ach, tatsächlich, auf YouTube VLX, warst du das? Ist halt nichts los in YouTube. Ich werde wahrscheinlich den YouTube-Stream auch wieder einstampfen. Für mich ist das immer so viel Aufwand mit dem Initialisieren zum Stream. Aber wenn da nur fünf Leute da sind, das macht ja auch keinen Sinn dann. Also so oft wird das anscheinend nicht genutzt. Es geht um Tollfuß, ja. Aber ich zocke Millenia auch nebenbei. Ist ja schön. Aber wir können ja mal ganz kurz reingucken in die Reviews. Die sind nämlich aktuell nicht ganz so gut. Mal wieder. Paradox. Man kennt es ja 65% nur. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ted, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß. Also ich habe jetzt mal kurz in die Vollversion reingespielt. Vorgestern oder wann es war. Aber wirklich nur ein bisschen durchgeklickt. Es hat sich ja nicht so viel geändert jetzt im Gegensatz zur Demo. Aber die Demo, die war schon echt ziemlich geil. Also wir hatten so viel Spaß mit der Demo. Ich zumindest. Also wir haben ja gestreamt. Aber ich hatte sehr viel Spaß mit der Demo. Mehr Spaß wie Civilization 6. Und deswegen freue ich mich wirklich auch sehr darauf. Ich habe mir auch die, ich habe leider keine Vorabversion bekommen. Da war Paradox ein bisschen zurückhaltender bei der Vergabe der Keys. Und ich habe mir aber deshalb trotzdem die Premium Edition gekauft. Keine Ahnung, ob ich das alles mal nutzen werde mit den Expansion Packs quasi dann. Aber ich habe mir das jetzt einfach mal gegönnt. Und hoffe einfach mal, dass ich es nicht bereue in einem Monat oder so. Aber die Demo hat auf mich so einen starken Eindruck gemacht. Dass ich mir das habe nicht nehmen lassen mit diesem Kauf. Es gibt Abzüge in der B-Note, aber mir macht es noch Spaß. Ja, es ist nicht perfekt. Das habe ich auch schon in der Demo festgestellt. Es hat seine Schwächen. Unter anderem finde ich zum Beispiel die Präsentation. Allerdings zumindest, ich kann es halt immer nur für die Demo-Version sagen. Zumindest für die Demo-Version war es so, dass man so unfassbar viele Möglichkeiten hatte. Und du kanntest Gottes halt pro Runde so viele Entscheidungen treffen. Und das war das, was einerseits überfordert hat ein bisschen oder gefordert hat. Aber andererseits natürlich auch super ist, weil sich alles wieder ein bisschen anders entwickeln kann. Und das hat mir auch sehr, sehr gefallen, dass du einmal kannst du die Kultur wieder was machen, dann kannst du da wieder was machen, dann kannst du da wieder die Umgebung ausbauen. Dann musst du aber dich um deine Stadt kümmern und so weiter und so fort. Und das ist das, was mir so Spaß gemacht hat, da ein bisschen zu tüfteln. Und dabei habe ich ja noch nicht mal so die späteren Zeitalter auch gesehen. Also wir sind ja nur bis zum zweiten Zeitalter, glaube ich, gegen die Demo gekommen. Und das war es dann auch. Es gibt schon einige Quality of Life Dinge, die man hätte implementieren können. Ja, ich hoffe einfach noch darauf, dass die das machen. Ich hoffe einfach noch, dass die das weiter jetzt schön pflegen. Und Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und die Paradox spielte es schon zweimal nicht. Egal, ob es sich um EU4 oder Crusader Kings handelt oder was auch immer. Ich hoffe einfach mal, dass da Paradox als Publisher ein bisschen dahinter steht und dementsprechend dann auch das Geld zur Verfügung stellt, damit C-Prompt Games hier das Spiel auch weiterhin pflegen kann. Es wird trotzdem natürlich kein Wunderwerk der Präsentation und der Bedienung. Davon kann man ausgehen. Da wird wahrscheinlich nicht viel umgestellt. Aber zumindest zum einen ein bisschen, wie ihr schon gesagt habt, diese Quality of Life Updates machen, die einem das Leben einfach ein bisschen erleichtern im Spiel. Und zum anderen vielleicht dann auch für Millenia 2 schon ein bisschen was lernen, wenn es denn einen Nachfolger gibt, in ein paar Jahren vielleicht. Man kann dann quasi vielleicht ein bisschen aufbauen auf den ersten Teil und macht dann im zweiten Teil alles perfekter. Mikobol, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Im Midgame kommt das Game erst in Fahrt. Ja, wie gesagt, ich habe bisher noch nicht reingespielt soweit. Verbessere Präsentation kommt dann mit dem 20 Euro DLC. Nee, komm, seid nicht so gemein. Seid froh, dass es hier eine Alternative gibt zu Civilization, zu Old World zum Beispiel und ganz vielen anderen 4X-Spielen. Das ist doch toll. Und vor allem, es hat ja doch auch wieder einen etwas anderen Ansatz. Auch wenn natürlich vieles gleich ist zu 4X-Spielen, aber es hat trotzdem so ein bisschen seine eigene Nische, finde ich. Ist doch super. Ist doch perfekt. Und da kann man auch mal die anfänglichen Probleme bei der Gestaltung, bei der Präsentation, bei der Bedienung auch mal übersehen hier. Da kann man drüber wegsehen und einfach darauf hoffen, dass es besser gemacht wird. Sei es jetzt mit Patches oder dann im nächsten Teil. Und ja, dass der Entwickler halt einfach dran bleibt, weil das Konzept an sich ist ja fantastisch. Also das ist richtig gut. Ich hoffe mal, ne. Serbus, äh Serbu, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. In YouTube-Chat. Da hält wieder jemand die YouTube-Fahnenstange hoch. Das freut mich sehr. Ist das ein Strategiespiel? Ich kenne das noch nicht. Ein 4X-Runden-Strategiespiel ist es, ja. Das durch die Zeitepochen geht. In einigen DLCs kommt da sicher noch was rein, was für mich auch okay ist. Ja, ich glaube schon, dass die auch wieder so die Schiene fahren mit den kostenlosen Patches natürlich. Und dann den DLC-Erweiterungen. Ab dem vierten Zeitalter hat es nichts mehr mit Civilization viel gemeinsam. Da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe noch keine Erfahrung damit. Ich finde, dass es im Vergleich zu SIF doch anders an die Sache herangeht. Ja. Ist auch meine Meinung, ja. Humankind habe ich mal angetestet. Ja. Hat mich aber nicht begeistert. Ich müsste es vielleicht nochmal probieren. Aber da hat mich irgendwie dieses komplette Setting nicht abgeholt. Es könnte auch ein bisschen daran gelegen haben, dass ich vielleicht nicht in Stimmung für ein 4X-Spiel war. Zu der Zeit. Das kann ja auch ab und zu mal passieren. Du spielst ein Spiel an. Und es stellt sich nicht die Stimmung ein. Und irgendwie ein halbes Jahr später probierst du es nochmal. Und plötzlich springt der Funke über. Wieso wird hier immer? Plötzlich springt der Funke über und das Spiel packt dich zum Beispiel. Vielleicht wäre das bei Humankind auch so. Aber aktuell sehe ich da keinen Bedarf, dass ich da nochmal reingucke. Ist jetzt glaube ich auch von den Bewertungen her ähnlich wahrscheinlich wie Millenia, oder? War das nicht auch so 60, 70 irgendwie? Ja, 64 aktuell. 66 insgesamt. Ich glaube, das Konzept ist ganz gut. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht ganz, woran es jetzt gescheitert ist, dieses Spiel. Ob es irgendwie die ganzen Mechaniken nicht optimal präsentiert oder ob es Bugs hat oder was auch immer. Dafür habe ich mich mit Humankind eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Wie gesagt, so eine halbe, dreiviertel Stunde mal reingespielt, aber es hat mich einfach nicht gepackt. Philipp Halle, einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Humankind war wirklich nicht so mega. Es wurde besser, aber es ist einfach zu spät verbessert worden. Ah, okay. Also von außen betrachtet, hörte es sich immer an, als wäre es eigentlich ganz, ganz interessant. Diese Mechanik von Humankind, aber immer wenn du irgendjemanden dazu befragt hast oder wenn du dir Reviews angeguckt hast oder auch im Stream geguckt hast, waren die Leute nicht so wirklich irgendwie begeistert dann. Na gut. Diese Gruppe mit aufnehmen, dass die das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen würden, dass da irgendwie nicht alles richtig berechnet wird oder was auch immer oder Bugs auftreten oder sonst was. Also vielleicht ist diese kleine Menge an Spielern wieder die lauteste. Wäre ja nicht das erste Mal, dass sowas dann auch passiert. Na gut. Aber ich habe momentan auch jetzt keinen Bedarf an Humankind. Es gibt so viele andere Spiele, die ich noch spielen will. Also von daher, da ist das, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Akadol, ein Wurde, schönen guten Morgen, hallo. Genau. Aber heute erstmal Millenia und wir gucken mal, wie es uns geht. Ich habe vor, als ich vor zwei Tagen mal ganz kurz reingespielt habe, da habe ich mich wirklich zack, zack, zack durchgeklickt, ohne jetzt viel zu testen oder irgendwie. Genau abzuwägen, was für Verbesserungen ich haben will und so weiter. Habe ich einfach nur mal kurz geguckt, ob alles funktioniert und so weiter. Und da hat mir aber die KI gleich mal sowas von den Hintern versohlt. Zuerst kamen die Barbaren, die mich schon mal ordentlich runtergefahren haben. Und dann kam auch noch der Franzose. Nur mal kurz zum Abonnieren da, gleich wieder weg. Dankeschön, lieber Deletor, für den 41. Monat. Vielen Dank für deine unfassbar lange Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank, schade, dass du gar nicht wieder weg musst. Aber ich wünsche dir trotzdem natürlich einen schönen Samstag, ein schönes langes Wochenende. Ich hoffe, alles ruhig bei dir. Der Familie geht's gut. Und schöne Gruß auch an den Nachwuchs. Vielen, vielen Dank. Akadol, Dankeschön fürs Folgen noch. Und guten Morgen nochmal. Der Pile of Shame ist einfach zu groß. Ja, das Problem hatten wir ja schon öfters thematisiert. Jetzt habe ich irgendwas gesagt, bevor mich der Deletor irgendwie unterbrochen hat. Jetzt weiß ich aber nicht mehr was. Achso, ja. Dass mir die KI den Hintern versohlt hat hier. Ich habe kurz mal reingespielt vor zwei Tagen. Zuerst die Barbaren haben meine zwei Städte einfach mal schon reduziert. Noch nicht komplett geschleift, aber reduziert. Und dann erklärt mir einfach aus dem Nichts der Franzose den Krieg. Und hat dann meine Städte komplett überrannt mit irgendwie Stacks von... Da gibt es ja immer diesen Machtwert, diesen Wert der Einheiten. Der hatte irgendwie 140 oder so. Und ich hatte irgendwie Einheiten von 30. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber die Franzosen waren es ja. Das kann heute auch wieder passieren. Ich habe schon gehört, dass die KI sehr willkürlich reagiert. Also, dass dann quasi doch... Dass das doch nicht immer nachvollziehbar ist, wieso dich jetzt jemand angreift oder wieso dir jemand Krieg erklärt oder so. Deswegen kann das schon auch sein. Also, es ist, glaube ich, schon auf dem normalen Schwierigkeitsgrad einigermaßen knackig. Würde ich mal sagen. Was ist mathematisch? Sind 140 größer 30? Ich sage ja, die waren... Die waren... Die sind einfach... Die sind nur drüber gelaufen über meine Städte. Und dann waren die... Dann waren die weg. Keine Ahnung. Gecheatet wahrscheinlich wieder. Ich weiß es auch nicht. Mit dem Krieg und Allianzen, da ist Millennia noch verbesserungswürdiger. Allgemein... Also, was halt richtig schade ist... Und ich gehe mal davon aus... Dafür hat das Budget dann einfach nicht mehr gereicht bei der Entwicklung. Aber was ich wirklich, wirklich vermisse in Millennia ist, dass man Beziehungen zu den einzelnen Ländern oder Nationen aufbaut. Anders wie in zum Beispiel Civilization hast du halt nicht wirklich irgendwie so ein Gesicht hinter diesen Nationen. Du hast halt... Es ist halt so beliebig. Es ist egal, ob du dann selbst als Franzose spielst oder ob du den Franzosen als Gegner hast oder ob du irgendwie ein anderes Land als Gegner hast oder so. Also, du hast kein Gesicht dahinter. Und das ist das, was mir sehr, sehr fehlt. Also, diese Assoziation, ah, der Franzose hier mit seiner blöden Perücke, so ungefähr, das ist der... Den müssen wir jetzt angreifen. Das ist das, was mir so fehlt. Es sind einfach wirklich nur Nationen, Wappen oder Flaggen und nichts dahinter. Und das ist etwas, also wenn sie das noch mit reingemacht hätten, ich glaube, ich würde vermuten, dass ihnen das nochmal ein bisschen helfen, geholfen hätte bei der Präsentation des Spiels dann. Ja, da kommen bestimmt noch ein paar Patches dann. Andere Karteneinstellungen, Barbarenfrequenz und so weiter. Ja, zusätzlich, dass man noch mehr einstellen kann, meint er. Auch eine Rivalität, die man über mehrere Partien im eigenen Kopf pflegt, kann hier nicht aufgebaut werden. Ja, zum Beispiel sowas, ja. Also, das, also das, da muss ich schon sagen, das fehlt mir sehr. Das hat mir auch in der Demo sehr gefehlt. Du kannst halt diese Assoziation einfach nur mit einem Wappen dann machen. Und im Grunde ist es ja genau das Gleiche, als ob du jetzt einen Wappen hast oder eine 3D gerenderte Figur dahinter, die ein bisschen dumm daherquatscht oder so. Also, im Grunde ist es gleich, aber für mich macht es schon einen enormen Unterschied, ob da jetzt ein Gesicht dahinter steht oder nicht. Wahrscheinlich, weil der Mensch halt auch einfach auf Gesichter so fixiert ist. Und denen mehr zuordnet, wie jetzt irgendwie reinen Wappen. Und das ist einer der größten Punkte, die mich an Millenia gestört haben bisher in der Demo-Version. Und ich glaube auch nicht, dass sie jetzt das noch irgendwie rauspatchen können. Auch hier sieht man es zum Beispiel gerade eben, der Verhandlungs-Screen jetzt hier, der Diplomatie-Screen jetzt hier, der ist halt so langweilig runtergedummt quasi auf wirklich die reinen Buttons, dass da nicht wirklich so eine Stimmung aufkommt. Es ist halt ganz was anderes, wenn du den gleichen Bildschirm hast, aber daneben steht dann der ägyptische Anführer und guckt dich grimmig an, weil er irgendwie Grenzrivalitäten hat. Oder er guckt freudig, weil er dein Bündnispartner ist oder so. Das macht so viel mehr Unterschied wie ein so neutraler Diplomatie-Bildschirm. Ich glaube nicht, dass das für diese Version jetzt hier noch kommt von Millenia. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nochmal reinprogrammieren. Wäre vielleicht etwas dann für den Nachfolger. Ich glaube auch nicht, dass das durch Mods kommt. Sonato, einen wunderschönen guten Morgen. Bei EU4 gibt es es auch nicht, das ist richtig, ja. Das ist halt wahrscheinlich auch präferenzmäßig, denke ich mal. Ich versuche gerade irgendwie festzumachen, wieso es vielleicht an EU4 nicht so stört. Ob es daran liegt, dass EU4 eh schon so komplex ist, dass du gar keine Zeit hast, dich mit so Sachen dann zu beschäftigen. Ich weiß es nicht. Ich kann halt nur von meiner Seite aus sagen, dass ich halt zum Beispiel aber auch Crusader Kings lieber spiele. Oder aber auch Victoria 3 lieber spiele wie EU4. Weil ich dort diese Charaktere sehe. Aber da hat natürlich jeder ein bisschen so seine Präferenz. Für manche ist es komplett egal. Die können sich ihre Geschichten dann auch im Kopf ausmalen. Und für manche, wie zum Beispiel auch mich, die brauchen halt dann auch irgendwie so ein Bild des Gegners dann. Heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem Spaß damit haben kann oder so. Ich sage ja nur, es würde vielleicht das Ganze nochmal ein bisschen aufwerten. Genau, Secret 3 habe ich ja gesagt. Also Secret 3 zum Beispiel, da ist es ja sehr extrem ausgeprägt. Weil das Spiel halt auf den Charakteren basiert. Aber zum Beispiel, nimm mal Victoria 3. Da wäre es eigentlich auch nicht notwendig, dass du da Charaktere präsentierst. Aber selbst da hast du die zum Beispiel die Anführer der Gruppierungen oder so. Da hast du ja auch oder deine Generäle und so weiter. Die siehst du alle schön gerendert. Und das macht schon nochmal ein bisschen was her. Definitiv. Na gut. Aber das soll uns jetzt heute nicht aufhalten. Habt ihr denn dann schon selbst einige Stunden jetzt ins Spiel reinversenkt? Reinversenkt? Ich habe ja schon gelesen, dass die ein oder anderen jetzt hier das Spiel ganz gut finden. Oder habt ihr vielleicht schon durchgespielt? Die ganzen Epochen. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Dr. Crack 15 Stunden. Ja, okay. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe ja auch, ich wollte mich jetzt nicht zu sehr spoilern lassen. Aber ich habe mal bei Streamer-Kollegen auch reingeguckt, als die gestreamt haben. Als die schon ein bisschen weiter gestreamt haben. Und es sah schon sehr unübersichtlich aus. Also was da alles dann letztendlich zu entscheiden war. Was es da alles an Gebäude und Verbesserungen und Einstellungen gab. Im späteren Spielverlauf. Es war schon... Ei, ei, ei. Ich meine, vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn du damit wächst. Also während du quasi spielst, wächst du ja mit den entsprechenden Verbesserungen in das Spiel rein. Vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm. Aber so mit dem linken Auge raufgeguckt auf den Stream. Das sah schon echt ganz schön durcheinander alles aus hier. Streamer ja recht begeistert. Riding Bull, Steinwall. Ich dachte, Steinwall war nicht so begeistert, oder? Oder war das der Maurice? Bin mir jetzt nicht mehr sicher. Irgendjemand von den größeren Streamern hat ein bisschen so die Kontroverse angestoßen, dass das Spiel jetzt doch nicht so toll ist, oder so. Ich dachte, das war Steinwallen. Oder nee, Moment. Steinwallen, glaube ich, war bei Pionis of Pagonia, ne? Der jetzt nicht so begeistert war von Pionis of Pagonia. Ich dachte, irgendjemand war bei Millennia noch mit dabei. Aber es ist noch nicht. Möchte es mir aber noch anschaffen, sagt der Hartholm. Okay, ja, kannst du ja heute mal zugucken. Vielleicht gibt das dann nochmal den entscheidenden Ausschlag. Also zum Kauf. Nicht auf der Haut. Ah, komm. Der ist es jetzt aber wert. Moment mal eben. So. Mechaniken kommen nacheinander ins Spiel. Ja, trotzdem. Wenn du halt die Auswahl dann hast, später im Spiel irgendwie zwischen 40 Gebäuden oder so, oder Verbesserungen, kann das schon sehr überwältigend sein. Die Playerbase unterscheidet sich da ziemlich von Streamern. Du meinst, die Streamer lieben es oder mögen es, aber die Spieler selbst, die wollen es nicht. Ja, wird den Streamern wahrscheinlich gleich wieder vorgeworfen, dass sie dann so voreingenommen sind, weil sie das Spiel geschenkt bekommen haben oder eine Kooperation haben. Ich habe keine Kooperation, ich habe es gerade gesagt, ich habe mir die Deluxe Edition mit eurem SAP-Geld gekauft. Also ihr habt das jetzt quasi finanziert. Deswegen bin ich hier niemandem, also keinem Publisher oder Entwickler verpflichtet, zu sagen, hey, das Spiel ist super. Wenn ich nach meiner Demo-Erfahrung gehe, ist die Präsentation des Spiels sein Hauptproblem. Ja, aber ich würde schon sagen, dass man darüber hinweg schauen kann. Also die Präsentation ist jetzt nicht State of the Art, aber ich glaube, dass es nach 10 Stunden, vielleicht 20 Stunden oder so im Spiel komplett egal ist. Weil dann zählen die Kernmechaniken. Und wenn die gut ineinander greifen, dann kann man auch über eine etwas labbrige UI oder Oberfläche hinweg schauen. Mörb fand es auch recht gut. Okay, Steinwallen begeistert. Okay, dann habe ich das wirklich vertauscht. Steinwallen war bei Pioneers of Bagonia ein bisschen in der anderen Ring-Ecke. Ranger hat einen milden Rage-Quit gemacht, nachdem er seine Hauptstadt in einem Chaos-Event verloren hat. Ja, wie gesagt, das kann halt schnell passieren. Also das habe ich halt schon auch mitbekommen, dass das schon recht schnell passieren kann, so Sachen. Aber das gehört für mich dann aber auch dazu irgendwie. Dann muss man halt wieder von vorne beginnen oder man lädt einen alten Spielstand. Die Spieler selbst haben einiges zu meckern. Ja, okay. Ja, man sieht es halt ein bisschen an den Bewertungen, dass die Leute nicht zufrieden sind. Wir können ja mal ganz kurz noch, bevor wir dann loslegen, kurz in die Bewertungen runterschauen, was denn so die Hauptkritikpunkte sind. Zum Beispiel hier der Kampfbildschirm hier. Die meisten hast du gebaut und brauchst sie nicht an Gebäuden. Ja, wir gucken mal. Hier, guck mal. Der Chat ist schuld. Der Chat ist an was schuld? Dass die Grafik ihre Schwächen hat, kann man einem kleinen Studio noch verzeihen, aber ein paar Sachen wie das Battle-Fenster wird schon wie absichtlich selbst sabotiert, ja. Das ist so der Haupt... Das ist einer der Hauptkritikpunkte. Dieser Screen hier, den wir hier aktuell sehen. Das ist einer der Haupt... Wieso? Wieso? Ich glaube, dass da mal was Größeres geplant war. Das wäre jetzt meine Einschätzung. Ich glaube, dass für diesen Battle-Screen was viel Komplexeres geplant war. Vielleicht, dass du selbst Manöver festlegst, dass du jetzt nicht direkt in Echtzeit steuerst, aber dass du zumindest sagst, hey, die Einheit soll das machen. Die Einheit soll das machen. Und dass sie einfach keine Zeit mehr dafür hatten, das fertig zu machen. Und deswegen ist das hier quasi übel geblieben. So würde ich das interpretieren. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an so jetzt geplant war. Sondern, dass da schon mehr eigentlich dahinter stand. Aber sie damit einfach nicht mehr... Sie mussten irgendwo vielleicht kürzen. Und das ist dann übel geblieben. Diese automatisierte... Diese automatisierte Screen. Aber das ist halt... Also, keine Ahnung. Das ist komplett... Wenn sie... Den könnte man weglassen. Einfach wie bei Civilization. Die Animation auf der Spielerfläche anzeigen. Passt. Dann wäre... Wäre das überhaupt kein Problem. Als Hobbyspieler muss man sich mehr festlegen als ein Vollzeitzocker. Da muss schon alles passen. Du meinst, du überlegst... Du überlegst länger, ob du dir ein Spiel kaufst jetzt oder nicht. Ja, verstehe ich auch. Das verstehe ich auch. Da hat man ja als Teamer dann ab und zu... Wie gesagt, hier hatte ich auch nicht den Vorteil. Aber ab und zu hat man halt den Vorteil, dass man dann die Keys bekommt. Und eben nicht überlegen muss. Das ist richtig. Aber wenn du dir das kaufen musst. Das ist 59 Euro. Das ist viel Geld. Also, da muss man jetzt nicht diskutieren. Gibt es denn aktuell noch die Demo auch zu spielen? Die Demo selbst ist nicht mehr verfügbar, oder? Nee. Das Battlefenster sieht halt aus wie 2002. Ja gut, aber es hat halt... Also, selbst das könnte man noch verzeihen. Aber es hat halt auch überhaupt keinen Sinn. Das Battlefenster hat halt keinen Sinn. Weil du kannst ja nichts beeinflussen. Du kannst nur vorspulen. Und das war's. Du siehst noch die Werte. Aber das war's. Und deswegen ist es komplett irrelevant. Und eigentlich nicht notwendig. Aber wie gesagt, also meine Vermutung ist, dass da mal was Größeres geplant war. Also, dass man quasi wirklich die Kämpfe noch mal irgendwie vielleicht auch noch mal rundenbasiert austragen müsste, oder so. So wie bei, keine Ahnung, Heroes of Might and Magic, oder sowas. Aber das einfach nicht mehr geklappt hat, mit der Fertigstellung. Die Abwesenheit von Multiplayer habe ich auch schon mitbekommen. Ja, interessiert mich jetzt ehrlicherweise nicht so sehr. Weil ich ja nicht Multiplayer spiele. Aber das habe ich auch schon mitbekommen, ja. Solange die Mechaniken stimmen und die Tiefe da ist, ist mir die... Ja, die Grafik ist halt etwas, was halt am Anfang gleich mal ins Auge springt. Und ganz ehrlich, so schlimm schaut das jetzt nicht hier aus. Also der Screen jetzt zum Beispiel hier, der ist schon ganz hübsch. Das finde ich jetzt nicht dramatisch. Der Punkt ist einfach nur, das sieht halt aus, dass hier diese Untermenüs, die sehen halt aus wie aus einem x-beliebigen Mobile Game zum Beispiel. Aber der Punkt ist halt, dass du das halt nach 10 Stunden, nach 20 Stunden nicht mehr siehst. Da ist es dir komplett egal. Da kennst du die UI, da weißt du, wo du hinklicken musst, wo du hinschauen musst und dann passt das. Das ist okay. Das ist dann vollkommen wurscht. Na gut. Wir gucken mal ganz kurz runter zu den Bewertungen. Mach mal oben die Pause rein, sonst kommt hier ständig der der Trailer. Die AI für Play Chests, die AI ist Playing Checkers. Also in der Demo ist mir halt auch schon aufgefallen, dass du eigentlich im Wetterrennen gegen die KI, gerade was so die Zeitalter betrifft, fast nie eine Chance hast. Also in meinen, keine Ahnung, 10 Durchgängen waren 9 davon, war die KI immer vorne weg bei den Zeitaltern. Und ich glaube, einmal hatte ich durch ein Wissensevent oder so hatte ich noch mal mehr Punkte bekommen, sodass ich das schneller abschließen konnte. Aber das war, das ist ein valider Punkt auch. Keine Ahnung, wie die KI das so schnell aufbaut, aber die wird halt wahrscheinlich cheaten. Es ist wie ein Spiel von 10 Jahren vor, das ist auch immer so ein Vorwurf, den zum Beispiel Old World bekommen hat, den ich halt auch nicht nachvollziehen kann. Weil es spielt sich schon sehr anders wie Civilization. Das Einzige, was jetzt hier so gleich ist wie Civilization, ist halt wirklich der Aufbau, also der mechanische Aufbau der Städte und dass du die Städte halt entsprechend ausbaust. aber ansonsten, ich finde schon, dass sie da so ihre Eigenheiten haben und hey, wenn der x-beliebige 3D-Shooter kommt, dann beschwert sich auch niemand, hey, da muss ich jetzt in Ego-Perspektive mit einer Waffe vorne dran durch die Level laufen. Das ist ja wie bei Call of Duty oder bei Far Cry, da beschwert sich auch niemand, dass gewisse Elemente, die funktionieren, übernommen werden. Genauso ist es ja hier auch. Also von daher, so eine Kritik verstehe ich halt einfach nicht. PDX hat den Support für Star Trek Infinite eingestellt nach sechs Monaten. What? Nach sechs Monaten? Okay. Star Trek. Ich muss mal ganz kurz gucken. Holy shit. Elf Prozent. Okay, also ich muss ja ganz kurzer Exkurs, dann geht es aber los mit Millenia hier. Ganz kurzer Exkurs. Ich habe dieses Spiel auch angespielt. Ich bin jetzt nicht sicher, wieso es nicht hier drin ist. Ich habe das doch gespielt. Und ich hatte erstaunlich Spaß damit, ehrlicherweise. Mit der Star Trek Infinite. Mit dem Spiel. Es ist halt eine reduzierte Stellaris-Version. Mit einem bestimmten Thema. Aber ich fand das ehrlicherweise gar nicht schlecht. Also Stellaris ist ja mittlerweile annähernd so komplex wie mittlerweile EU4. Was für viele natürlich auch abschreckend ist. Und das hier hat sich so ein bisschen auf spezielle Mechaniken konzentriert. Auf eine schöne Geschichte. Und das spielst du jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie 300 oder 500 Stunden. Aber so für den regulären Spieler einfach mal in das Universum abzutauchen, ist es hier schon schon ganz schön gewesen. Also selbst mir als nicht Trekkie hat das Spiel gefallen. Und das ist halt sehr schade, dass das jetzt eingestellt wird. Gab es da irgendwie eine offizielle Meldung? Oh, all good things, ja. Wann war das hier? Achso, 9. Dezember. Das ist noch etwas. Da waren sie anscheinend noch nicht. Da waren sie noch on point. Aber ich verstehe natürlich, wenn der Publisher sagt, hey, wir können euch nicht mehr finanzieren, weil sich niemand das Spiel kauft. Klar. Ich meine, ganz ehrlich, wenn das Spiel das liefert, was man jetzt hier so versprochen hat, also eine schöne Star Trek Geschichte, Mechanik mit, keine Ahnung, 50 Stunden Spielspaß, wieso sollte man das Spiel negativ bewerten? Ich will nicht wieder dieses Fass aufmachen, weil ich mich dann wieder nur ärgern muss. Aber wenn die Leute wieder ihre Anspruchshaltung haben, dass man Spiele nur 10 Jahre lang pflegen muss, da könnte ich mich schon wieder aufregen. Es gibt Spiele, da kann man das machen. Das ist auch toll, wie Paradox ja beweist. Es darf aber ruhig auch Spiele geben, die werden released. Dann kommen noch ein paar Patches, Hotfixes dazu, vielleicht noch ein DLC, und dann ist aber auch Schluss. Und dann ist, dann passt das, dann widmet man sich wieder einem neuen Projekt und das ist auch okay. Das ist doch auch okay. Solange man jetzt nicht irgendwie ein Scam abgeliefert hat, sondern solange man noch immer ein Spiel hat, das gut funktioniert, in das man viele Spielstunden investieren kann, spricht hier nichts dagegen. Und ich glaube schon, dass da wieder viele Leute jetzt einfach negativ bewerten, weil sie sagen, das Spiel wird nicht mehr weiter gepflegt, Minus, Daumen nach unten. Anstatt, dass man einfach mal dann vielleicht einen Schritt zurück geht und sagt, hey, wir haben hier ein schönes Star Trek Spiel, das kann man spielen, wenn man Freude an dieser Art von Spiel hat. Und wenn es einem zu wenig Inhalt ist, dann muss man halt Stellaris spielen und sich eine Mod zum Beispiel holen. Aber das ist halt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier irgendwie noch gravierende Bugs oder so vorhanden sind, die das Spiel dann unspielbar machen. aber wenn das jetzt nicht ist, dann ist es doch völlig valide, wenn man dann auch sagt, hey, man stellt es ein. Es ist schade, muss man nicht diskutieren, für viele ist es schade natürlich, weil sie vielleicht noch mehr von diesem Universum haben möchten. aber es ist vollkommen valide, wenn sich das Spiel nicht verkauft, dass man dann einfach sagt, hey, wir müssen es leider einstellen. Ihr müsst mit dem jetzt zurechtkommen, was da noch da ist. Meid, einen wunderschönen guten Morgen, hallo, in den YouTube-Chat. Jeder jammert über Games as a Service, wollen aber trotzdem alle, dass die Spiele über längere Zeit geserviced werden. Am besten halt noch kostenlos dann. Am besten auch noch kostenlos, ne? Aber es ist schon, ich verstehe das vollkommen, wenn dann Leute sagen, so schade, dass das jetzt eingestellt wird. Aber dann muss ich halt einfach mal sagen, ja, okay, das ist halt der Rahmen gewesen, den das Spiel jetzt bietet. Und wenn mir der Rahmen zu wenig ist, dann gehe ich halt zu einem anderen Spiel. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine anderen Spiele. Ich gucke mal ganz kurz noch in den Chat und dann legen wir aber los und dann gucke ich noch, ob die Katze da ist. So. Dass die KI zu schwach wird, gemeckert ist sie zu schnell, ist auch nicht richtig, aber dass die KI bis bei Ziv bis heute strutzdumm ist, sagt niemand. Ich dachte, das wäre schon verbessert worden, dass die Ziv-Ki verbessert worden ist. Star Trek Infinite war ein extrem halbgares Produkt, was den Star Trek, glaube ich, heißt das, Star Trek Lore angeht und hat sich extrem beliebig angefühlt. Ja, wie gesagt, Akadol, vielleicht ist es aber dann auch eher ein Spiel für, ich weiß nicht, Wort, für Casuals. Also für Leute, die halt am Feierabend einfach mal zwei, drei Stunden in dieses Star Trek Universum eintauchen wollen. Vielleicht ist das dann eher ein Spiel für die und nicht für die, die die Geschichte und Lore der Star Trek Universums bis in den letzten Pixel schon kennen und einfach mehr haben wollen. Vielleicht ist es dann eben für die Leute was. Ich bin ja bei der Meinung, Steam sollte bei den Bewertungen von Daumen hoch, Daumen runter Prinzip lieber zu einem 1 bis 5 Sterne Prinzip. Keine Ahnung, ob das so viel besser dann die Sache macht. Bewertungen kannst du immer irgendwie ausnutzen, falsch nutzen, wie auch immer. Aber zumindest vielleicht so ein Querdaumen wäre ganz gut. Dann hätte man schon mal drei Stufen. Welche Musik-KI hast du in deinem Intro verwendet? Das ist Zuno. Schauen wir uns später auch noch ein bisschen an. Ich habe nur ganz schnell, ganz kurz mal was generiert und es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Star Trek, was? Jetzt bin ich irgendwie rutscht. Star Trek Infinite macht Spaß, aber nur als Föderation. Alle anderen Fraktionen sind mehr und es passt nicht in die Lohre. Okay, da kann ich jetzt nicht mitreden, wie das da ist. Kann halt wahrscheinlich sein, dass dann vielleicht der Fokus eher auf die Föderation gelegt worden ist und vielleicht geplant worden ist, dass die anderen Fraktionen dann später nochmal etwas verbessert werden. Na gut. Elbandi, einen würde schön guten Morgen, hallo. Bis jetzt hat Millennia leider auch erst 8000 Spieler maximal gleichzeitig, da wird Paradox auch nicht genügend Geld für jahrelangen Support machen. Das kommt jetzt wahrscheinlich ganz darauf an, wie so das nächste halbe Jahr wieder ist. Es kann gut und gerne sein, also ich glaube nicht, dass sie jetzt damit gerechnet haben, ein vollwertiger Konkurrent zu SIF zu werden mit Millennia. Ich glaube nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt so in den nächsten, dass sich dann in der nächsten, im nächsten halben Jahr herausstellen wird, vielleicht, wenn sie jetzt richtig Gas geben und noch ein bisschen so die Verbesserungen reinsetzen, dass sie dann einfach so einen Punkt schaffen, wo so eine Basis da ist, die das Spiel regelmäßig spielt und das Spiel am Leben erhält und denen das vielleicht auch reicht eventuell. Ich weiß jetzt nicht, ob 8000 Spieler dann irgendwie überhaupt so relevant ganz sind, ich meine, das ist maximal, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann wird halt wahrscheinlich der Durchschnitt irgendwie sich irgendwann vielleicht mal bei 2000, 3000 einpendeln und ob das reicht, sei mal dahingestellt, das kann ich natürlich auch nicht beantworten. aber es hat bestimmt auch schon so Beispiele gegeben, Spielebeispiele gegeben, die schwach gestartet sind, die sich aber dann nochmal so zu einem Geheimtipp entwickeln. Also Old World würde ich zum Beispiel darunter verbuchen, ohne das jetzt irgendwie mit Zahlen untermauern zu können, aber Old World ist auch so als Kleinod gestartet in der Nischenecke und meiner Meinung nach hat Old World jetzt aber schon eine Spielerbasis erreicht, die so konstant ist und wo man schon sagen kann, das ist jetzt ein Geheimtipp und dass die Leute auch immer noch Geld damit verdienen. Ich denke schon. No Man's Sky ist natürlich ein Extrembeispiel, weil das über einen sehr langen Zeitraum jetzt schon läuft. Diesen langen Zeitraum haben viele kleinere Studios natürlich nicht, weil dann irgendwann der Publisher sagt, jetzt ist aber mal Schluss oder einfach, wenn sie keinen Publisher haben, sie selber sagen müssen, es geht so nicht mehr weiter. No Man's Sky ist da ein Extrembeispiel. Na gut. Gegner KI mal wieder. Okay, kein funktionierender Multiplayer, Hot Seed Multiplayer, aha. Na gut. Ich würde mal sagen, wir schauen mal selber jetzt rein, oder? Ich werde mal ganz kurz gucken, ob die Katze wieder da ist und ich glaube, Kaffee ist noch da und ich lasse euch mal ganz kurz mit meinen neuen Kreationen allein. Ich bin gleich wieder da. Topfus, der freundliche Streamer aus Bayern kommt mit Profi Gameplay für den Chat jeden Tag spielt er voller Energie spannende Spiele, man kann nicht nicht aufhören. Mit seinen Witz bringt er uns zum Lachen, immer bereit, das Beste zu geben. Die Community ist eine zweite Familie. Mit Tollfuß ist keine Langeweile bei Oh, Streamer aus Bayern Wir lieben mich Deine Streams holen uns aus dem Alltagshort Oh, Streamer aus Bayern Du bist der Beste Bist ein Star den Schein für Schauwart Oh, Yeah Im Herzen Bayerns vor die Lüfte rein Tollfuß lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gibt wir aus Freude und Erstaunen wenn Tollfuß wieder einmal siegreich anfängt die Gegner zu verhauen Tollfuß der Streamer mit Freude im Gelein Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chat voll Jubel wie Freude so klar Tollfuß siegt erneut ein wahrer Star Aber was da Im Herzen Bayerns vor die Lüfte rein Tollfuß lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen wenn Tollfuß wieder einmal siegreich anfängt die Gegner zu verhauen Tollfuß der Streamer mit Freude im Gelein Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chat voll Jubel wie Freude so klar so klar Tollfuß siegt erneut ein wahrer Star So Ziemlich geile Musik oder das ist der Hammer vor allem das ist halt innerhalb von fünf Minuten sind diese Musikstücke entstanden ich habe jetzt kein ich habe die Texte generieren lassen und das ist also die KI kann jetzt auch nicht gut reimen oder sowas aber du kannst das alles noch anpassen und ich habe nur mal fünf Minuten kurz gespielt und habe hier diese Stücke rausgehauen das ist unfassbar es ist unfassbar wenn du da mal ein bisschen Zeit rein versenkst und dir ein bisschen Mühe gibst was du da an Musik raushauen kannst das ist das ist so verrückt das ist so verrückt wir schauen uns das später noch ein bisschen an ich habe mir etwa jetzt extra noch einen Monat gekauft ich habe jetzt 2500 Credits das heißt ich kann 500 Songs glaube ich machen in einem Monat und wenn ihr Bock habt dann können wir uns da mal ein bisschen was anschauen hier so der Monat hat wenn du den monatlich bezahlst kostet der glaube ich 10 Euro und du könntest theoretisch auch jährlich bezahlen dann kostet dich einen Monat 8 Euro aber ich habe mir jetzt einen Monat gekauft weil ich einfach mal ein bisschen herumprobieren will ich habe ja aktuell noch ein Programmierprojekt am Laufen das im viktorianischen Setting spielt da habe ich zum Beispiel jetzt hier mal ganz kurz was ausprobiert für so eine für so eine Hintergrundmusik quasi so eine melancholische Piano Hintergrundmusik und das war halt der erste Versuch den ich ich habe das eingegeben ruhige Pianomusik im viktorianischen Stil habe ich eingegeben hier und dann hat er mir halt so eine Hintergrundmusik ausgespuckt und das ist halt einfach komplett also mir bläst es das Gehirn raus wenn ich daran denke was da alles möglich ist und wie schnell das alles geht das ist halt echt der Hammer das ist wenn jetzt auch noch dann die die Videoerstellung kommt Asuna wie heißt das diese diese neue Videoerstellung die richtig konsistente Videos erstellen kann das das wird der Hammer das wird echt der Hammer na gut wir gucken später noch mal ein bisschen rein wenn ihr Bock habt so aber jetzt erstmal ein bisschen Millenior morgens übrigens weil ich gerade gesehen habe morgen gibt es auf Live and Land da fällt das Embargo also heute Abend schon da gibt es auch ein Angespielt auf dem YouTube Kanal guckt gerne mal auf dem YouTube Kanal vorbei und da gibt es dann heute Abend ab ich glaube halb fünf oder fünf gibt es das angespielt dazu und morgen wird dieser Survival Aufbau Simulator dann auch im Livestream gespielt inklusive eines kleinen Giveaways von zwei Keys also wenn ihr Bock auf das Spiel habt dann schaut gerne morgen vor Mittag mal vorbei wir werden dann im Laufe des Streams dann zwei Keys verlosen genau so aber jetzt erstmal ein bisschen millennial ich freue mich sehr darauf guck da ist schon hier mein Achievement better luck next time lose a game die verdammte KI die vermaledeite KI die mich hier mit ihren Cheats niedergerungen hat innerhalb von ein paar Runden die Franzosen die Franzosen waren es fast ist ja nicht hier Mann oh Mann Hunter Dankeschön fürs Folgen und willkommen guten Morgen der Startbildschirm hier der Launcher hier ist auch einer der aufgeräumtesten Launcher die ich bisher in einem Paradox Spiel gesehen habe da ist so wenig Inhalt keine Ahnung wieso aber verrückt ist man gar nicht gewöhnt so wir müssen mal gucken wie es aussieht mit der Lautstärke aber es müsste eigentlich passen also da gebt ihr mir dann wieder Bescheid wenn es zu laut oder zu leise ist so also dann wir starten natürlich ein neues Spiel was zum Beispiel schon mal ganz doof war ich habe mir eine eigene Nation gebaut sind die eigentlich jetzt noch da die sind jetzt gar nicht mehr da oder wie ich habe mir eine eigene ist laut hier an Musik sie ist aber auch gut aber trotzdem sehr laut jetzt wir warten mal kurz ab so also was ich gerne machen ich würde gerne mit Deutschland spielen aber toll wie raus alter die Musik ist so episch es gibt es gibt settings in den optionen ob die selbst erstellten nationen im menü bleiben bonus des expansen vols rudel krieg schar alternatives outfit nehme ich mal alles mit keine ahnung reisegeschwindigkeit anzeige ich gucke mal eben Musik ist eh schon sehr leise aber ich glaube im Spiel selbst ist die Musik dann wieder etwas geringer wo kann man das einstellen Ah hier benutzerdefinierte nation zum zufalls generator hinzufügen ne ne das passt schon so also wir nehmen Deutschland raus wir nehmen stattdessen keine ahnung China was hätte man denn noch Japan dann finde ich auch ganz nett die Franzosen nehme ich dieses mal nicht vereinigte Königreich hier ist ja überall KI Experte deswegen wahrscheinlich oder deswegen hat die mir den Hintern so versohlt weil hier überall KI Experte eingestellt ist wer macht das denn ich muss mal Lehrling machen damit wir heute auch was zu sehen bekommen wieso ist denn hier überall Experte drin ist ja viel zu stark für mich als Rom sehr schön als Rom zu spielen wäre natürlich auch ziemlich geil oder statt immer nur mit Deutschland zu spielen ich würde mal sagen wir spielen als Rom Rom finde ich ganz geil so Osmane wäre noch mit dabei Russland Spanien Schweden Deutschland Ah passt so Farbe Le Bleu Rom wäre natürlich hier so ein schönes Rosa besser geeignet gibt es ja auch ein dunkel Rosa gibt noch ein helles Rosa das hier nehmen mal das dunkel Kontinente Mittel ist sehr eng können wir gerne auf groß machen danke schön für den Tipp ich würde aber bei Kontinente bleiben große kontinentale Landmassen östlich westlich mit Ozeanen dazwischen die Tooltips sind auch manchmal sehr klein also das alles ist so groß auch die Buttons sehr groß aber die Tooltips mit einer unfassbaren kleinen Schrift Schiffgröße 5 oder so Inseln Binnenmeer Landorientierte Welt mit großen Gewässern Pangee ich würde mal sagen wir machen mal Pangee oder ich bin großer Fan von Landmassen wir brauchen noch die Karten zieht ich würde mal sagen in Anbetracht dessen dass die Katze schon wieder im Hintergrund schreit ach man kann hier keinen Text kann ah ok kann leider nur Zahlen eingeben wie epische Musik und wir brauchen noch eine Verbesserung hier wir machen mal hier überall zufällig ja ich bin noch da Katze muss mal kurz Hallo sagen für die Klicks hat gut gefrühstückt zweimal heute schon das dritte Frühstück kommt dann in einer Stunde so wir müssen uns noch eine Verbesserung aussuchen jetzt beziehungsweise eine was ist das hier einen Start Bonus so eine zweite Kundschaft der Einheit ist schon ziemlich gut weil du sehr schnell erkunden kannst XEP Verbesserungspunkte Innovation Produktion Nahrung Einfluss Unruhen Unterdrückung wäre auch ganz nett was nehmt ihr denn immer für Boni hier bei den Spielen gemischt oder zufällig oder so könnte man natürlich auch machen Kundschafter Bewegung erhöht Zivileinheiten erhöhte Bewegung Anführer Taktik ich würde mal sagen wir holen uns den zweiten Kundschafter der wird uns am Anfang wahrscheinlich am meisten bringen oder damit wir hier ein bisschen schneller die Umgebung erkunden können und vielleicht auch die ein oder anderen Landmarken uns holen können es wird später etwas weniger verwirrend wenn man den anderen Ländern die gleiche Farbe für die Grenz zu weiß wie die Flacken Farbe ist ach das hier ist gar nicht schlecht gar nicht schlechte idee hier mach das mal so ein richtig schönes rot gibt es hier nicht jenesis rot zweimal rot hier aber guter punkt so jetzt habe ich hier zweimal so blau katze du musst jetzt gleich mal den platz wechseln das kann ich dir sagen und dann sind wir erst ja genau genau jetzt aber hier gleich mal anfangen zu beißen hier geht es aber los also wir sind bereit oder ich glaube schon ich mache mal karten sieht irgendwas und dann kommen wir hier mal ins Spiel damit wir hier ständig die epische musik hören müssen hier die zwar gut ist aber auch sehr laut und wir initiieren den zeitstrahl so ich bin sehr gespannt nicomedia wieso nicht rom am anfang wieso fängt man hier nicht mit rom an das ist natürlich enttäuschend ich werde das gleich mal anpassen hier rom so und dann gucken wir uns mal ein bisschen um oder was wir hier an druck wir haben haben wir haben auf alle fälle schon mal wald und produktion also essen und produktion zweimal essen das ist aber auch ok wenn wir dich hier rüber setzen habe ich 150 bonus 8 runden 4 runden ok wir bleiben mal bei 200 prozent das ist ok dann hier vorne habe ich jetzt kundschafter kik schar und nochmal kik schar hätte sollte ich nicht einen zweiten kundschafter haben entschwören können ich habe einen zweiten kundschafter ich habe jetzt eine kriegsschar hier bekommen die ressourcen sind geil die sind super rinder flachs reis und nochmal reis achso man startet komplett ohne kundschafter ah ok das wusste ich gar nicht mehr na gut also in welche richtung schicke ich den kundschafter als erstes erstmal ein bisschen hier rüber da sind ein paar hügel was ich jetzt machen werde ist auf alle fälle wir werden mit einer armee nicht weit erkunden das war immer mein größter fehler im spiel da oben ist schon eine kleine stadt kund was rauscht hier ganz gehörig guck mal ganz kurz was das ist der nachbar der nachbar mit seiner neuen maschine keine ahnung was das für eine maschine ist es wird eine garten maschine sein so ich dachte schon irgendwie der rechner fährt auch auf 120 prozent aber es ist nur der nachbar also wir werden mit den mit den kriegseinheiten hier in der umgebung bleiben ich hätte auf alle fälle ganz gern gleich nochmal einen weiteren kundschafter den wir uns hier gönnen und als technologie tja qual der wahl wir gucken mal was wir brauchen wir brauchen weide land wir brauchen plantage wahrscheinlich für den reis plantage plantage also das heißt wir werden wahrscheinlich erstmal in den ackerbau gehen plantage gibt es hier bauernhof gibt es hier ist hier dieses weidedicks auch gleich nahrungsvorrats gebäude bauernhof na gut also wir nehmen mal den ackerbau sechs runden so und ich glaube das war es auch schon das war es mehr können wir nicht machen so da ist schon ein dorf sehr schön wir sind hier auch schon am meer oder an einem see zumindest dann gehen wir mit dir mal hier runter also hier unten schon mal begrenzt und dann schauen wir mal so es ist sehr laut ich habe das gefühl dass es sehr laut ist momentan ein verirrter kundschaft der kavalerie kampiert in der wildnis versucht sich zu orientieren tausche karten mit ihn zehn erkundungs erfahrungspunkte oder wir bekommen einen berittenen kundschaft wir nehmen natürlich den berittenen kundschaft ich mache mal ein bisschen leise hier alles sehr laut habe ich das gefühl so äh danke imperator tollfuss und guten morgen in die runde schein kaffee danke schön für den 23. monat fast zwei jahre vielen dank für deine lange unterstützung danke vielen 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 guten morgen ist ja auch samstag 9 uhr früh rasenmäher ich glaube das war kein rasenmäher das war irgendwas anderes weiß aber noch nicht was so du gehst mal hier rüber du kannst eigentlich dann wieder hoch gehen in der nächsten runde da ist nochmal ein dorf sehr schön die maschinen und werkzeuge die in diesem dorf verwendet werden sind anders als alle anderen sie dienen denselben zwecken sind aber mit völlig einzigartigen ideen entworfen worden fünf wissenspunkte oder fünf verbesserungspunkte wir holen uns erstmal wissen damit wir hier unsere forschung weiter treiben können ich will nicht zu weit weg hier von rom das ist wichtig ich will nicht zu weit weg und da ist nochmal eins ja super eine bogenschützen einheit schlägt ihr lager auf versteckt sich vor barbaren wir holen uns die bogenschützen sehr gut die sind jetzt auch hier mit dabei oder ja die würde ich ja jetzt gleich direkt nach rom zurückschicken damit die erstmal hier in ruhe rom beschützen können so forschung abgeschlossen wir können jetzt hier ein gebäude für nahrungs vorrat bauen wir können eine verbesserung bauernhof bauen und wir können eine plantage als verbesserung bauen allerdings haben wir dafür noch nicht genügend punkte kardia einen wunderschönen guten morgen ihr dürft gerne tipps geben oder so also backseat gaming ist heute erlaubt allerdings im maßen natürlich also ich werde nicht immer genau das machen was ihr jetzt in den chat schreibt aber wenn ihr zum beispiel irgendeinen tollen tipp habt wie wir uns hier unseren durchgang erleichtern können dann immerher damit so hier vorne gibt es stammes älteste ein rats gebäude für wissen wäre ganz gut vielleicht hier vorne bogenschützen hier wäre noch ein bisschen erkundung mit dabei und was ist denn jetzt ist aber mensch die katze ich habe ihn sehr lieb aber manchmal es ist wie mit kinder deine kinder hast auch meistens lieb aber ab und zu könntest du ab und zu könntest sie so richtig schimpfen so richtig Fensterkind einen wunderschönen guten morgen hallo also wir gehen mal auf den stammes ältesten für mehr wissens punkte sobald wir dann das ganze gebaut haben so du hier oben ich würde mal sagen ich schicke dich auch wieder zurück hier dann kann der sich mit dem bogenschützen schon mal zusammentun wir haben eine landmark entdeckt das wäre eigentlich etwas für die für den erkunder hier der muss hier rüber laufen dann wird hier der bogenschütze nach hause gehen du gehst hier rüber wir können jetzt auch gar nicht durch wälder durch momentan das ist die wälder die gibt es nur ich glaube hier beim auskundschaften richtig ermöglicht einheiten sich durch dschungel und tief wald terra zu bewegen und städte darauf zu bauen ich gehe mal davon aus dass der wald hier ein tief terra ist ach guck da sind schon die ersten barbaren wahnsinn runde fünf und schon die ersten barbaren da darf er wohl nicht wahr sein ein schönes exploit video hast du gesehen vom spiff oder die barbaren muss ich sagen nerven mich gewalt vor allem dass sie schon nach fünf runden hier kommen schon echt früh wir gehen mal hier zurück nach rom damit wir rom entsprechend hier verteidigen können so wir können eine stadt gründen wir könnten ein heureka event auslösen was auch ziemlich gut ist mit wissens punkten lokale reform würde ich mal sagen sparen wir uns noch aber so eine stadt gründen wäre schon ganz gut gründet eine neue stadt level 1 in oder angrenzend an dein territorium städte erhöhen das level einer region generieren vermögen pro angrenzende verbesserung generieren einfluss um die expansion in anliegende territorien zu beschleunigen und verbessern die verteidigungsanlagen für die regionale hauptstadt außerdem 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 können neue einheiten auch dort anstelle der hauptstadt erstellt werden da wir sowieso glaube ich momentan nur eine stadt hier gründen können würde ich schon mal sagen dass wir hier das in anspruch nehmen hier unten oder ja hier oben wahrscheinlich besser dass wir hier gleich diese ressourcen auch uns noch holen können bin immer noch unentschlossen möchte mich entscheiden zwischen old world und millennia oh das oh das ist hu bitte fragt mich nicht ob ihr euch old world oder millennia holen sollt hu das ist eine schwierige frage wobei man kann sich vielleicht ein bisschen festlegen dass man sagt hey wenn du auch ein bisschen charakterverwaltung mit dabei haben willst dann hol dir old world old world hat auch das ausgefeiltere spielprinzip meiner meinung nach es ist halt schon auch länger auf dem mark millennia ist halt da bist du halt von anfang an dabei das heißt da kannst du gleich schön hier mit einsteigen ohne jetzt zig mechaniken lernen zu müssen bei old world ist es natürlich schon ein bisschen komplizierter unabhängig dass du in old world natürlich nur das antike setting hast und nicht in der zeit fortschreitest also schwierig zu sagen also ich bin großer old world fan wenn du mich jetzt fragen würdest old world oder civilization 6 dann ist meine antwort eindeutig old world natürlich aber gerade weil millennia mich doch überrascht hat bin ich da ein bisschen zwiegespalten hier herkulaneum ist hier oben aha ok 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 na gut dann hoffe ich mal dass wir hier hochwachsen demnächst so plus 0 nähe für angrenzungsbonus statt ok man muss dann wahrscheinlich erst die verbesserungen bauen guck mal was der barbar macht ob der in unsere richtung läuft katze das tut so wie wenn du hier die ganze zeit versuchst die nicht vorhandenen milchdrüsen zu drücken was ist denn los ich hab doch keine in meinem oberschenkel eigentlich hab ich gar keine so wir gehen hier hoch was ist das hier barbanlager ist hier moment da ist eine stadt und ein barbanlager direkt ineinander gesetzt so du bleibst mal hier du hältst wache in rom dann der bogenschütze ne moment das ist ja der kundschafter der hält nicht wache natürlich nicht der hält nicht wache der kundschafter geht dann schicken wir mal nach norden hier hoch ah schön da ist noch ein dorf so ephesus das würde doch wunderbar zu uns nach rom passen hier statt miliz 3 das könnte man theoretisch jetzt auch schon einnehmen oder also mit unseren einheiten ich hab jetzt hier die kriegsschar ich hab hier eine einen bogenschützen und ich dachte ich hab noch irgendeine und hier auch nochmal kriegsschar also ich hätte eigentlich drei gute einheiten die frage ist ob die gegen die miliz bestehen würden oder ob wir das dann auf dem friedlichen weg machen man könnte ja auch mal speichern dann zwischendurch wo sie ist ein wunderschön guten morgen katze du gehst mal über jetzt so genug gekuschelt also du gehst mal hier rein ein artefakt wurde gefunden das dorf wurde um einen großen stein monolithen herum gebaut seine schnitzereien gravuren erzählen komplexe geschichten in einer unbekannten sprache er ist für die dorfbewohner sehr bedeutsam plus fünf wissen oder plus fünf kultur schwierig ich würde fast sagen erst mal wissen oder aber wissen wissen bringt uns halt nur dahin geht was das wir dann auch gebäude und verbesserungen bauen momentan steht das ja noch aus ich würde fast sagen wir gehen erst mal auf kultur so auf mehr kulturpunkte und wir sparen auch gleich mal auf die 30 regierungspunkte für den ersten siedler das ist zumindest der plan so du gehst hier rein du gehst hier rein dann unser kundschafter geht hier runter du gehst hier zurück und wir können was neues planen bei uns in der region wir haben aktuell 150 prozent nahrung wir können den 11 runden für den nahrungs vorrat erhöht das regions level und gibt uns auch nochmal drei nahrung dazu die dolmen geben uns ein fluss das wäre auch ganz gut stadtzentrum gibt uns regierungserfahrungspunkte palisaden zäune zehn runden oder wir machen uns nochmal kriegsschau und gehen wirklich komplett auf militär oben und holen uns gleich die stadt ich war vorher immer sehr zurückhaltend vielleicht war das mein problem wieso ich immer die runden verloren habe aber wir holen uns jetzt militärisch ephesus hier oben so sieht es aus leute da ist ja nochmal was hier oben eine weitere stadt vielleicht muss ich einfach ein bisschen aggressiver reagieren jetzt ist hier oben schon wieder der barbar versuch mal zu flüchten dass hier überhaupt so ein barbaren dorf innerhalb einer stadt hier erscheinen kann so korinth hier oben da ist momentan auch dreimal miliz palisaden zäune hier auch dreimal miliz palisaden zäune ok wir probieren das mal wir werden mal mit ein paar einheiten angreifen millennia oder siv 6 millennia so du bleibst erstmal hier dann werden wir uns hier dieses naturwunder holen aber erst in der nächsten runde so der erkunder geht mal nach osten noch noch mal ein barbaren lager wahnsinn die karte ist immer überrannt mit barbaren hier so wir haben das great barrier reef entdeckt anscheinend bekommen erkundungs erfahrungspunkte kampferfahrungspunkte gab es auch nochmal dazu wunderbar great barrier reef so jetzt habe ich jetzt zweimal kriegsschal einmal bogenschützen drin wir bringen den mal hier hoch nach ephesus wieso leuchtet hercalaneum so seht ihr das wieso ist hier so ein kreis runter achso weil ich die anwählen kann deswegen ah guck an ruhm wächst und gedeiht hervorragend hey was hier städte außenrum sind wir brauchen ja gar keine siedler mehr wenn wir alle städte erobern das ist ja gut so wir gucken mal ganz kurz schick einen gesandten um die nation zu überzeugen wasall zu werden oder schick eine armee um sie zu verwüsten und ressourcen zu plündern kurze frage an den chat ich kann mit mit meiner feindlichen übernahme die stadt auch mir aneignen ist das korrekt oder kann ich die wirklich nur verwüsten und plündern schon ok da seht ihr mal wie friedlich ich immer spiele dass ich das nicht weiß eine verirrte kriegsschar wandert durch die wildnis sie ist erschöpft und sucht nach Hilfe wir holen uns die kriegsschar die kommt nämlich auch gleich hier runter und wird hier dann Ephesus mit angreifen so du gehst mal nach osten als Versall erobern oder plündern ja ich hole mir noch verstärkung also ich hätte gern zu zwei armeen also sechs einheiten quasi gegen dreimal Stadt Miliz müsste eigentlich klappen oder so wir haben das Rats Gebäude abgeschlossen und als letztes wahrscheinlich dann ist Lehm wirklich gut was braucht man Lehm acht Verbesserungspunkte ist schon auch ganz gut hier aber ich hätte auch gern die Verteidigungsanlagen Bogenschütze wir würden halt gleich einen Bogenschützen bekommen in sechs Runden ja wir können ja wir können ja nochmal zurückgehen dann wir können uns das ja nochmal holen wir holen uns erst die Verteidigungsanlagen jetzt wo wir gleich so kriegsmäßig beginnen das wird uns bestimmt nicht in den Hintern beißen bin mir sicher dass das ohne Probleme klappen wird hier Ah Otumba wir haben jemanden entdeckt wer ist das hier ist das für eine Nation die Azteken Otumba sind schon sehr nah hier dran schon wieder gleich den Erzfeind ja schon wieder Barbaren fast ist nicht Mann oh Mann oh Mann es kann doch nicht sein hier oben ist ein Dorf sehr schön das Dorf veranstaltet eine Auktion bei der die Waren der Einwohner verkauft und gehandelt werden 50 Vermögen oder Produktion in Rom wir holen uns Produktionspunkte in Rom zwei Runden noch noch eine Runde sehr schön so ihr bleibt jetzt erstmal hier vorne stehen ihr macht nichts so also wir haben das Aztekenreich kennengelernt wir machen natürlich nichts mit dem Aztekenreich aber wir werden noch weiter erkunden hier in der Hoffnung dass wir noch das ein oder andere entticken muss man meine Krieger hier in Sicherheit bringen auch wieder Barbaren es ist Wahnsinn wie viel also Barbaren sind einfach zu viel da kann man die Barbaren auch ausstellen eben beim Start des Spiels geht das so ich bring dich jetzt mal hoch wobei du kannst jetzt eigentlich warten weil in sechs Runden kommt ja der Bogenschütze noch in vier Runden dann geht ihr gemeinsam hoch so du wirst erstmal bleiben so die Kultur ist bereit wir können jetzt wahrscheinlich keine weitere Stadt gründen richtig nee das geht leider nicht das heißt das einzige was jetzt bleibt ist noch Heureka was uns ja ganz gut hilft weil wir dadurch noch mal Forschung bekommen in einer Runde schon perfekt und wir haben eine inaktive Region so wir machen jetzt keine Krieger mehr was wir jetzt machen ist eine Palisadenzäune wäre schon ganz nett auch erstmal für den Schutz Stadtzentrum für Regierung oder Nahrung wir gehen mal auf die Nahrung Geld wirst du auch brauchen wenn du auf Militär gehst ok momentan minus 1 tatsächlich was passiert wenn man hier bei 0 ankommt und den Sold nicht mehr bezahlen kann so damit seid ihr hier durch aber wir werden auch bestimmt gleich die ein oder anderen Truppen verlieren ich speichere jetzt mal ab weil das jetzt ein Vorgehen ist mit dem ich noch nicht so so viel Erfahrung habe mal wie der unsere Truppe hier jagt der lump und da ist noch mal ein Dorf sehr schön Wahnsinn unfassbar nervig hier Wahnsinn so ihr habt ein kleines Lager von Nomaden gefunden sie erklären dass ihr Anführerin sehr weise ist und bereit ist ihr Wissen mit euch zu teilen Regierungspunkte oder Kriegspunkte wir holen uns Regierungspunkte sind jetzt bei 32 und können einen Siedler erstellen die Soldaten laufen dann einfach weg das heißt wir müssen ganz schnell bevor wir jetzt hier die null erreichen müssen wir ganz schnell Ephesus angreifen und wenn wir dann Soldaten verlieren ist es nicht ganz so dramatisch so sieht es aus so wir können einen Siedler erstellen das machen wir mal kurz hier unten die Frage ist wohin mit dem Siedler hier oben geht wahrscheinlich gar nicht wo wäre ein schönes Fleckchen entweder wir gehen nach Westen oder Osten ist halt gar nichts hier unten an den See oder an das Meer hier oben wäre natürlich auch schön oder wenn man hier oben was macht oder hier ist wahrscheinlich ich weiß gar nicht ob man direkt hier daneben siedeln kann aber zumindest irgendwo hier hier wäre ideal allerdings ist hier oben ein Wald und ich glaube da können wir nichts machen aber ich würde trotzdem mal gucken wir probieren das dann einfach mal kannst du denn jetzt schon laufen ah du kannst schon er kann hier gar nicht rein laufen hier er kann hier gar nicht rein laufen das ist natürlich schade hier oben also das hier gehört uns ja sowieso bald wenn wir uns ein bisschen hier so in die mitte setzen ich glaube das ist ein guter spot hier hier rein wenn das möglich ist hier in die mitte dann außenrum ein bisschen stein und so weiter mal gucken ob das geht so bogenschützen einheit ein weiterer verteidiger in der hauptstadt fünf kriegs erfahrungspunkte wunderbar zeitalter der bronze wir wählen das gleich mal aus mal gucken ob wir das hier hin bekommen und jetzt schauen wir mal dass wir nicht noch irgendwas machen wir enden die runde unser ding ist angegriffen worden unser speer eure streitkräfte sind zu nah an unseren grenzen ich schlage vor ihr schickt sie woanders hin es geht ja schon wieder gut los was zum henker willst du mich verarschen los weil mein speer hier in der nähe ist oder was was zum henker spiel so wir werden das jetzt einfach mal so riskieren mit eineinhalb einheiten und schauen mal ob wir so jetzt effizus platt machen können und dann kommt die ersatzeinheit die kommt dann später weil ich nur noch drei gold habe also ihr greift mal als erstes an so hier steht hier steht ja immer noch die palisade wahrscheinlich weil die die haben über die palisade geschossen bogenschütze deswegen so jetzt steht hier vorne auf dem dorf leider eine barbareinheit sodass ich das dorf mir nicht holen kann das ist sehr enttäuschend wir bleiben mal hier stehen und werden mal kurz wache halten vielleicht bewegt er sich weg so der siedler kommt könnte ich theoretisch auch direkt hier machen aber wir wollen das hier vorne machen hier wir sind auch wieder etwas gewachsen in der letzten runde er wurde verprügelt in der letzten runde mal gucken ob der überlebt so ja gut dann probieren wir das nochmal die sind schon sehr zäh hier alle also maximal eine eine stadt können wir uns holen wenn ich das richtig sehe okay so da noch die sind schon ganz schön stark hier wahnsinn so unser Speer ist angegriffen worden hat sich aber wacker geschlagen oder ja ist er ist noch am lieben gottseidank ja hier wäre auch nochmal was mensch wir gehen mal hier nach Norden und dann nach Westen so und du gehst auch nach ich habe das gefühl hier drüben kommt nicht mehr viel hier ist noch ein Ort und der Siedler gründet Byzanz wird hier gegründet sehr schön so und wir brauchen jetzt wie viele Punkte wir brauchen 25 Regierungserfahrungspunkte bevor wir dann Byzanz integrieren können ach jetzt werden wir hier unten angegriffen maledeite fehler wieder hier unten gut wir haben ganz gut Miliz jetzt Gott sei Dank wegen dem Upgrade ich habe aber keine Palisade was ein bisschen doof ist aber zumindest der Barbaren Angriff wurde gut abgewehrt hier ich bin kein Freund das aktuell abläuft ich kann ich euch jetzt hier rein bringen und jetzt nochmal mit euch angreifen ich verballere hier meine ganzen guten Einheiten so jetzt aber die letzte Einheit die macht den Sack zu und dann habe ich hier direkt daneben das Barbarendorf noch so schwer erarbeitet hier dieses eroberung hier sie haben sich tapfer verteidigt aber sie konnten nicht standhalten nachdem sich die letzten von ihnen ergeben haben musst du entscheiden was mit den überlebenden geschehen soll also wir werden erlauben teil von rom zu werden was 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 oh dann sind die Barbaren einfach weg ja super das ist natürlich toll das ist richtig gut so du gehst mal kannst du hier reingehen nee es ist jetzt nur noch eine Einheit übrig zwei sind noch übrig und hier stehen drei sicher Barbaren das ist richtig gut so wie sieht aus kannst du mal kurz hier rüber gehen sehr schön eine gewaltige tempelpyramide liegt vor euch ihr Inhalt und ihr Zweck sind noch ungeklärt Erkundungs Erfahrungspunkte oder die Kriegserfahrungspunkte wir holen uns die Kriegserfahrungspunkte so den Kundschafter upgraden macht wahrscheinlich keinen Sinn Überlebensexperte wir können mit fünf Erkundungs Erfahrungspunkten können wir ihn wieder heilen hier oder Erkundung gibt ja sowieso momentan zumindest nur Kundschafter deswegen würde ich da mal die Punkte investieren in die Heilung ich hoffe die Barbaren setzen nicht gleich nach ach Gott jetzt wird hier die Vasallenstadt gleich angegriffen das darf doch nicht wahr sein Leute wir stellen uns mal hier rein hoffentlich gut abgebährt ja Barbaren vernichtet Gott sei Dank wir bleiben mal mit den Einheiten hier stehen um hier um hier die Einheiten auch wieder aufzufüllen der Kundschafter wurde verprügelt Barbaren es sind einfach zu viele Barbaren das war in Civilizations schon nervig und hier ist es auch nochmal so Mensch also auch hier könnte man den nochmal heilen könnte man ja sogar jetzt angreifen Sieg 100% aber dann habe ich hier immer noch die 15 wir müssen uns mal merken also hier ist noch ein Dorf dann hier ist noch ein Dorf wird das Dorf jetzt ehrlicherweise einfach einnehmen und den Kundschafter opfern wobei wir könnten mit den Kundschafter auch hier hoch erstmal weg hier und dann nochmal runter Katisak ein gut Morgen Hallo gerade auch später wenn die spawnen und dann 15 in der Gegend sind Barbaren sind nervig ja die Frage ist ob man die reduzieren kann oder ob die dann automatisch reduziert werden wenn die Barbaren Dörfer weg sind das ist ja richtig nervig so du gehst jetzt mal hier runter dann werden wir mal hier außen rum laufen wenn das geht nicht nicht angreifen nein ich will doch nicht mit meinem ich will doch nicht mit meinem oh Gott greife ich mit dem Speer die Stadt an kann man hier ah man kann Gott sei dank ok es gibt den zurück button hier unten hier unten Gott sei dank und das ist schon mal ganz gut aber der geht nicht immer der geht nicht immer dieser dieser button so ich gehe jetzt mal wir gehen mal hier außen um den berg herum ich sehe hier schon wieder Barbaren unfassbar der zurück button ist wertvoll ja aber er funktioniert nicht immer das ist das problem so jetzt sind hier oben noch ich gehe nochmal zurück ah jetzt sind hier noch mal Barbaren wo soll ich denn hin wird hier in die ecke gedrängt ja natürlich schön eingekesselt was für ein dick move hier guckt dir das an was für ein dick move guckt euch das an ich komme hier auch nicht weg das 1 ich kann euch nicht mal nach hause rufen weil ich keine erkundungspunkte mehr hab das sind Barbaren damn you Barbaren ja komm so ihr beide seid wieder geheilt das ist gut das heißt euch könnte man eigentlich vielleicht dass wir euch eher mal in die mitte hier platzieren fürs erste damit die reagieren können wenn irgendwo wieder Barbaren auftauchen wir brauchen auf alle fälle nochmal Truppen oh Gott guckt euch das an muss mich zurück ziehen gut gern schutz in Boa Vista suchen aber anscheinend geht das nicht es ist es ist eine plage eine richtige plage rage quit nein natürlich nicht hat er den jetzt ausgelöscht hier oder was wo war denn der er hat den ausgelöscht und hier oben auch jetzt hat er mir zwei kundschafter in einem zug ausgelöscht das schreit nach römischer rache kann ich euch sagen ich habe hier noch einen mit meinem glück läuft er auch gleich wieder in einen weiteren barbaren müssen mal gucken wie sieht es aus mit mit Unruhe aktuell Unruhe Null wenn wir unsere Einheiten hier reinbringen habe ich minus acht genau okay dann lassen wir die mal in Rom damit wir hier keine Unruhe haben das gute ist wir sind wieder im plus beim vermögen so wir haben gebaut Nahrungsvorrat sehr schön das heißt die Nahrung ist erstmal gesichert wir brauchen nochmal eine Keks Einheit ich würde gern was anderes bauen aber wir brauchen nochmal eine Kriegseinheit sicher ist sicher sechs Runden ach ich habe schon 20 Punkte hier unten mensch wieso sagt denn niemand was wir können Verbesserung das ist noch etwas was auf alle Fälle überarbeitungsfähig wäre dass man irgendwie besser darauf hingewiesen wird dass man Punkte investieren kann zum Beispiel in die Verbesserungspunkte hier unten oder aber auch Regierung wobei Regierung geht noch nicht Stammestum ging zum Beispiel weil ich das immer vergesse bei Forschung Kultur und so weiter da funktioniert das ja ohne Probleme aber bei den anderen Punkten vergesse ich das immer das übersehe ich dann sammeln sich Punkte an noch und nöcher ich sehe gerade hier natürlich Deutschland steigt in das Zeitalter der Bronze auf in einer Runde bei uns wären es zwei Runden gibt es eine Möglichkeit hier irgendwo noch wenn ich hier ein Wissens oh da ist schon wieder ein Barbar wenn ich jetzt Regierung oder Erkundung verdammt schade wir nehmen mal Regierung hätte ich hier einen Wissens Punkt gebraucht dann hätten wir Deutschland noch überholen können ansonsten kann ich generieren leider na gut also wir kümmern uns erstmal um Verbesserungen ich muss mal ganz kurz Pinkelpause machen der Kaffee drückt schon wieder durch ich mache mir gleich nochmal einen Kaffee ich spiele euch in der Zwischenzeit dann wieder meine tolle Musik ab damit damit er die richtigen Ohrwürmer dann auch bekommt weil ich so begeistert bin von der Musik Druckknoll ein wunderschön guten Morgen hallo wie bei SIF6 die Regierungskarten wechseln vergesse ich auch immer ja zum Beispiel zum Beispiel also ich mache mal ganz kurz Pinkelpause ich stelle mal kurz die Musik an und bin gleich wieder da Spannende Spiele man kann nicht aufhören mit seinen Witz umringt er uns zum lachen immer bereit das Beste zu geben die Community ist eine zweite Familie mit Tollfus ist keine Langeweile bei O Streamer aus Bayern wir lieben dich deine Streams hol uns aus dem Alltag strott Streamer aus Bayern du bist der Beste bis Zeit versaubert Oh yeah Am Herzen Bayerns wo die Lüfte rein Tollfus lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen wenn Tollfus wieder einmal siegreich anfängt die Gegner zu verhauen Tollfus der Streamer mit Freunden gereiht Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit der Chat voll Jubel wie Freude so klar Tollfus siegt erneut ein wahrer Star aber wahrer Star In Herzen Bayerns wo die Lüfte rein Tollfus lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen wenn Tollfus wieder einmal siegreich anfängt die Gegner zu verhauen Tollfus der Stream wie Freude im Gleit Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chat voll Jubel die Freude So klar So klar Tollfus siegt erneut ein wahrer Star Das beherrscht we so ich hoffe ihr seid ähnlich begeistert wie ich von der musik ich kann es nur noch mal sagen fünf minuten kurz mal was zusammengeklustert und die ki hat den rest gemacht das ist es ist einfach nur abgrundtief hammermäßig es ist wir werden uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen vielleicht heute noch mal oder vielleicht morgen im stream aber ich bin so begeistert von dieser software und da poste ich dann euch auch den link und probieren wir mal ein bisschen rum das ist so fantastisch es ist noch nicht alles ganz gut gerade deutsche sprache und reimen ist natürlich sehr schwierig für die ki aber trotzdem was da alles rausfällt und was du alles an unterschiedlichen musikstilen auch wählen kannst es ist wahnsinn rivepo einwurder schön guten morgen hallo ich kann euch ja mal ganz kurz den link selbst mal hier reingeben wenn euch der interessiert so da könnt ihr nämlich das auch mal austesten und ich glaube 50 credits oder so für fünf songs oder so gibt es pro tag irgendwie oder ihr holt euch für acht oder zehn euro dann so ein monatsbeitrag das habe ich jetzt mal gemacht zum ausprobieren freue mich schon ein paar neue songs zu machen damit wir mal ein bisschen varianz rein bekommen hier und vor allem man kann die lyrics selbst setzen wie ihr vielleicht gemerkt habt so ok jetzt müssen müssen wir uns aber wieder rum widmen ich habe irgendwas im auge das hier ein bisschen stört also wir haben jetzt zwei bogenschützen hier unten in rum das ist vollkommen okay er bleibt auch erst mal hier unten ah wir wollten gucken wegen dem zeitalter der bronze und wegen der verbesserung hier also was wir machen können weideland weideland geht anscheinend doch geht schon ja weideland gibt uns erkundungserfahrungspunkte ok leder und fleisch hätten wir hier für vermögen und nahrung drei oh das wäre schon mal ganz gut hier vorne gibt es ist das reis ja gibt es reis die plantage gibt uns vermögen und nahrung wenn ich das richtig sehe über die plantage aber nur plus zwei ich glaube wir fangen mal mit dem weideland an hier das sieht nämlich sehr vielversprechend aus so und wenn wir jetzt mal nach rum gucken dann habe ich aktuell ich habe jetzt zwei leute genau einer ist jetzt hier drin oh wir bekommen sogar hier die erkundung noch sehr schön also wir erstellen momentan leder was uns drei vermögen gibt und wir erstellen fleisch was uns drei nahrung zusätzlich gibt und der soll auch hier drin bleiben dann das passt genau einer ist hier ich würde fast sagen da wir jetzt eh bei 200 sind dass wir hier den rausschmeißen und hier vorne reinsetzen dann haben wir nämlich immer noch 200 aber zusätzlich noch die produktion mit dabei und das müsste uns dann hier ja auch gut was bringen vier runden wir gucken mal ganz kurz wenn er hier drin ist dann sind wir bei sechs runden also zwei runden gewinnen wir hier durch das umswitchen und nahrungsmäßig ist es ja anscheinend egal weil ich glaube dass das maximum hier immer 200 prozent ist so dann regierungspunkte 29 stammestum ich glaube wir gehen mal in das stammestum oder wir können uns doch eine kriegerschar holen nahrung brauchen wir nicht wir können uns oh wir können uns einen wissenspunkt holen oh ok wir gucken mal ob uns das was bringt hier leider nicht leider nicht schade so da waren es nur noch drei punkte und das war's kriegsführung freiwillige eine kriegsschar könnten wir uns holen die würde ich mir erst holen wenn wir die auch dann benötigen das geht ja relativ zackig dann bis dahin sparen wir die punkte noch an gut da ärgere mich schon wieder das deutschland jetzt hier als erstes ein steigt in das neue zeitalter keine ahnung wie die das wieder gemacht haben neue nationalgeister freigeschaltet wassalen integration ist zweimal schneller sehr schön barbaren kriegsherren können erscheinen innovations und chaos ereignisse können auftreten und handels- und diplomatische gesandte sind verfügbar kann man mal gucken ob wir vielleicht mit den den erzteken etwas machen können das ist das hier minus 13 dass die beziehung mit uns macht bewertung annähernd gleich gleiche macht ich kann da nicht mehr machen aber wir haben keine gesandten können die beziehung nicht verbessern nichts machen außer offene grenzen anzubieten will ich aber auch nicht die arzteken haben ich gleich so angepappt dass mich das schon wieder ein bisschen geärgert hat ehrlicherweise hier oben wäre noch ein dorf aber bis dort ja auch noch bis dort meine ein mein speer hinkommt wird das wahrscheinlich weg sein so du bist hier fertig dann schicke ich dich mal durch durch den wald dann hier vorne momentan ist ja noch ein genau eine kriegsschar ist noch hier in planung das passt und da gucken wir mal kurz nach byzans integration 8 von 15 runden vier runden noch sieben runden und dann brauche ich aber die regierungspunkte hier also ab sofort keine regierungspunkte mehr ausgeben wir sind auch eingetreten in das zeitalter der bronze neue domänen diplomatie ingenieurs kunst neue nationalgeist und neues handelssystem da ist ein neuer charakter wer ist das hier rosa könnte könnte china sein epische musik aha so sollen wir jetzt noch den arbeiter erforschen den auskundschafter den könnte man sich sparen aber der dauert nur zwei runden vielleicht dass wir uns doch noch das ein oder andere dorf holen heißt schwierig ne gibt es hier irgendetwas was für wissen sorgt diplomatie kultur ist der glaube ist wissen oder kultur und wissen also wenn dann der tempel ich glaube wir bauen wir bauen mal das hier auf oder dann bekommen wir noch mal verbesserungspunkte wir machen mal zuerst auskundschaften und dann die arbeiter noch durch ich würde das gerne zu machen bisher habe ich immer sofort im neuen zeitalter investiert aber ich würde mir das ehrlicherweise jetzt sparen so jetzt die qual der wahl liebe freunde es würde sich aktuell anbieten dass wir hier die kriegsführung wählen weil ich 38 punkte habe und die spartiaten die sind mir immer sehr sympathisch mit diesem bild hier erstelle spartiaten auf einem befreundeten territorium spartiaten kosten kein unterhalt pro runde verteidigungspunkte gesundheit erhöht also das finde ich schon mal ganz schön ich habe gehört die plünderer sollen mehr masse als klasse sein was auch nicht schlecht ist kriegs ep durch kampf vermögen unterhalt für plünderer schar also statt spartiaten dann die plünderer seefahrer sparen wir uns die naturalisten sorgen für nahrung und wohnraum die wilden jäger zeigt elefanten erstellt bogenjäger da kann ich halt alles nicht nutzen weil ich aktuell keine erkundungspunkte habe gottkönig dynastie sehr verlockend aber auch hier diese produktionspunkte hier ingenieurspunkte sind mangelware hier bei uns hügel steinmetze steinbrüche ist das für uns was relevantes also hügelmäßig sehe ich hier nicht so viel ehrlicherweise also davon würde ich jetzt auch mal absehen hügelbauer die olympioniken wir gehen was meint er denn gehen wir auf die krieger oder gehen wir auf die plünderer eines von beiden römische spartiaten hört sich halt schon ziemlich geil an auf der anderen seite wären römische plünderer natürlich auch ganz gut erzeuge zwei plünderer schar einheiten hier erzeuge zwei plünderer schar einheiten erzeuge zwei plünderer schar einheiten plünderer ist am einfachsten plünderer habe ich noch nie gesehen allerdings bestimmt schwieriger zu spielen nimm was du das letzte mal nicht genommen hast beim letzten mal habe ich glaube ich die spatiaten gespielt ich bin jetzt nicht sicher bekomme ich hier jedes mal wenn ich hier eine karte wähle zwei plünderer schar einheiten kann das sein das wäre krass 2 4 6 8 10 ich komme jedes mal 14 einheiten wären das hier ja komm dann nehmen wir die plünderer leute wir wollen ja die anderen städte noch unterjochen die anderen freien städte quasi so bringt plünderer scharen in einer befreundeten siedlung hervor plus eins kriegs ep durch kampf pro einheit oder vermögen wir machen mal vermögens unterhalt auf null für die plünderer wow ich bin begeistert so da ist einer und da ist einer angriff zwölf bogenschütze haben bei uns sechs also der hört sich schon mal ganz gut an könnte man natürlich jetzt zum beispiel dann nach korinth hochgehen vielleicht könnte man korinth angreifen oder oder hier die nation die noch etwas unbekannt ist würde mal sagen wir lassen mal den bogenschützen da wir haben in rom sehr viel miliz wir packen die plünderer einheit hier rein und wir gehen mit euch jetzt auf die tour ich habe jetzt noch 18 punkte ich brauche 20 um nochmal zwei einheiten zu erzeugen dann könnte ja der bogenschütze noch mitgehen das wäre gar nicht verkehrt und dann mit zwei fetten einheiten richtung korinth marschieren das wäre ganz gut so stammestum könnte man noch die nahrung freischalten brauchen wir aktuell nicht wir sparen bei der regierung jetzt auf die ich glaube 25 punkte war es damit wir zumindest byzanz ich glaube byzanz ist erstmal besser wie ephesus integrieren können so kann ich jetzt hier nochmal eine stadt gründen es ist maximum eins anscheinend ja maximum eins von eins hier so lokale reform steigert die regionale effizienz alle generierten ressourcen so viel werden noch nicht generiert mit außenposten absorbieren wir haben aktuell noch keinen wir könnten nochmal eureka machen oder eine armee aus kriegsschar und bogenschützen herstellen ach das wäre aber auch ganz gut also dass wir hier wie heißt das blazing glories oder so richtung korinth marschieren dann mit zweieinhalb einheiten hätte ich natürlich auch ehrlicherweise bock jetzt kostet kultur dann sparen wir uns heutiger oder 10 wissen ist halt schon ganz schön gut wir würden dann hier gleich die forschung abschließen und wir holen uns die armee ist der jetzt hier oben erschienen so dann habe ich hier oben bogenschütze und die kriegerschar dann bringe ich den bogenschützen bringen wir euch mal zusammen und in der nächsten runde hoch passt dann bekomme ich regelmäßig kriegsführungspunkte plus eins in rom eins pro runde das heißt in zwei runden können wir dann nochmal die plünderer schar ausheben zwei einheiten das aztekenreich bietet uns offene grenzen an das ist jetzt natürlich hm er steht hier oben richtig würde ehrlicherweise ablehnen verdammt ach die lumpen die haben mich ja sehr angepflaumt als ich da eben mal oben mit meinem erkunde durchgelaufen bin deswegen hätte ich jetzt fast gesagt nein wird abgelehnt so dann gehen wir mal hier hoch äh korinth hat die hat jetzt statt militz zwei mal drei also da hat sich das auch schon wieder verbessert das heißt das wird nochmal schwerer dann ok wir werden es mal probieren ich werde aber vorher abspeichern wenn das wieder also so viele einheiten fordert ich weiß nicht ob sich das dann lohnt mit korinth so wir haben china getroffen und zwar hier drüben wahrscheinlich ja hier wir haben hier vorne unsere unsere kriegsschar wir holen uns die plünderer bringen die plünderer hier hoch bringen die plünderer hier hoch und der erkunder er wird wahrscheinlich also der könnte jetzt sich das hier holen oder er könnte hier hoch gehen ich glaube wir gehen erstmal links hoch das sieht für mich jetzt ein bisschen näher aus so dann ich weiß jetzt nicht ob die das stört wenn ich jetzt hier schon in die Grenzen rein marschiere aber was sollen sie machen ne was sollen sie machen wenn ich jetzt hier mich aufstelle ich bin sehr gespannt so wir haben jetzt neun punkt ich kann ein jagdlager noch machen jagdlager gibt uns achso jagdlager geht gar nicht gibt uns glaube ich nur nahrung wir haben in rom jetzt 184 also jetzt könnte man vielleicht dann auch wieder umstellen auf das grasland ach da ist ja ne moment da ist schon einer da könnte man einen rausnehmen dann hätte man zwei im grasland aber 184 hört sich noch ganz ok an oder und dann werden wir hier eine stadtwache wäre schon ganz gut auch um die unruhe dann zu reduzieren momentan null das passt wir holen uns die stadtwache sobald wir die dann benötigen also palisaden zäune wäre schon ganz nett mal feldlager hier vorne gibt uns kriegs ep arbeiterlager gibt uns produktion ich glaube dass sowas langfristig erstmal besser ist für die produktion wissen aber man könnte alles gebraucht einfluss wäre auch super damit wir uns vielleicht nochmal ein bisschen besser ausbreiten können wachtturm regierungspunkte gibt auch wie man einfach alles braucht wir fangen mal mit den kleinen sachen an weil alles andere dauert zu lange wir machen mal hier ein bisschen regierungspunkte damit wir schnellstmöglich dann die vassalisierung auch beenden können wahnsinn du einfach alles brauchst hier so ich habe ja ich habe hier nicht Moment ich habe zwei kundschafter wer hier unten achso stimmt ja wir haben hier doch den kundschafter der kundschafter hier der muss dann hier weiter ziehen wir müssen noch eine technologie auswählen ermöglicht einheiten sich durch dschungel und tiefwaldterra zu bewegen wir nehmen die arbeiter drei runden passt auch dann müssen wir aber nochmal eine runde warten weil wir hier nicht rechtzeitig ankommen in korinth mit allen einheiten also wir kommen zwar mit allen einheiten an aber können jetzt wahrscheinlich nicht mehr angreifen so du marschierst mal weiter ich laufe doch bestimmt gleich wieder irgendwelchen barbaren hier in die in die hand wobei aktuell überhaupt keine barbaren zu sehen sind irgendwie oh hier ist ein barbar und hier ist auch einer oh man na gut also hier unsere miliz versucht zu verteidigen wird belagert aktuell rom also müsste man hier dann mal gucken dass wir hier doch nochmal verteidigung reinbringen Byzanz genauso hier oben aber na gut es sind halt jetzt diese diese barbaren kriegsherren die hier angreifen aber in der nächsten runde sollte sich das erledigen rom hat immer noch ein bisschen miliz ja wobei 66% miliz nur noch nicht mehr ganz so viel müsste man noch aufbauen aber für uns ist erstmal hier dings korinth wichtig für uns ist erstmal korinth wichtig das heißt wir greifen dich mal mit der stärksten armee an statt biliz 2 ist das jetzt hier alter wir machen so wenig schaden an diesen guck dir das an an diesen palisaden es ist einfach nur abgöttisch hässlich ja 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 hä Moment einmal war hier palisade und einmal nicht was habe ich denn jetzt hier angegriffen wieso war denn hier von der seite keine palisade habt ihr das gesehen was war hä hä oder ich habe nicht die barbaren angegriffen hier hätte hier die bogenschützen oder hat korinth uns hier draußen angegriffen hm ich weiß es nicht keine ahnung na gut wir haben die arbeite durch für was ist denn die lehmgrube mensch für was ist die lehmgrube frage ich euch wir haben nochmal verbesserungspunkte bekommen sehr schön das heißt wir können endlich hier im zeitalter der bronze mal was machen also bergbau wäre schon mal ganz gut weil wir ja doch ein bisschen ja wobei wir haben einmal marmor hier ich dachte wir hätten ein bisschen mehr bergbau schiffsbau beamte disziplin für bessere einheiten ich würde sagen ja wir machen mal disziplin heieieiei also ist korinth ist wieder sehr stark mit der milizeinheit das ist wahnsinn so byzanz hat aktuell noch eine stadt miliz aber die ist auch gleich weg hier das passt der barbar ist hier raus ok ich greife jetzt einfach mal durchgehend an wahnsinn wie unfassbar stark aber es ist eine neue stadt wieder eine neue basalen stadt leute also wir haben gesiegt das blut zeitalter krise spitzt sich mit dem töten von nicht barbarischen einheiten zu drei von sechs ja wir sind ein bisschen dafür verantwortlich aber nur ein bisschen und jetzt müssen wir mal gucken wir könnten dich hier unten noch angreifen damit die einheit hier unten weg ist ja wir kümmern uns mal um dich hier unten ein schuss ein treffer und dann ist der schon mal weg das ist gut und vielleicht können wir ja du bleibst erstmal hier oben in korinth stehen und dann bringen wir euch zurück die lehmgrube ist eine geländeverbesserung erzeugt verbesserungspunkte ah guter punkt dann kann man die vielleicht irgendwo hier dazwischen setzen wo aktuell nichts blockiert wird hier drüben zum beispiel zwölf verbesserungspunkte kostet die das und dann bauen wir die hier aus oh produktion auch noch eins produktion ein verbesserungspunkt ist schon mal ne 100 prozent mehr wie aktuell jetzt hier so kriegsführung freiwillige sparen wir uns erhalte zusätzliches gold durch die zerstörung von verbesserungen ja das hätte man natürlich jetzt hier nutzen können für die palisade bringt plünderschar in der befreundeten siedlung hervor mehr bewegung wir holen uns mal das hier oben so hat es jetzt hier zusätzlich noch mal einheiten gegeben in einer befreundeten siedlung hat es geheißen oh hier unten ne hier unten sind die beiden was habe ich denn jetzt für einen bonus bekommen hier ah das ist die das ist jetzt hier eine möglichkeit dass wir hier dass wir hier die plünderer erstellen das haben wir bekommen plus zweimal plünderschar noch fast gut also die plünderschar bleibt erstmal hier unten das ist gut wir haben weniger verluste gemacht hier oben wie ich befürchtet habe und da warten schon wieder die barbaren auf uns wir gehen außen rum hoffentlich wir holen uns hier noch mal ein dorf ein dorfältester lehrt neu deckweisen zehn kultur oder zehn innovationen wir haben aktuell überhaupt keine innovation ich hätte gesagt ich setze alles erstmal auf die kultur ein bisschen schade dass wir keine landmarken mehr entdeckt haben für das helden zeitalter ihr bleibt jetzt erstmal hier drin stehen oh jetzt wird hier korinth noch mal angegriffen müssen wir mal gucken aber wir konnten uns anscheinend ganz gut wehren wenn ich das richtig sehe ja passt so dann wirst du mal hier rüber gehen nach ephesus du gehst hier rein guck mal nach byzans 25 regierungspunkte brauchen wir ephesus wäre auch schon soweit korinth ist in neun runden soweit oder ja also merkt euch mal 25 regierungspunkte nicht immer alle ausgeben ganz wichtig justa einen wunderschönen vormittag ist das mittlerweile und auch dir frohe ostern wir müssen vielleicht gleich mal in die behausungen auch investieren weil das ja demnächst jetzt kommt das heißt wir können eigentlich gleich mal behausungen setzen und dann haben wir hier schon mal ein bisschen ach Gott guck dir das an guck dir das an ich werde wahnsinnig diese vermalledeiten Barbaren jetzt werden natürlich oft der Grenzen mit dem Aztekenreich ganz gut jetzt bräuchten wir das ich frag mal kurz an so Nachricht gesendet bekomme ich da gleiche Rückmeldung oder dauert das jetzt eine Runde oh das dauert anscheinend jetzt ist natürlich blöd Mist wir ziehen uns zurück ich verliere meinen mein Kundschaft hier oben gleich wieder das weiß ich jetzt schon so jetzt können wir hier befördern Anführer verstärken ihre Armee mit taktischen Fähigkeiten das Problem ist ich weiß jetzt nicht wer hier befördert wird ist das der Bogenschütze hier? der hat hier so ein Beförderungszeichen es war der Bogenschütze ok das ist gut weil der die Plünderschar hier natürlich die besseren Werte noch hat das ist vollkommen legitim so ihr bleibt hier oben stehen in Korinth wir gucken mal hier rüber oh offene Grenzen angenommen Dankeschön das freut mich sehr das heißt wie komme ich denn jetzt hier am besten durch Mensch muss ich jetzt echt außen rum richtig außen rum laufen Ephesus wurde erfolgreich verteidigt auch ganz gut aber wir sind gut aufgestellt jetzt ich will dich zu weit vorgreifen aber wir sind erstmal ganz gut aufgestellt so hier ist wer ist das? das ist aber auch neu hier das ist nicht China das ist jemand anders Spanien ist das wir haben Spanien entdeckt wir haben Spanien entdeckt ok was habt ihr für eine Meinung um Start weg jetzt 10 gleich mal ok alter wie die die Azteken wie die Barbaren es hier auf meinen den Kundschafter abgesehen haben guck dir das an müsste ich hier eigentlich gleich mal mit den Ephesus Einheiten hochlaufen wir bringen mal eine das sind jetzt zwei Bogenschützen ich würde mal diese Plünderschar hier hoch bringen und dann wird die wahrscheinlich von Korinth aus hier dem Kundschafter zu Hilfe eilen denke mal das ist dann der Plan guck dir die KI an wie sie hier wieder die ganzen Barbaren aus dem Dorf treibt es ist unfassbar so für Rom brauchen wir etwas Neues wir haben das Stadtzentrum gebaut wir bekommen nochmal Regierungserfahrungspunkte wir werden mal hier den boah das wäre denn ganz gut hier für Wissen vielleicht nochmal wobei uns hier die Produktionspunkte auch ganz nützlich wären wir nehmen mal das Arbeitslager zwölf Runden ist ewig lange was gibt es ja nicht hier Wahnsinn so wir versuchen mal hier zu flüchten Richtung Aztekenreich dann es ist Wahnsinn hier unten zwei hier ist einer das hier ist wer ist das hier das Deutschland das ist anscheinend Deutschland hier oben ein Speer na gut aber langsam entdecken wir hier die ganzen Leute Byzanz wird angegriffen zwar hier unten kein Problem für die Leute so jetzt bringe ich euch mal hier raus in der Hoffnung dass wir hier die Barbaren mal besiegen 63 gegen äh 40 wenn ich hier rein achso ich kann in die Stadt kann ich nicht rein laufen das geht leider nicht so hier wird aha geplündert das können wir natürlich nicht zulassen sie trotzdem so viel Schaden machen hier gut muss man diese Lehmgrube jetzt wieder aktiv repariert die raucht nämlich jetzt schon ganz schön so so wir versuchen zu flüchten ein mysteriöser Dschungel hier ist aber ganz schön was los guckt euch das an Spanien Deutschland wir können die Kulturkraft verwenden allerdings äh okay Kulturkraft wir müssen aber auch die Regierungspunkte jetzt einsetzen und zwar für Byzanz hier oben Byzanz wird integriert ein freudiges Ereignis das relativ unspektakulär abläuft was wir jetzt machen können ist wir können jetzt nochmal sparen Plünderer erstellen ne wir sparen hier wahrscheinlich noch auf diese 30 Punkte wir können auch Kultur investieren äh in Byzanz zum Beispiel könnte man jetzt eine Stadt gründen hier oben wenn ich das richtig sehe genau hier unten geht ja keine aber hier unten äh hier oben könnte man Byzanz erweitern zum Beispiel jetzt hier oben rein oh ich kann hier auch Moment ich kann bei Vasallen auch eine Stadt bauen uh das wusste ich nicht weil dann würde ja hier vielleicht das sogar mehr Sinn machen wenn man hier die Bereiche gleich mal abdeckt oder man geht hier rüber würde hier nochmal Wolle Fleisch bekommen zwar doppelt ja wobei hier auch nochmal ah dann könnte man hier vielleicht so zumachen General Rio ein Wuteschön guten Morgen hallo ich würde sagen wir setzen es mal hier rein oder in die Mitte dann erweitern wir jetzt quasi für Korinth hier oben aber Korinth wird ja sowieso irgendwann mal Teil von Rom und dann passt das schon so Byzanz wie sieht es denn aktuell jetzt bei dir aus wir haben aktuell einen ein Bevölkerungspunkt der Bevölkerungspunkt wird wahrscheinlich eingesetzt entweder für 150 und Produktion oder für 200 wir gehen erstmal auf die auf die Graslande damit wir relativ schnell die Bevölkerung erhöhen können zwei Runden und dann können wir immer noch auf die Produktion gehen so gebaut wird hier keine Ahnung vielleicht Palisaden Zäune um uns hier oben besser verteidigen zu können Stadtwache es ist einfach so viel Zeug wir bauen mal die Dolmen für den Einfluss ich habe noch nicht so ganz herausgefunden vielleicht weiß das einer von euch kann ich irgendwo sehen wann sich das Gebiet vergrößert ich habe zwar schon mitbekommen dass Einfluss dafür sorgt dass man quasi das Gebiet vergrößert aber man sieht jetzt nicht was als nächstes kommt oder Deutschland hat sich um die Barbaren gekümmert zumindest teilweise das ist gut für uns wir bringen uns mal in Sicherheit hier ist auch nochmal ein Barbar es ist einfach zu viel zu viel Barbarei hier oben auch nochmal zwei also wir versuchen mal hier die Leute zu gehen ich hoffe es der Weg ist nicht umsonst ich hoffe das hier ist immer noch da so du bleibst hier stehen mein guter wir können ja hier mal auf Barbarenjagd gehen oder Zeitalter des Blutes ich denke mal da passiert jetzt nichts oder 3 von 6 Cesaro einen wunderschönen Vormittag Hallo äh äh was ober den weiter Knopf wo die zwei Pfeile sind beziehst du dich auf die Erweiterung was hier da kann ich ja nur wechseln zwischen den entsprechenden Städten auf was beziehst du dich Cesaro ob ich am Montag früh auch streame äh bin ich aktuell noch am überlegen also morgen gibt es auf alle Fälle einen tollen Stream mit Off Life & Land ein neues Survival Aufbauspiel mit einem Giveaway zwei Keys werden wir während des Streams verlosen ein tolles Spiel ich habe schon rein spielen dürfen heute Abend gibt es auch also ich gehe jetzt nochmal rein nach Rom aber wo sehe ich jetzt hier welches Gebiet als nächstes angeschlossen wird wo sehe ich das wo wir haben aktuell zwei Unruhe auf der großen Karte meinst du wo rechts unten okay ich blende mich mal ganz kurz aus rechts unten ich habe jetzt hier Armee auf der Mini Karte umschalten Grenzen Produktion hier das sind die zwei Pfeile jetzt sieht man das 0,24 wahrscheinlich pro Runde und man sieht jetzt auch das Feld zum Beispiel hat jetzt 15,15 Punkte und wir bekommen pro Runde 0,24 das heißt in keine Ahnung 60 Runden aber sehr viel Zeit oder 60 Runden gehört uns das ist alles sehr wenig 0,24 0,24 0,24 0,26 0,25 0,99 0,25 0,25 0,25 0,26 0,29 0,26 0,26 0,26 0,30 Jaja, es wird natürlich immer schneller dann je bessere Gebäude du baust, aber ich habe das schon richtig gerechnet. Zum derzeitigen Zeitpunkt 15,15 geteilt durch 0,24. 63 Runden quasi. Ok. Gut zu wissen. Dankeschön für den Tipp. Perfekt. So, wir gehen mal wieder zurück nach Rom, damit in Rom hier die Unruhe in Schacht gehalten wird. Oh, jetzt habe ich sie repariert. Ich weiß aber nicht, was mich das gekostet hat. Jetzt wahrscheinlich Verbesserungspunkte. Können wir nochmal gucken. Das kostet mich 6 Verbesserungspunkte, um die Lehmgrube wieder zu reparieren. Das ist ja unerhört. Wenn ich die Lehmgrube nicht repariere, dann macht sie auch nichts. Also das ist ja diese Barbarerei. Eieiei. Paiowa, einen wunderschönen Vormittag. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Deine Ausdehnungspunkte werden durch alle angrenzenden Felder geteilt. Ja. Das heißt, je größer du wirst, umso mehr wird es auch aufgeteilt. Und Myrna einen wunderschönen guten Morgen. Auch dir. In den YouTube Chat. Ihr haltet die YouTube Fahne hoch. Sehr schön. So, kann ich hier noch was machen? Nichts kann ich machen. Ich habe 25 Kriegsführung. Wir brauchen 30 Punkte hier. Erkundung. Wir brauchen wieder die Regierungspunkte. Für Ephesus oder Korinth. Wobei mir ehrlicherweise Korinth ein bisschen lieber wäre, weil hier schon die Stadt ist. Aber Korinth braucht noch. Wobei, vier Runden. Braucht 38 Regierungspunkte hier. Eieieiei. So, wir gehen mal weiter auf die Jagd nach Barbaren hier oben. Wo ist denn? Jetzt ist hier auch wieder einer. Das ist einfach zu viel, diese Barbarerei. Es ist einfach viel zu viel. So, ihr haltet die Stellung. Wir haben hier einen. Hier. Und Korinth ist momentan keine Einheit. Da könnte man vielleicht so eine Plünderer Schar auch wegnehmen. Aber wir verteidigen erstmal Ruhm. Das ist wichtig hier unten. Ruhm hat nur noch 130% Nahrung. Das heißt, vielleicht müssten wir doch vorher noch Regierungspunkte in das, in den Ackerbau verwenden für die Nahrung. Ich könnte immer alles gebrauchen aktuell. Das ist das Schlimme. So, Spanien, offene Grenzen. Kann ich mal akzeptieren. Habe ich kein Problem damit. So, die Barbaren sind uns auf der Fährte. Oh, eine unentdeckte Landmarke. Super. Dass die noch da ist hier. So, wir haben die Disziplin erforscht. Speerträger-Einheit kann produziert werden. Streitwagen-Einheit. Eine Verstärkung Domänenkraft. Kriegsführung ist das hier drüben. Stellt einen Teil der Gesundheit und Moral für eine Armee auf Kosten von Kampf-EP wieder her. Das ist gut. Dann Gewaltmarsch gibt es noch. Und erhöht die maximale Armeegröße. Ist auch richtig gut. So, Beamte. Diplomatie. Können Kultur durch Vermögen beschleunigen. Ein Gesandter wäre schon mal ganz nett eigentlich. Verbesserungspunkte. Gehen wir mal in die Verbesserungspunkte. Ich habe aktuell so wenig verbessert, dass das grausig ist. Ich habe nur eine Verbesserung aktuell in Rom. Zwei habe ich jetzt schon. Einmal die Lehmgrube und einmal hier unten die Schweinchen. die Kühe. Und das war's. Nikolaus, einen guten schönen Vormittag. Hallo. Das Aztikenreich schlägt eine Allianz vor. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier zumache, wird abgelehnt, oder? Ich glaube, das war in der Demo so. Ich würde gerne ganz kurz mir die Verhältnisse anschauen. Man sieht die ein bisschen hier unten. Wir sind uns ja schon sehr nahe. Also hier kommt es unweigerlich oder würde es unweigerlich zum Konflikt kommen. Mit dem Aztekenreich. Ich würde es ganz gerne annehmen, ehrlicherweise. Azteken und Rom. Ich hatte gerade den gleichen Gedanken, Akadol. Azteken und Rom. Das passt doch wunderbar. Wir haben noch Schweden kennengelernt. Sehr schön, wo auch immer die sind. Vielleicht ist er dann nicht so sauer, wenn wir dann irgendwo hier rüber wachsen noch. Das gibt es doch nicht. Guck dir das an. Wie Barbaren hier rumlaufen. Ich hoffe, ich bekomme hier das Lager noch. Mensch, es ist. Kann ich denn hier jetzt schon? Moment mal, kann ich denn hier? Ah, Naturwunder entdecken. Sehr schön. Ein hoher Berg wurde entdeckt. Erkundungs-EP und Kampf-EP. Okay, das ist einfach nur ein hoher Berg. Okay. Hat keinen Namen anscheinend. Hier oben mysteriöse Dschungel. So, wir gehen mal kurz auf Barbarenjagd hier unten, liebe Leute. Wir brauchen 35 Regierungspunkte. Kriegsführung. Und 30 für die Plünderer. Stellt einen Teil der Gesundheit her, brauchen wir nicht. Gewaltmarsch. Ah, Gewaltmarsch kostet dich dann auch nochmal Gesundheit. 10% Gesundheit. So, wir wurden angegriffen hier oben, wenn ich das richtig sah. Habe ich die Einheit komplett aufgerieben? Komplett aufgerieben. Sehr gut. Und wir haben kaum Schaden genommen, wenn ich das richtig sehe. Ja gut. Wir haben ja den Anführer noch mit dabei. Und zwei Plünderscharen. Wir könnten noch einen Bogenschützen hier reinbringen. Kann man jetzt eigentlich diese Einheiten auch upgraden? Hier. Ich kann mich erinnern. Diese Kriegsschar hier kann man upgraden. Und kostet uns drei Kriegs-EP. Würde ich jetzt auch mal machen. Die können wir uns leisten. Wir holen uns nochmal zweimal Plünderer-Schar-Einheiten. Zusätzliches Gold durch die Zerstörung von Verbesserungen. Oder mehr... Oh, mehr Bewegung ist schon mal ganz gut. So, das heißt, hier vorne sind vier Einheiten. Da würde es sich ja lohnen, wenn wir nochmal eine hier zur Verstärkung hier hochbringen. Dann bleiben die Bogenschützen mal zurück. In Ephesus. Und verteidigen nur. Du bekommst dein Upgrade. Bist jetzt ein Speerträger. Wie ist der jetzt im Vergleich zu den Plünderer-Einheiten? Angriff 11. 16. Verteidigung. Gesundheit 50. Angriff 12. 11. 50. Annähernd gleich. Bisschen besser sind die Plünderer noch. Gut, aber das war jetzt die einzige Einheit, die wir noch nutzen konnten. Wer ist das denn hier oben? Ach, die Azteken. Ich kann mit den Azteken ja leider immer noch nichts machen, weil ich keinen Gesandten habe. Leider. So, natürlich hat er hier meinen Dings angegriffen hier. Na gut, also die letzte Aufgabe, die der Kundschafter hier noch macht, ist, er holt sich das Dorf hier vorne. Flussdamm. Ein kleines Dorf hat am Flusslauf einen Damm errichtet und damit ein Reservoir geschaffen. Wir bekommen Ingenieurspunkte oder Kriegspunkte. Ingenieurspunkte brauchen wir aktuell eigentlich noch nicht, deswegen holen wir uns die Kriegspunkte. Oh, jetzt hat es geklingelt bei mir im Moment. Wie im Moment. Wie im Moment. Wie im Moment. Amen. 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 Lagrant einen wunderschönen Vormittag. Hallo. gut was mache ich jetzt mit dir du bist dem tode geweiht mein guter du wirst das wir könnten dich theoretisch zurück rufen richtig neu gruppieren für fünf erkundungspunkte könnten wir dich zurück holen die frage ist lohnt es sich dich zurück zu holen wir könnten den bereiche noch erkunden im westbereich warten wir noch gar nicht da kommen wir holen dich mal zurück wie das zurück animiert wird so gut so und gut mehr kannst du aktuell jetzt nicht mehr machen und unser kundschafter hier im osten der kann noch ein bisschen hier weiter erkunden sehr gut dann haben wir hier doch noch mal den barbaren ein schnippchen geschlagen sehr schön so unser speerträger der bleibt erstmal hier in byzanz dann ich glaube dass zwei plünder schaden hier ja reichen oder in rom wir haben ja auch noch die miliz ich packe noch mal eine plünder schaden hier hoch werden mal eine plünder schaden hier rüber bringen und mit dir hier vorne dann vereinen ja dann der speer ist hier in ephesus gelandet wahrscheinlich immer die nächste stadt wo der dann an landet das heißt wir bringen dich jetzt mal ja wir bringen mal dich hier und dann werden wir hier erst noch die stellung halten und nicht mehr machen dass hier oben einheiten anderer nation im kampf getötet drei von sechs das war vorher schon das war ja vorher schon kann ich da jetzt noch angreifen mit euch nie also die barbaren haben uns noch mal angegriffen und es hat auch wieder kaum schaden gemacht wenn ich das richtig sehe ich meine er ist allein natürlich doch doch mehr schaden wie ich dachte jetzt noch mehr schaden dann werden wir euch mal zusammen bringen ihr werdet hier heilen während die zweite einheit hier hoch läuft dann unser speer hier unten das läuft ja fantastisch ich speier gleich mal ab hier das läuft ja besser wie ich vermutet habe so der speer hier drüben noch mal ein dorf sehr schön so offene grenzen mit china im osten da würde ich aber ehrlicherweise jetzt ablehnen wir werden uns nur auf die azteken konzentrieren und mit denen die freudschaft schließen nicht mit china knaller apps einen wunderschönen vormittag hallo keine eigene nation gemacht ich habe in einem ich habe vorgestern mal der nation gemacht aber es ist komplett egal es ist sowas von irrelevant ob du eine eigene nation machst oder nicht ich habe auch gar keine ambition da eine zu machen weil irgendwie mal lohnt sich auch irgendwie nicht eine verirrte bogenschützeneinheit schlägt ihr lager auf versteckt sich vor barbaren 20 kriegsep oder bogenschützen wir holen uns lieber die kriegsep ist mir lieber weil bis die bogenschützen jetzt hier wieder zurücklaufen und so das dauert ja sowieso wieder ewig lange so bist du jetzt geheilt worden noch mal nie würd sagen ihr bleibt noch mal ganz kurz hier stehen und halt euch ihr lieben das aktuell ein eine moral von gesundheit 34 von 50 merkt euch mal 34 so wir haben 52 das heißt wir könnten bei den plünderern auf die nächste plünder hier kann ich mir das okay die kosten mich ja gar nichts die plünderer schar einheiten kosten mich ja nichts oder wir haben immer noch plus sechs das heißt wir machen noch mal die zwei plünderer einheiten vor dem schießpulver 100% brandschatzungs multiplikator werden wir wahrscheinlich jetzt nicht brauchen denke ich mal jetzt habe ich hier schon wieder zwei wahnsinn das heißt ich bringe einen hier hoch und der nächste kommt hier hoch es ist ja wahnsinn wie viele einheiten man hier bekommt hier bleibt stehen da wäre ja vielleicht doch überlegenswert ob wir nicht doch noch schnell hier rüber marschieren leute mit unseren einheiten oder und uns nochmal eine stadt holen hier nanoro dankeschön für den siebten monat vielen dank für deine unterstützung dankeschön für den sap also jetzt habe ich ja so viele einheiten zumindest könnte man mal gucken wie denn hier so das das aufkommen ist hier drüben ach hier direkt neben uns wäre eine landmarke gewesen mensch und die azteken haben es bekommen ich fasse es ja nicht wo der kundschafter der geht mal nach westen hat eigentlich der kundschafter der kundschafter hier oben war weg ihr seid jetzt aktuell bei ok 34 wir gucken mal in der nächsten runde wie sich das auswirkt das warten 39 also 5 punkte aber wir ziehen mal weiter wir gehen mal in Richtung Barbarendorf hier so Olympia hat aktuell dreimal Stadtmiliz und Palisade also das ist ok das ist doch ok wir machen uns auf den Weg hier rüber ich weiß noch nicht so ganz wie sich die Stadtmiliz selbst wieder auffüllt vielleicht weiß das einer von euch weil ich nach den Angriffen hier immer diese dieses Symbol habe also muss ich hier aktiv vielleicht dann sogar Stadtmilizen bauen dachte eigentlich die heilen sich dann über ein paar Runden wieder aber das dauert schon sehr lange ah hier vorne schon wieder ein barbar die Seuche hier barbaren Seuche ja natürlich greift er auch gott das sind ja gleich drei oh man es ist es ist so zu ich will es nicht aussagen laut sagen aber es ist so zum Punkt 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 ne es ist so furchtbar so so ihr geht mal hier rüber barbaren zweimal barbaren sogar bongo karl ein wunderschönen guten morgen hallo in meinem run habe ich nur zwei hauptstädte gegründet der Rest ist nur erobert wir haben auch wir haben auch Byzanz ist selbst gebaut und die beiden hier oben sind erobert KI hat Player Bias oder trifft es die anderen auch so kann ich dir noch nicht sagen dafür habe ich zu wenig gespielt bisher Runde ist aktuell 42 hier oben steht die 2900 vor Christus so die Gemeinschaft ist abgeschlossen wir müssen wieder Verbesserung investieren ein Kran gibt anscheinend auch Verbesserungspunkte wenn ich das richtig sehe dann Sägegrube gibt Ingenieurspunkte Produktion oh der Brennofen wandelt Lehm um in Backstein zwei Produktion zwei Verbesserungspunkte ja das wäre natürlich ideal neben unserem Feld hier oder zwei Weizen Reis in Mehl umwandeln das kostet 19 Punkte das könnte man jetzt sogar schon bauen Mensch so Glaube für Wissen wäre ganz gut Wissen und Kultur Beamte Diplomatie Bergbau Schiffsbau wir machen mal das wir glauben und werden eine Verbesserung einplanen ist nur die Frage ich habe hier oben noch einen Platz der frei wäre der muss jetzt aber nicht daneben sein oder dieser Brennofen es reicht wenn der einfach nur ich speichere mal lieber Feuer ab es reicht glaube ich wenn der einfach nur eben innerhalb der Grenzen ist Predator One einen wunderschönen guten Morgen und Dankeschön fürs Folgen Willkommen aber ich würde halt gerne auch andere Sachen noch machen wir sind bei 130 Nahrung also es würde auch Sinn machen dass wir hier Plantagen machen Plantage kostet mich 15 Punkte aber hier mit dem Brennofen bekomme ich halt auch gleich wieder Verbesserungspunkte dann dazu eigentlich müssten wir dann plus 4 Verbesserungspunkte haben oder ne plus 3 müssten es sein weil wir aktuell 1 4 bekommen so ich setze den hier oben genau plus 3 erst auch wir gucken mal kurz nach Byzanz momentan genau 2 im Grasland und einer im Wald ich habe nur 117 Nahrung Wahnsinn ich glaube wir müssen als nächstes dann mal den Nahrungsvorrat angehen Bulli einen wunderschönen guten Morgen Hallo so wir gucken mal was mit unserem was mit unserem Kundschafter hier passiert unsere Leute werden leicht angegriffen offene Grenzen mit Schweden abgelehnt ich weiß nicht mal wo Schweden aktuell ist also die haben wir uns angegriffen hier oben haben uns leichten Schaden zugefügt genauso hier unten würde aber trotzdem jetzt mal versuchen Olympia einzunehmen dafür speichern wir vorher und schauen mal ob wir das mit einigermaßen wenig Verlusten hinbekommen also erstmal mit euch hier rein oh die Palisade beim ersten Mal gleich zerlegt das ist schon mal richtig gut vielleicht schaffen wir es sogar in einer Runde na Bogenschützen na die Bogenschützen sind schwach na gut also ich hoffe in der nächsten Runde dann wahrscheinlich wird es jetzt so sein dass Barbaren nochmal kommen und uns hier noch verprügeln ich hoffe mal nicht so Schweden kommt zurück ob mir das Spiel immer noch gefällt ja das wusste ich aber auch schon vorher weil das weil die Demo ja schon so viel Spaß gemacht hat so kann ich hier noch rein achso Moment wir könnten vielleicht das Barbarenlager kann ich direkt angreifen jetzt ja das Problem ist da ist Barbarenverteidiger 2 und Palisaden ist wahrscheinlich geschickter wenn wir erst hier die Leute angreifen dann äh die Plünderer habe ich in der Demo gar nicht gespielt deswegen weiß ich da auch gar nicht wie gut die waren so Hauptstadt Rom Rom ist bei 110 aktuell wie sieht es denn hier aus bei euch also wir was wir nicht besetzt haben sind die Behausungen was machen denn die Behausungen die geben uns auch nochmal Vermögen ah also das hier würde ich schon mal gesetzt machen auf alle Fälle ah gibt es hier irgendetwas das uns nochmal ein bisschen Nahrung gibt leider nicht wissen Besserung hm ja wir brauchen unbedingt Verbesserung ich investiere nochmal in die Verbesserungspunkte weil ich so wenig habe beschleunigen geht aktuell nicht ich habe 136 Geld wir haben 34 wir brauchen 38 für die Übernahme des Vasallen richtig oder 35 von Korinth 38 das heißt in der nächsten Runde geht es noch nicht Erkundungskundschaft der Kriegsführung Plünderer 60 Punkte und Ingenieurskunst ist auch noch nichts da ja ich habe halt momentan noch keine Verbesserung ich habe keine Verbesserung ich habe hier eigentlich Zeug ich hätte hier nochmal zweimal Reis was schon mal ganz gut ist ähm wir haben hier oben noch die Trauben ich weiß gar nicht ob die Trauben auch Essen liefern aber wahrscheinlich nicht aber zumindest den Reis könnte man schon mal ganz gut nutzen aber momentan äh ich brauche 15 Punkte ich habe nicht viele Verbesserungspunkte das ist das Problem so ich werde angegriffen und zwar hier drüben war das wir haben die Einheit vernichtet das ist schon mal nicht schlecht ich würde auch sagen wir holen uns mal die hier bevor die hier dann nochmal irgendwie Quatsch machen und dann ist die Frage ob wir hier dann noch angreifen der nächsten Runde habe ich hier einen Anführer dabei ja wir könnten für 10 Kriegs EP die Leute auch wieder verstärken hier kannst du einen Alarm bei der Plantage machen dann vergisst man es nicht mit Steuerung und Schiff können wir ganz gerne mal ausprobieren äh Plantage Steuerung um eine Erinnerung zu setzen so jetzt hat er hier ein kleines Klingel Symbol und dann holen wir uns mal kurz Olympia oder Sieg 30% unentschieden 70 hätte ich ja fast gesagt dass wir vielleicht mit der mit der kleinen Einheit die erstmal auflösen lassen um nochmal ein bisschen Schaden zu machen damit wenigstens eine übrig bleibt eine Einheit die noch ein bisschen mehr an Moral hat das wäre gar nicht schlecht Oh Gott die haben ja gar keinen Schaden gemacht jetzt oder außer Palisade Es ist schon sehr anstrengend es ist richtig anstrengend hier den Schaden zu machen Wahnsinn Ei 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 ok das hat nicht so funktioniert wie ich mir das ausgemalt habe ach so moment über fluss angreifen ist moment das ist ein unterschied das hier irgendwo also hier steht nix macht das wirklich einen unterschied probiert es noch mal kann ich ja hier rüber laufen und dann hier angreifen so geht nicht ist denn hier der fluss geht ja hier wer durch oh man jetzt kann ich nicht mehr angreifen da muss einen wunderschönen guten morgen hallo so wir holen uns noch mal ein dorf regierungspunkte wir brauchen regierungspunkte und werden korinth integrieren hier ist noch mal was das baumwolle hicks führung habe ich jetzt 74 punkte kann ich mir noch mal vielleicht plünderer erstellen in byzanz bringt plünderscharen in der befreundeten siedlung eine aber nur können auch noch mal unsere armeen verstärken kann ich nicht weil stellt einen teil der gesundheit und moral für eine armee auf kosten von kampf ep wieder her nur für eine armee möglich die sich innerhalb feindlicher grenzen befindet aber sind das keine feindlichen grenzen hier anscheinend nicht anscheinend nicht so speerträger könnte man sich noch holen also wir holen uns mal mit 60 punkten zwei plünderer schareinheiten 1,2 angriff gegen milizeinheiten gibt's hier moment können können das noch mal ausprobieren als geht nicht mehr rückgängig schade dann hätte ich das gerne noch mal ausprobiert hätten wir mehr schaden dann an olympia gemacht so die kommen natürlich unten in rom raus das ist klar aber wir sind sehr zackig unterwegs mit den straßen so wir gehen mal hier nach süden wir haben eine inaktive region und zwar korinth korinth bekommt aktuell was hast du denn aktuell hier einen arbeiter der geht erstmal ins grasland korinth wahrscheinlich auch wieder produktion erstmal ganz gut oder regierung produktionskosten ist alles sehr sehr der streitwagen sieht ja schon ganz prächtig aus 16 angriff hat ja er sieht ja mega prächtig aus feldlager wird mal das arbeitslager 24 runden viel zu lange viel zu lange mach mal das stadtzentrum so wo ist mein ding hier 15 barbaren hier gut dass die arzteken hier uns ein bisschen die barbaren vom hals halten jetzt die frage ob man hier auch einen malus hat beim angriff über den fluss mit dem mit der brücke hier leicht vielleicht auch nicht so also dann werden wir mal die truppen hier oben verheizen wie die fliegen fallen die hier nicht dennoch wenn ich hier eine einheit dazu setze ist wahrscheinlich egal oder wir machen es mal so steht jetzt hier irgendwas mit hier verteidiger bonus plus überquerung okay also das heißt das heißt es macht keinen sinn auch nicht hier anzugreifen der fluss der geht hier entlang jetzt siehst erst da könnte man ja hier stehen bleiben okay dann werden wir noch eine runde warten kann mit euch leider nicht hier runter laufen dann bleibt ihr erstmal stehen versucht euch nochmal zu heilen vielleicht greifen die 15 an und wir kümmern uns hier oben um das kleine dorf hier keinerlei verluste sehr schön die barbare tragen seltsame geräte die ihre bügen und schleudern mit mechanischer unterstützung aufrüsten vielleicht können ihre rudimentären geräte überprüft und in die waffenlager von rom integriert werden 15 produktion auf rom hört sich richtig gut an chaos würde ich mal vermeiden gefällt mir dann können wir euch jetzt eigentlich nach hause bringen ihr lieben entlassen kann man die auch aha so wir flüchten mal vor den barbaren hier unten dann ich kann hier gar nicht durch ich kann hier nicht über die berge das ist ein bisschen schade bitte was ist mit armbrust habe ich etwas übersehen die armbrust habe ich übersehen so byzanz braucht auf alle fälle ein bisschen nahrung jetzt auch byzanz braucht ein bisschen nahrung dann werden wir euch noch im auge behalten hier olympia ist sehr zäh ach jetzt wenn aber hier die arzteken kommen und sich das schnappen dann werde ich aber sauer hier nein schweden vorschlag ablehnen kann halt leider nur den fluss überqueren aber dann nicht mehr angreifen das ist das große problem das ich habe werde noch eine runde rasten das ist das große problem das ich aktuell habe ach so eine stadt auch du meine güte eine stadt gibt das wusste ich gar nicht jetzt nimmt hier unsere kultur ab minus sieben von regionen wie wird das denn berechnet ich habe jetzt aktuell moment ich habe jetzt zwei was ist denn das für eine komische berechnung ich habe doch jetzt die punkte ausgegeben ich will doch jetzt nicht die wieder zu basal machen wenn ich die zu basal mache bekomme ich dann wieder punkte da muss es eine andere lösung geben wir erforschen aktuell den glauben und ich glaube da war irgendwas mit kultur mit dabei kultur plus eins ok da war nicht so viel mit kultur dabei weniger wie ich dachte oh man oh man oh man und wir haben in rom nicht mehr genügend nahrung sehe ich gerade das heißt wir müssen vielleicht mal die den brennofen hier kalt werden lassen und stattdessen hier ins grasland investieren 96 nur noch wir brauchen unbedingt jetzt dann hier die plantage und da kam jetzt die meldung mit dem der plantage also dann setzen wir die hier mal rein hier unten dann sind wir bei hat das jetzt überhaupt irgendetwas gebracht die plantage zwei nahrung hat das gebracht zumindest die lehmgrube wird jetzt noch genutzt vom gegner besetzt das weideland ist vom gegner besetzt was denn jetzt hier los ach hier unten tatsächlich deswegen goddammit die vermaledeiten Barbaren so wir gehen weiter hier sind auch wieder Barbaren das sind einfach zu viele hier auch wieder Barbaren ja gut ok Fokus Olympia Rom wird angegriffen aber Rom müsste sich ganz gut wehren können ja Rom hat sich gut gewehrt das heißt aber das kann wieder besetzt werden hier dann sind wir jetzt bei 140% ja zu schnell wachsen das ist das das ist zu schnell wachsen Brennofen lassen zweimal Bauhöhe plus Mühle wenn du mir sagst woher ich die bekomme dann stelle ich das gerne ein ok also die plantage bleibt das weideland bleibt die lehmgrube bleibt das ist auch ok der Brennofen bleibt erstmal aus und das war's gut komischerweise achso das hieß Grasland auch ja wir brauchen nochmal die Plantage dann so hat jetzt äh hier die Azteken haben auch nochmal Schaden genommen ich glaube aber durch die Barbaren ich glaube nicht dass die Olympia angegriffen haben so sieg 100% wir machen das mal und die Verluste halten sich in Grenzen Kriegsgefangene erlaubt den Menschen wir versalisieren oh 5 von 6 für die Blut das Blutzeitalter ich glaube wir sind der einzige der hier so rum lamentiert also ich glaube jetzt reicht es jetzt erstmal wir müssen jetzt erstmal wieder gucken auf ein dass wir auf ein grün 2 kommen hier das ist wichtig wir könnten die Barbaren noch angreifen wenn das möglich ist geht das anscheinend nicht na gut dann bleibt mal hier vielleicht in der nächsten Runde was für ein Fiasko jetzt hier das hier ist Argos ok wir müssen uns mal verdünnisieren guck dich mal an hier ist alles voll mit Barbaren alles voll hier das ist äh ja keine Ahnung was ich davon halten soll kann ich dich doch woanders hinschicken wir könnten theoretisch hier hoch gehen an den Azteken vorbei hier wäre sogar noch was guck dir das an das hier getrennt durch ja Meer müsste man außen rum gehen aber hier wäre noch was vielleicht dass wir unseren 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 Dings nochmal Kundschaften nochmal zurück rufen der Azteker hat frechenden Außenposten gesetzt den hier direkt an Korinth ja ist aber unser Bündnispartner also das ist okay hier oben ich hätte ja fast gesagt so alles unterhalb dieses Flusses hier der sich hier so durchschlängelt das gehört zu Rom alles oberhalb kann dem Azteken gehören guck dir an der hat 10 Leute hat der hier drin wer hat der denn wir haben aktuell 5 wer hat der denn 10 Leute hier rein bekommen beim Zeitalter des Blutes werden es ein klein bisschen mehr Barbaren meinst du ähm wir können ja mal ganz kurz gucken wo war das denn ich würde das gerne mal glaube das kann man sich das anschauen anscheinend nicht na gut ja ich werde das jetzt nicht forcieren und ausrufen dann das alte Maid steht direkt daneben 2400 vor Christus du kannst auch Arbeiter anheuern äh was meinst du mit Arbeiter anheuern über die Punkte hier wir können auf alle Fälle hier im Stammesdings mal weitermachen weil wir momentan nicht mehr Vassalisieren äh nicht mehr integrieren das heißt wir werden mal das hier die Punkte hier mitnehmen dann brauchen wir nur noch 25 um das Stammestum abzuschließen für die Erkundung könnte man nochmal Kundschafter hier oben erstellen wir rufen mal dich zurück weil hier unten ist ja kein Durchkommen wir rufen dich zurück nach Rom und dann wirst du nach Norden gehen so ansonsten könnten wir nochmal Plündere erstellen oder wir sparen auf die 70 hier vorne das wäre mir lieber vor dem Schießpulver 20% durch Sieg gewonnene Gesundheit und Ingenieur ist momentan auch noch nichts kann man wie in Sift die Geschwindigkeit des Spiels einstellen was meinst du denn mit Geschwindigkeit wir haben ja immer Runden oder meinst du die Geschwindigkeit wie schnell man fortschreitet ich glaube dass das komplett irrelevant ist weil du schreitest ja durch die Epochen durch die durch die Forschung hier und nicht basierend auf den vor Christus Jahren so wir gucken uns mal ein bisschen um hier ist nichts mehr so Rom Rom hat abgeschlossen den Kran gibt es nochmal Verbesserungspunkte was richtig gut ist wir sind aktuell bei Null Unruhe es liegt aber jetzt daran dass der Kundschafter ist hier ist ne ja dass der Kundschafter hier drin steht wir müssen hier drinnen eine Stadtwache bauen oder einen Streitwagen Unruhe in Unterdrückung 4 und hier vorne 8 wir bauen uns eine Stadtwache hier in Rom einen Arbeiter hier unten wo gibt es denn hier einen Arbeiter im letzten Menü dem hier das hier unten die Arbeiter anwerben meinst du aber wieso sollte ich das machen generiert 2 Verbesserungspunkte aus 5 Produktionen damit ich mehr Verbesserungspunkte bekomme meinst du oder was mir mehr Sorgen macht ist aktuell jetzt eher die Kultur ne das ist so mein Sorgenkind die Azteken marschieren anscheinend Richtung Barbarendorf wenn ich das richtig sehe ich würde auch sagen dass wir vielleicht mal Richtung Barbarendorf gehen unentschieden unentschieden pack mal noch eine Einheit hier rüber immer noch unentschieden hier oben würde ganz gerne vermeiden dass jetzt der Aztekke sich das hier holt und dadurch auch den Bonus bekommt noch einer da deswegen bleiben wir mal hier und blockieren den Weg du heilst dich mal wir müssen unsere Einheiten zurückbringen die sehr langsam unterwegs sind dann der Kundschafter der kann hier hoch marschieren der geht mal nach Norden und hier sieht es auch so aus als wäre hier das Ende erreicht aber hier ist ja noch ganz viel zu erkunden so der Glaube ist durch wir können uns ja ein Kulturpunkt würde uns schon helfen um ins Plus zu kommen das heißt Tempelgebäude wäre ganz gut das Tempelgebäude wäre ganz gut hier so Zeitalter des Eisens oder sollten wir noch was anderes machen Bergbau Steinbruch Steinmetz ja wir haben halt nur eins wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ich habe hier den Marmor und sonst nichts ich würde gleich weiter ziehen obwohl ich mir fast sicher bin dass mich wieder irgendjemand überholt es wird mich bestimmt wieder irgendjemand überholen so kann ich denn jetzt hier den Tempel gleich mal mit Steuerung geht das anscheinend nicht was hatte ich jetzt ausgewählt gerade eben was wollte ich eigentlich gerade ah die Stadtwache da konnte man nicht mit der Umschalttaste ah ok mit der Umschalttaste war das ok da gibt es nicht den Bonus wenn man als erster in die in dieses Zeitalter aufbricht gibt es nicht den Bonus wenn man das als erster erreicht war da nicht irgendwas geplant oder geht es nur darum dass man das dann entsprechend beschließt dass derjenige der als erster das nächste Zeitalter quasi erfindet oder erforscht dass der festlegt in welche Richtung sich das Spiel weiterentwickelt ich glaube sowas ich glaube Bonus gibt es keine Celeste meint es gibt ein bisschen Bonus Innovation aber steht nicht mit dabei jetzt hier ja aber wir brauchen ja sonst eigentlich gar nichts oder Territorium beanspruchen wir hatten hier Diplomatie ein Slot für ausländische Importe beschleunigt Kultur durch Vermögen Zerbaren auflösen das einzige was halt wirklich ganz gut wäre wahrscheinlich irgendwie so Gesandtenmal ah komm wir machen mal weiter Zeitalter des Eisens passt ich will ja gar nicht ins Zeitalter des Blutes ich will doch nicht ins Zeitalter des Blutes Leute wir brauchen 70 Punkte hier also Olympia gehört zu uns hier oben wird noch gewartet Azteken Deutschland offene Grenzen ablehnen Einzige Verbündete ist bei uns bei uns der Azteker hier so wenn ich jetzt hier angreife immer noch 100 vielleicht dass die Azteken dass wir es wieder so machen dass wir abwarten dass die Azteken vielleicht das Dorf angreifen und es schwächen und wir dann quasi zuschlagen im letzten Moment ich bleib mal mit der Einheit hier stehen so du marschierst nach Norden du marschierst nach Norden Minus eins Kultur ja so ist es achso Moment wenn ich aber hat ja nichts mit Forschung zu tun wir können ja trotzdem Zeitalter des Eisens in 13 Runden bei uns ist es auch 13 Runden achso das ist ja das ist ja gut der der Gottkaiser hat mal eben die eigene Flagge nicht erkannt kann durchaus mal vorkommen Runde beenden müssen wir noch was machen hier wir haben jetzt 12 Punkte aber zumindest schon mal plus 4 das ist schon ziemlich gut wir brauchen auf alle Fälle nochmal eine Plantage und wir wachsen hier oben sehr schön gibt es denn von den von den Schafen gibt es wahrscheinlich auch Fleisch oder Wolle und Fleisch gibt es hier 3 Nahrung sogar hier unten beim Reis gibt es 2 allerdings kann man das dann auch weiter verwerten könnte natürlich auch hier oben dann was verbessern Rind hat jetzt 2 Leute einer ist im Grasland aber wir brauchen ja den den Wachstum das Wachstum in Rom Reis gibt auch noch Vermögen ja aber auch Dings ne Nahrung Plantage dann zumindest 2 Nahrung glaube ich oder? das müsste doch hier irgendwo angezeigt werden Reis hier 2 Nahrung aber ich glaube das liegt eher daran das liegt eher am am Grasland und weniger am Reis dann ne weil es gibt ja auch in ganz normalem Grasland gibt es ja auch entsprechend Nahrung dann so wir bringen euch mal jetzt nach Hause sehr angeschlagen seid ihr ihr werdet euch mal heilen jetzt mal nach Norden wir müssen irgendwie hier rüber kommen aber ich glaube ich kann noch nicht über das Meer und dann beobachten wir mal was die Azteken hier oben mit den Barbarin machen keine offenen Grenzen nein abgelehnt abgelehnt alles abgelehnt hier was denn hier los Unruhe Level 1 schon wieso das denn ich habe doch extra jetzt hier Unruhe minus 2,5 habe ich hier ja gut dann müssen wir doch mal mit euch kurz hier runter laufen und Rom unterstützen so hier geht es leider nicht weiter wir probieren mal in der nächsten Runde ob wir irgendwie über das Meer kommen oder über den Fluss hier aber ich fürchte fast das funktioniert nicht ist denn die allgemeine Stimmung Meinung zu Millenia ich finde es recht gelungen das könnte mir Spaß machen mir macht es sehr viel Spaß es macht mir mehr Spaß wie Civilization 6 und ich finde es toll was man alles so immer auswählen muss also das hier zum Beispiel so einen Durchgang wo ich so wenig Verbesserungen hatte hatte ich bisher auch noch nicht und das ist halt das war halt bisher war es überhaupt kein Problem und jetzt hier komischerweise schaffe ich es irgendwie nicht die ganzen Verbesserungen zu machen Kultur minus wird immer mehr ja aber wieso wieso ich weiß es nicht wir hätten ja eigentlich nochmal Plus bekommen durch Olympia 0,06 keine Ahnung ich lasse das jetzt so ich will nicht nochmal zurück wechseln jetzt es ist ja einfach immer genug Nahrung zu produzieren naja sagt das mal Rom jetzt zum Beispiel ne ach hier oben ist auch nochmal Unruhe wieso ist hier Unruhe plus 6 feindliche Einheiten Anzahl der Regionen was ist denn hier eine feindliche Einheit werden die Azteken als feindliche Einheiten gewertet hier ok dann machen wir es mal anders wir bringen mal euch hier zurück euch hier runter und zurück nach Byzanz und zurück nach Byzanz gut ansonsten wir haben jetzt 21 Punkte das heißt ich kann jetzt hier investieren hier oben zum Beispiel in den Reis aber für mich sieht das jetzt so aus als würde würde das Grasland das schon abgehe also ich würde jetzt vermuten würde ich jetzt den Reis hier würde ich den Reis jetzt hier mit einer Plantage besetzen dass ich nicht mehr Nahrung bekomme wir schauen uns das mal ganz kurz an da ändert sich nämlich wirklich nur dass wir jetzt den Reis dazu bekommen aber die Nahrung war ja schon da aufgrund des Graslandes genauso wie zum Beispiel hier oben bei den Trauben ich hätte halt nochmal irgendwie so Fleisch oder so gebraucht drei Nahrung zum Beispiel ja und die stehen halt hier aber dann naja so was will mir dieses Symbol hier sagen und tätige Armee achso ich kann aktuell noch keine Mühle bauen oder oh doch eine Mühle 16 ja die würde natürlich mehr Sinn machen jetzt diese zweite Reisfarm hier die Mühle würde mehr Sinn machen das Problem ist wenn ich die jetzt hier her setze dann ist wahrscheinlich der Reis weg hier oben ist ja Unterkunft und irgendwie diese diese Brennerei für Lehm andersrum das Feld anklicken und dann im Menü auswählen geht auch ja ich habe keinen Platz ne also ich muss irgendwas opfern hier ich glaube nicht dass wir das abwarten können oder das sieht alles noch geht so aus hier oben ich würde jetzt vielleicht mal den Flax opfern man kann man eigentlich später kann man ja wieder Sachen abreißen auch oder theoretisch aber den Reis würde ich mir dann sparen dass man vielleicht den Reis insgesamt dann schön weiterverarbeiten kann und dann lassen wir den Flax mal Flax sein hier zumindest hier unten das heißt Rom ich meine wenn der wenn die Barbaren wieder weg sind dann bekommen wir ja auch wieder die Nahrung hier drei Nahrung das heißt wir sind dann wieder richtig gut unterwegs das ist dann kein Problem so also die Mühle macht jetzt Mehl sechs Nahrung genau aus Weizen oder Reis perfekt ja wir brauchen anscheinend wirklich in den in den Städten immer wieder immer wieder die entsprechenden Garnisonen damit man hier auch dann diese Barbaren immer schön abwehren kann also Rom ist jetzt wieder bei minus 2,5 Unruhe das ist okay wir sind bei 133 Nahrung das liegt jetzt aber daran weil hier bei den Kühen niemand ist das heißt wir nehmen mal hier jemanden raus und packen dich bei dem bei den Kühen rein dann sind wir hier nämlich bei 143 und dann passt das erstmal ist dann bei Grant macht's gut so hier oben diese ist feindliche Einheit die feindliche Einheit ist wirklich jetzt unser Bündnispartner der hier herum steht was meinst du denn mit Byzanz ist voll eingebaut das kann sich ja trotzdem noch entwickeln nach außen hier dann sieht das ja hier ganz gut hier zum Beispiel hier hier auch hier 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 oben kann sich ja trotzdem noch weiterentwickeln die Wache kann auch Barbaren abwehren ja die Stadtwache hier aber die Stadtwache ist eher für die Unruheunterdrückung da weil die acht Punkte Unruheunterdrückung macht die normalen glaube ich immer nur so vier oder so aber was mir schon sehr gefällt ist jetzt dass wir hier plus fünf Verbesserungspunkte pro Runde bekommen das ist schon mal ganz ordentlich das gefällt mir und wir müssen doch jetzt eigentlich durch die Mühle wenn ich jetzt nochmal Reis anbauen würde müsste doch auch nochmal mehr Mehl abfallen 2 Reis wird zu 2 Mehl momentan bekommen wir ein Mehl weil wir einen Reis haben wenn wir dann einen zweiten Reisslot erschließen dann bekommen wir nochmal Mehl würde eher so drei Ringe um die Startregion planen und dann nochmal drei Dörfer zum Angliedern die auch nochmal so zwei, drei Distanzen sich herum einnehmen können ja dann spielst du aber auch 10 Stunden bis du das alles hast dann spielst du aber auch ganz schön lange so wir werden mal wir gucken mal ob wir euch vielleicht wenn wir euch mal rausschmeißen hier und die hier reinsetzen ob wir trotzdem ein bisschen mehr minus elf Unruhe sehr schön und dann bringen wir die Stadtwache die Stadtwache bringen wir dann nach oben das hat man schon im Mittelalter ja wir sind halt jetzt noch ein bisschen entfernt davon so ich kann hier leider nicht ich kann hier leider nicht rüberschwimmen das ist sehr schade das heißt wir müssen uns den Weg hier außenrum warnen mit unserem Kundschafter ärgerlicherweise so Korinth muss noch beauftragt werden ganz hier oben was ist hier geplant in Korinth das ist die Frage wir haben jetzt hier Gasland und Produktion Korinth Nahrungsvorrat ist nicht schlecht oder 125 ja wir machen Nahrungsvorrat oh wir können auch beschleunigen habe ich gerade gesehen mit ein bisschen Geld oder 220 wir können uns das mal so dann sind wir bei 200 dann wachsen die auch ein bisschen schneller der nächste Punkt ist Verbesserungspunkte nochmal 13 Runden oder die Dolmen für Einfluss oder Wissen leider nicht oh der Tempel dauert zu lange ok wir nehmen mal die Einflusspunkte die Stadtgrenzen verschmelzen nicht nein da ist jeder Bezirk quasi für sich selbst so Byzanz auch nochmal drei Leute Byzanz Stadtzentrum so ok also hier unten steht eine relativ große Armee ich habe immer noch Unruhe Level hier 2 schon mittlerweile damit geht das wieder zurück wir bringen mal die Stadtwache auch hier hoch dann sind wir jetzt bei minus 12 hier oben in Byzanz dann geht das wieder locker zurück dann in Olympia steht jetzt eine Einheit und hier in Ephesus aber Ephesus muss sich ja selbst auch ein bisschen darum kümmern dann und Korinth ist momentan bei plus 4 ja Korinth bräuchte man auch eigentlich noch die die Wache Mensch wäre das vielleicht sogar besser wenn wir die vor den Dolmen noch angehen Stadtwache und dann die Dolmen im Anschluss so ihr bleibt hier unten stehen dann unser Kundschafter geht hier in den Osten du gehst in den Norden jetzt will auch noch Spaß was ist denn heute los nachdem mir beim letzten Mal so dermaßen die Hucke vollgeschlagen worden ist sind alle jetzt hier ganz friedlich was ist da denn passiert hier Spanien will eine Allianz wenn wir sagen die Azteken die Spanier und die Römer gegen Chinesen gegen die Deutschen keine Ahnung wer noch mehr mit dabei ist was passiert wenn die Kultur auf Null fällt ich habe keine Ahnung ich weiß es nicht vielleicht bleibt sie einfach bei Null und es passiert nichts ich weiß es nicht Spanien Allianz ich würde ablehnen wir wollen uns ja nicht mit allen gut stellen jetzt so ihr bleibt stehen hier Kundschafter nach Osten natürlich sind hier Barbaren ich werde wahnsinnig ich werde wahnsinnig hier ich bring mal gleich Verstärkung hoch so ein mysteriöser Dschungel wurde schon entdeckt die Barbaren werden natürlich angreifen da gleich zwei Stück hier so wir blockieren und wir könnten ja vielleicht dann hier unten rumlaufen das gibt es ja nicht kann doch nicht sein was ist denn hier los jetzt haben die Azteken hier unten was eine Stadt gebaut Alter was ist denn das für ein Dickmove ich meine ich verstehe ja dass ihr nicht viele Städte habt aber hier unten echt jetzt Texcoco ihr seid doch gute Freunde von mir ich will euch doch nicht verprügeln jetzt hat er hier unten eine Stadt gebaut hier ich meine wir können auch nach Westen rüber expandieren das passt schon aber das ist ja irgendwie so zweigeteilt hier man oh man oh man so wir gucken mal hier oben die Barbaren greifen uns an werden vernichtet das ist okay wir haben leichten Schaden genommen wenn wir dich angreifen dann habe ich hier unentschieden 80 dann würde ich noch warten hier oben ja nimmt uns hier ganz schön in die Zange her nimmt uns hier in die Zange so wir haben 175 167 oh wir haben ja so viele Verbesserungspunkte Mensch ganz vergessen also wir schließen jetzt nochmal hier unten den Reis ist das okay dass wir den Reis noch die Presse gibt uns Diplomatie Erfahrungspunkte Flachs und Oliven werden dann umgewandelt die Sägegrube gibt uns Indigenieurspunkte brauchen wir nicht wir werden erstmal den Flachs erschließen so und dadurch haben wir unglaublich viel Nahrung jetzt hier drin in Rom und das passt erstmal dann würde ich vielleicht mal gucken dass wir in Byzanz zum Beispiel sowas wie diese Marmor nutzen können zweimal Produktion gibt das aber da habe ich noch nichts was ich bauen kann in Byzanz ich habe da auch nur die Trauben gibt es dann jetzt hier in Byzanz ich muss das ja erst abbauen die Trauben ja also wir brauchen hier wahrscheinlich eine Plantage für die Trauben hier oben gäbe es Wolle vielleicht dass wir uns in Korinth mal auf die Wolle konzentrieren hier gibt es nämlich Baumwolle und Schafswolle also dreimal Wolle hätten wir hier schon plus hier oben dann auch nochmal Wolle ne hier ist auch nochmal Baumwolle viermal Baumwolle plus hier oben nochmal Baumwolle ein Paradies der Wolle quasi Weideland Wolle und Fleisch ist hier oben ja dann machen wir das hier Weideland hier Perfekt so Kriegsführung 60 wir brauchen 70 Punkte um nochmal Plünderer zu erstellen Kultur ist immer noch rückläufig es wird ja aktuell auch noch in Rom dann die dieser Tempel gebaut oder ja in drei Runden das heißt wir bekommen nochmal einen Kulturpunkt dann sind wir zumindest wieder annähernd auf 0 dann sollte das passen oh Byzanz ist gewachsen sehr schön so hier oben werden wir angegriffen leicht deziviert hier ungehörigerweise wir können dich verprügeln jetzt hier oben Frage ist ob wir das nochmal irgendwie austauschen ich bringe nochmal eine Einheit hier hoch wir sammeln uns kurz heilen uns der Kundschaft der hier rüber und dann werden wir hier nochmal angreifen vielleicht dass wir uns gleich mal auf das hier noch stürzen hier ist ja nochmal ein Dorf hier ist eins und hier ist eins zwei Dörfer gleich das wäre natürlich ideal wenn wir die jetzt bekommen würden so wir begeben uns aktuell durch fremdes Terrain wie man hier sehen kann schlängeln uns durch die Grenzen ei wie die Ländereien jetzt hier wachsen das ist ja nicht schlecht hier wir haben das Vereinigte Königreich getroffen und verprügeln jetzt hier vorne den Barbaren noch ich glaube die Grenzen vereinigen sich nicht nein also jede Region bleibt schon für sich und muss eigenständig verwaltet werden dann ja natürlich stehen hier wieder die Barbaren rum ich habe nichts anderes erwartet so einmal nach Osten Erkundung Kundschafter Regierung Stammesarmee oh wir können nochmal einen Siedler machen aber ich kann mir aktuell auch keinen Siedler mehr leisten das ist das Problem wir könnten ja ohne Probleme jetzt mittlerweile wo ist es denn hier Ephesus oh ne aber wir könnten annähernd fast Ephesus integrieren das Problem ist halt wirklich dass wir uns das nicht leisten können das heißt wir können eigentlich jetzt hier oh wir können das Stammestum reformieren 10 Innovationen 2 Kultur perfekt wir sind wieder im Plus geht wieder aufwärts 39 Runden bis zum nächsten Kulturpunkt hier sehr schön na gut aber so ist es halt mal wir haben das Stammestum komplett abgeschlossen es gibt leider kein Achievement dafür ich bin ein bisschen enttäuscht Kriegsführung Plünderer wir können nochmal 2 Plünderschar Einheiten erstellen und Ingenieurskunst oh da könnte man mal was investieren öffentliche Verbesserung 10 Verbesserungspunkte wäre natürlich richtig gut für uns oder der Pionier für den Außenposten wobei ich da jetzt aktuell nicht sehe ja hier drüben wäre natürlich ein schöner Außenposten hier oben bevor jetzt die Arzteken kommen und sich das hier vorne alles krallen könnte man hier einen Außenposten setzen oder ist halt sehr nah an Ephesus hier aber dann könnte man sich das hier nochmal mitnehmen die Stadt erweitern die Stadt erweitern erhöhe das Level einer Stadt um 1 dadurch vervielfacht man die Produktion der Stadt und erhöht das Regionslevel hmm das wäre vielleicht mal interessant für Rom oder so oder zerstöre Stadt zerstörte Stadt wieder aufbauen ich speier mal ab weil mit der Ingenieurskunst habe ich bisher noch kaum was gemacht und ich würde gerne mal gucken welche Auswirkungen es hat wenn wir hier Rom erweitern Kraft einsetzen statt erweitern achso das ist das hier oben jetzt Regionslevel 4 ja der Vorort ist hier gemeint aber was hat das jetzt so richtig gebracht bin noch nicht so ganz überzeugt Kerl dir einen wurde schön Vormittag hallo Boni durch benachbarte Felder aber was denn plus 4 ne für Angrenzungsbonus mal 2 von Stadt Level plus 8 Vermögen gibt das dann ah ok 8 Vermögen hat das gebracht ah ok 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 Stadt Miliz 2 mal 4 wo kann ich dann eine Spezialisierung vornehmen in Rom selbst geht das dann ich habe so weit habe ich bisher noch nie gespielt im Vorort ah hier Spezialisierung Bauernstadt Level 2 eine Stadt umgeben von ertragreichen Ackerland und Weiden Bauernstädte erwirtschaften Nahrung pro anliegender Bauernhof Verbesserung ok da ist ja gar nichts da Holzfälle habe ich natürlich auch nicht Forstwirtschaft Bergbau habe ich auch nicht Küstenstadt auch nicht also hier lohnt sich so eine Änderung gar nicht da tut sich gar nichts hier Bauernstadt plus 2 Nahrung gäbe es hier plus 2 Produktion aber die plus 8 Vermögen sind schon nicht schlecht also entweder plus 8 Vermögen oder wir holen uns hier plus 2 Produktion aber Moment ich bekomme ja trotzdem die plus 8 Vermögen hier ich habe ja trotzdem plus 8 Vermögen das heißt wieso sollte ich denn dann hier keine Spezialisierung wählen Stadt Level 2 ja ja gibt es ja immer plus 2 Nahrung oh das hätte man natürlich vorab wissen sollen ok wir gehen mal auf die Produktion so ne Produktion bringt uns gar nichts hier doch plus 2 Produktion hier ich bekomme plus 8 Vermögen plus 2 Produktion das passt ja das ok das ist für einen neuen Durchgang wichtig dass man hier außenrum dann sollte man möglichst entweder Bauernhof Produktionsgebäude dann bauen oder ähnliches und nicht so ein wildes Durcheinander wie ich jetzt aktuell das wusste ich gar nicht hier noch Plantagen dann das ist gut ja das ist richtig hier vorne Plantage hier eine Plantage hier unten ist schon eine also Nahrung wäre schon mal ganz gut hier aber Nahrung ist momentan sowieso ganz gut deswegen lasse ich das mal auf Produktion ich kann das ja anscheinend ändern wie ich lustig bin aber guter Punkt also dann lasse ich das mal mit den Punkten hier mit dieser Aufwertung durch die was war das durch die Ingenieurskunst ne Pionier wäre zwar auch ganz nett gewesen aber das ist auch ganz gut bald die Holzfäller aber die grenzen ja nicht an müssen ja angrenzen wenn ich das richtig verstanden habe oder plus 1 Nähe für Angrenzungsbonus die müssen ja außen rum angrenzen wenn ich das richtig verstanden habe so jetzt habe ich hier nochmal eine Armee die Armee die kann natürlich erstmal hier hoch noch dann müsste eigentlich wir müssen die nach Olympia bringen damit die hier noch ein bisschen die Unruhe senkt so ihr bleibt jetzt erstmal Runde beenden Olympia wird überrannt habe ich das richtig gesehen jetzt Olympia überrannt ist das jetzt hier überrannt und das ist komplett wieder weg jetzt ok kann man mal ganz kurz nochmal checken hier was da gerade passiert ist haben wir die Barbaren mit einem was war das für ein mega krasser Dunkelritter der Barbaren was ist das denn hier Barbaren Cavalry 21 Angriff hat der und wir haben in den Olympia natürlich überhaupt keine Verteidigung ich hätte hier noch meinen meinen Kundschafter aber ansonsten kommt hier keiner mehr rechtzeitig um Olympia zu retten wenn ich das richtig sehe wow heieieiei auch bedenken solche Städte kann man auf zwei Arten gründen über Kulturstadt gründen oder Außenposten ja genau das mit dem Außenposten habe ich schon gesehen ja ok es sieht so aus als verlieren wir hier Olympia und jetzt habe ich keine Chance hier noch rechtzeitig hoch zu laufen können wir mal gucken ob wir mit dem Speer noch irgendwie was oh kann ich ah Mist Platz für Byzanz schaffen ich büchte halt nur dass da die Azteken dann hier oben irgendwas machen Byzanz kann doch noch ein bisschen nach rechts hier und nach oben gehen oder? doch ok äh kann ich denn noch irgendwie ich habe keine Punkte mehr Stammesarmee in einer ausgewählten Hauptstadt was ah hier kann ich noch eine Stammesarmee aufstellen ok wir machen das mal hier wir versuchen noch ganz kurz hier mit Hände ringend irgendwas zu machen so dann machen wir hier die Stadt erweitern hier unten und stellen das nochmal um auf die Bergbaustadt ich will Olympia ehrlicherweise ungern verlieren jetzt sehr ungern so eieieiei kommt ja hier eine dicke fette Kavalerie an hier oh das Aztekenreich löst die Allianz auf das ist ein bisschen enttäuschend so der Kundschafter geht mal hier rüber werde ich noch upgraden und dann werden wir mal das Barbarendorf hier auslöschen ich habe leider keinen Gesandten um jetzt mit dem Aztekenreich noch was zu machen aber so sei es halt mal das passt schon gut ich mache mal kurz Pinkelpause einmal abspeichern ich lasse euch wieder alleine mit meiner formidablen KI generierten Musik bis sie euch von den Ohren raushängt und bin dann gleich wieder da müssen wir aber hier im Moment die andere Musik ein bisschen leise machen damit er auch in den vollen Genuss kommt hier so bin gleich wieder da vor kurz der freundliche Streamer aus Bayern kommt mit Profi Gameplay für den Chat jeden Tag spielt er voller Energie spannende Spiele man kann nicht aufhören mit seinen Witzem ringt er uns zum Lachen immer bereit das Beste zu geben die Community ist eine zweite Familie mit Tollfuss ist keine Langeweile bei Oh Streamer aus Bayern wir lieben dich deine Streams hol' uns aus dem Alltagstrott Oh Streamer aus Bayern du bist der Beste bist ein Star der Zeit versaubert Oh yeah! Im Herzen Bayern vor die Lüfte rein Tollfuss lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gibt wir aus Freude und Erstaunen wenn Tollfuss wieder einmal siegreich anfängt die Gegner zu verhauen Tollfuss der Streamer mit Freuden gereicht Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chat voll Jubel wie Freude so klar Tollfuss siegt erneut Ein wahrer Star Abba-Astar Abba-Astar Outro Im Herzen Bayerns vor die Lüfte rein Tollfuß lenkt Armeen mit seinem strategischen Sein Im Chat gewirr aus Freude und Erstaunen Wenn Tollfuß wieder einmal siegreich anfängt Die Gegner zu verhaut Tollfuß der Streaper, mit Freude im Gleit Strategiespiele beherrscht er zu jeder Zeit Der Chef wollte Jubel, die Freude so klar, so klar Tollfuß zieht erneut ein wahrer Start So, ich hoffe ihr könnt alle schon mitsingen Gut, aber wir machen da richtig schöne Kreationen mal draus Ich brauche nur einen guten Text Einen schönen Text, der sich gut reimt und der sich gut als Musikstück eignet Und dann hauen wir da ganz unterschiedliche Musikstücke raus hier Da freue ich mich schon sehr Ich brauche nur irgendwie einen guten Text So, was können wir denn machen hier Bei Kundo geht ja noch gar nichts hier Drelb, einen wunderschönen guten Morgen, hallo Also hier oben Du bleibst erstmal hier stehen, das passt Kundschafter Geht seines Weges, sehr gut Dann bringen wir euch hier hoch Äh, Moment, ne Das sind jetzt zwei Plünderschar-Einheiten Achso, ne, doch, passt Die müssen hier rein So, Rom muss schon wieder was Neues bauen Rom muss was Neues bauen Äh Rom Sieht ganz gut aus, oder? Diplomatie Wissen könnte man nochmal machen Einfluss Ja, wir brauchen mal Einfluss Damit Rom nochmal wächst hier, Mensch Der Tempel ist jetzt gebaut Das heißt, wir haben Kultur und Wissen bekommen Wir sind bei plus 2,1 Äh, wie kann man sehen, welche Nation vorne liegt? Gute Frage Ich habe keine Ahnung Ob es hier irgendwie so ein So ein Sieg Ich weiß auch gar nicht, was die Siegbedingungen sind Regionen 1, 2, 3 2, 2, 3 Kann ich dir leider nicht sagen Vielleicht weiß es einer im Tütsch-Chat Welche Siegbedingungen es hier überhaupt gibt So, jetzt marschieren wir mit euch mal hier rein Äh, unentschieden haben wir hier Komischerweise Weil hier Barbarenverteidiger 3 ist hier schon drin Ah, ok Das heißt, wir müssen wahrscheinlich von 2 Seiten mal rein Dann der Kundschafter geht mal nach Norden Ihr bleibt hier oben sitzen Kann ich denn für dich nochmal einen Wir brauchen noch Wir brauchen noch einen Punkt Oder wie? Moment Hier steht 1 Plus 1 Plus 1 Sozialgefüge Tapferkeit Plus 1 Kriegs-EP Ah, wir brauchen hier Wir brauchen hier nochmal eine Plünderschar Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal einen Plünderer erstellen Damit wir das freischalten können Damit wir das freischalten können In, äh, wann ist das? In einer Runde Erreichen wir das Zeitalter des Eisens bereits So, du bleibst hier oben in Korinth Korinth müsste sich wieder etwas reduzieren Minus 1 nur Weil hier auch wieder plus 3 feindliche Einheiten sind Keine Ahnung, wo die sind Wahrscheinlich sind die durchmarschiert hier So, Byzanz 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 schon wieder Byzanz bräuchte was? Essen wahrscheinlich Um auf die 200% zu kommen Allerdings haben wir hier schon den Nahrungsvorrat angelegt Plus 1 Wissen Gibt ja irgendwas mit Kultur 17 Runden für den Tempel ist zu viel Verbesserungspunkte für den Kran Wie viele Verbesserungspunkte habe ich aktuell? Plus 5 Könnte man auch gleich nochmal gucken Um zu gewinnen muss man wohl in In ein Siegeszeitalter Da gibt es verschiedene Man muss zum Beispiel 150 militärische Stärke Gegenüber jedem anderen haben Gibt bestimmt noch ein paar andere Aber bin noch nicht über Zeit 4 hinaus Aber eine Übersicht gibt es nicht Wie so der aktuelle Stand ist, oder? Wir bauen mal unser Wissen aus Bivo hat einen wunderschönen Vormittag Hallo So, das Zeitalter des Eisens ist angebrochen Sehr schön Rom hat es erschlossen Während des Zeitalters des Eisens Sind Bergwerke 20% günstiger Während des Zeitalters des Eisens Wächst die Bevölkerung um 12,5% schneller Und neue Regierungen freigeschaltet Neue Domäne Künste Regierungen eingeführt Und Gold und Eisen Ist jetzt verfügbar Merkt man auch ein bisschen an den Städten dann An den Stadtsymbolen anscheinend So Die Blutige Revolution kostet uns 50 Die Friedliche geht über die Kultur Ja In 18 Runden wäre die so weit Hat er die dramatische Musik jetzt hier So, ihr heilt euch nochmal Verband der Sucher Also, er stellt einen Sucher Was ist denn eine Suchereinheit? Zivileinheit Gesundheit 50 Bewegung 30 Eine Einheit, die weit und breit auf der Suche nach Ah, das ist die, mit der man dann irgendwie so Gold erschließen kann, oder? Ich glaube schon Ansonsten gibt es nur Erkundungsep Und Erkundungsep und Chaos Momentan sind wir bei 30% Chaos Okay, wir machen mal Wir holen uns mal den Sucher Der ist hier oben Der kommt Schickt ihn mal zurück hier runter Und unser Kundschafter wird sich dann hier hoch noch begeben So, du kannst mal nach Norden Hier sieht es noch relativ unerschlossen aus So, Zeitalter des Eisens Was kann man denn hier ganz gut gebrauchen? Wahrscheinlich noch gar nichts Ingenieur Produktion Peak Die Pferde Cavalry Einheit Erhöht die Geschwindigkeit, mit der sich dein Territorium erweitert Das wäre natürlich richtig gut Peaks EP Katapult Steinmauern Steintürme Dann hier vorne Bibliothek Papier Schriftgelehrte Diplomatie Wissen und Papier Wir bräuchten was mit Kultur wieder Hygiene Oh, die kommt ja jetzt auch, oder? Die Hygiene Forderung Mehl In Brot umwandeln Das wäre Der Ofen wäre natürlich für uns Für uns in Rom ganz gut Ah, und hier erhöht Die maximale Anzahl der Städte Die eine Region unterstützen kann Hier Unruhe Wohnraum Dafür Vermögen Also was ich ganz gern machen würde Wäre das hier Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt die Pferde brauche Aber diese Geschwindigkeit, mit der sich das Territorium erweitert Wäre schon ganz nett Komischerweise nichts mit Kultur dabei Hier vorne ist jetzt Kohle erschienen Wie sieht es da bei uns in der Nähe aus Aktuell Kohle Aha Zweimal Kohle Hier ist nochmal Marmor Hier ist auch nochmal Kohle Na gut Bei mehr als 10 Einwohnern Ja Gibt es dann die Hygiene Ich habe halt kein Platz mehr hier Ich habe hier oben noch zwei Felder frei Die ich halt gerne nutzen möchte Mit Flax und Trauben Das ist halt echt schlimm Der Flax Gibt uns Was ist das hier? Stoff Und Öl oder so Vielleicht MutTV Dankeschön fürs Folgen Und willkommen Ich brauche auf alle Fälle noch 20 für einen Plünderer Damit wir das abschließen können Und dann warten wir jetzt noch eine Runde Mit Der Heilung hier oben Und dann greifen wir das Barbarendorf an So Die Chinesen kümmern sich um das Barbarendorf im Norden Das ist gut Wir speichern mal ab So Wenn ich dich angreife Habe ich hier unentschieden 100 Erlitten leichter Schaden Ja Wir greifen mal mit dir an hier So Ja Vielleicht jetzt hier beim zweiten Mal Sollte es klappen jetzt Kriegserfahrungspunkte Perfekt Der gute Sucher kommt nach Hause zurück Wir brauchen einen Hügel Wo wir dann Gold spawnen lassen können Hier hat sich was geändert jetzt in Rom Oder was ist denn jetzt passiert hier? Guckt euch mal an wie Rom gewachsen ist jetzt plötzlich Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Felder hinzubekommen In einer Runde Das passiert Acht Felder hier Okay Unsere Platzprobleme sind zumindest in Rom jetzt fürs erste gelöst Nicht schlecht Korinth Immer noch minus 4 Das passt Kultur ist jetzt plus 2 Was wir jetzt machen können ist Wir können jetzt auf alle Fälle nochmal einen Plünderer erstellen Ich hoffe das klappt dann auch so Wir erstellen den in Könnte man hier in Byzanz erstellen wenn das möglich ist Und damit müsste man das hier abschließen können Jawohl Das Vermächtnis Sozialgefügepunkte aus dem Vermächtnis der Plünderer Was auch immer das heißt Versuche dieses Vermächtnis freizuschalten Bevor die Fähigkeit Einheiten auszubilden Und oder Kräfte einzusetzen abläuft Sozialgefügepunkte Ab Zeitalter 5 Aha Gibt 6 Sozialgefügekategorien Die jeweils einer Domäne zugeordnet sind Okay Ich verbuche das einfach mal Als was Gutes Und wir bekommen auch nochmal plus 1 Kriegspunkte Gut Dann können wir euch nach Olympia zurückbringen Der Sucher auch Ne geht noch nicht Ah misteriöser Dschungel Schon wieder alles entdeckt hier Aber ich glaube Landmarken sind jetzt Sowieso nicht mehr ganz so wichtig oder Minus 16 Unruhe Wir bringen mal von Byzanz Leute hoch Nach Korinth Damit hier oben die Unruhe etwas schneller gesenkt wird So Oh jetzt können wir hier auch noch Aufwertungen machen In Rom Also nicht nur neue Sachen bauen Sondern auch Aufwertungen Wachgebäude Unruheunterdrückung wäre schon mal ganz gut Ein Lager für heimische Exporte Vier Produktion auch nochmal Wir könnten ein Monument aufwerten Von 3 auf 6 Einfluss Oder den Konzspeicher für die Nahrung Aber Nahrung ist momentan eigentlich ganz okay Weil wir so viel an Nahrung haben Platz gibt uns Kunstpunkte Ich weiß nicht ob wir in Kunst investieren wollen Feldlager für die Kriegs EP Diplomatie Diplomatie Wissen Da werden immer noch keine Palisaden gebaut Mensch Ja wir machen mal den Einfluss Wobei wir jetzt sowieso schon ganz schön gewachsen sind Deswegen ist der Einfluss wahrscheinlich noch nicht so wertvoll Komm wir machen mal Kriegs EP Damit wir nochmal Einheiten ausheben können Ich habe 31 Verbesserungspunkte Okay also Wir könnten jetzt in Rom hier oben Den Flax oder die Trauben Oder beides eigentlich gleich anschließen Was uns auch nochmal Vermögen gibt Was habe ich denn hier aktuell noch Was man hier bauen kann Brennofen brauchen wir nicht Gärungsgruben Wandelt zwei Trauben oder Reis in Wein um Der Reis wird ja momentan Ja der wird momentan zu Mehl verarbeitet In der Mühle Das würde uns Kultur geben Oh das heißt wir könnten vielleicht die Nahrung ein bisschen rausnehmen Und könnten stattdessen in die Kultur investieren Weil Kultur bei uns Mangelware ist Für die Gärungsgrube 19 Punkte Dafür müsste man Jetzt ist die Frage ob man auch mischen kann Dass man sagt einmal Weintraube und einmal Reis Weiß das einer von euch ob das geht Dass man das so mischen kann So viele Möglichkeiten das ist richtig Deswegen da Ich tue mich da auch sehr schwer das alles erstmal Wir erfassen Später wenn du die ganzen Slots schon kennst Dann ist es schon okay Dann kommst du wahrscheinlich besser zurecht Genau also dass man die Mühle vielleicht mal deaktiviert Fürs Erste Das könnte ja durchaus auch sein Ja oder man konzentriert sich wirklich auf Ja hier oben Dass wir die Baumwolle verarbeiten Aber dafür brauche ich Was brauche ich für die Verarbeitung von Baumwolle Brauche hier oben die Plantage Und dann wahrscheinlich die Weberei Hier oben wird das natürlich super viel Sinn machen Wolle, Baumwolle, Flax Ich glaube man kann ja auch dann später diese Ressourcen zu anderen Regionen schicken Das ist glaube ich auch möglich Das heißt man könnte zum Beispiel den Die Trauben dann Richtung Byzanz schicken Und dort verarbeiten Und den Flax vielleicht noch irgendwo anders hin Wobei Flax ist hier Zweimal Jetzt habe ich die Mühle hier gebaut Wir können natürlich den Flax dann Die Mühle hier abreißen Und hier die beiden Flax noch machen Und die Trauben hier hoch schicken Nach Byzanz Und Und dann würde ich hier unten mit Wein gar nichts machen Es ist halt nur die Frage Ob man Rom sonst noch was Gutes tun kann Mit den Gebäuden hier Aber ich glaube erstmal nicht Sägegrube Gibt uns Ingenieurs EP Wandel drei Stämme Zwei Produktion Vier Produktion um Aber Stämme habe ich nicht Da brauche ich die Försterei erstmal Könnte man unten Na gut Aber da ist zu wenig Holz da momentan Aber ich glaube so machen wir es Writing Bull meinte es ist ein Puzzlespiel Ganz Unrecht hat er nicht Ja doch Finde ich aber ehrlicherweise richtig gut Also dass man sich ein bisschen Gedanken macht Wie man die Ressourcen hier einsetzt Ich glaube das kann man vielleicht auch ein bisschen Vergleichen mit Civilization 6 Und den Bezirken oder Da gibt es doch auch diese Bezirke Oder Distrikte wie es heißt Wo man auch ein bisschen so knobeln muss Wie man die am besten anordnet Und wo man die anordnet Genauso habe ich hier auch das Gefühl Dass das so ist hier Dann werden wir uns erstmal auf Korinth Konzentrieren Wir werden hier oben Damit Korinth auch nochmal ein bisschen Nahrung bekommt Erstmal die Wir bekommen hier eine Wolle Hier unten Ah man bekommt zwei Wolle Hier unten Und hier bekommt man eine Wolle Ein Fleisch Aber hier auch Also wir werden erstmal die Baumwolle abbauen Wir machen eine Plantage Dadurch hat Korinth jetzt Zwei Baumwolle Ich habe halt in Korinth Nicht so wirklich viele Leute Aber in einer Runde Kommt nochmal eine Person dazu Und das nächste Gebäude Wäre dann Wieberei In der nächsten Runde Die macht dann aus der Zwei Wolle Macht die dann Quasi zwei Stoff Noch eine Lehmgrube Und einen Brennofen Damit die Verbesserungspunkte Mehr Fahrt aufnehmen Achso Damit man hier unten nochmal Verbesserungspunkte Ja Platz wäre hier erstmal Ganz gut Ich würde hier oben Das mit der Wolle Noch machen Und dann Merken wir uns das mal vor Bin mir sicher Wir vergessen das nicht So jetzt gucken wir mal Dass wir unsere Leute Wieder hier rein bekommen Wir brauchen auf alle Fälle Irgendwo noch einen Hügel Einen Hügel Hier wäre ein Hügel Man könnte in Korinth Noch Gold finden Hier unten gibt es Keinen Hügel Also einziger Platz wäre jetzt Wobei hier oben in Byzanz Wäre auch noch ein Hügel Dann machen wir das hier Dann wird er mal hier rüber geschickt So Du kannst zurück nach Olympia Ihr könnt eigentlich auch dann zurück Keine Ahnung wohin Vielleicht auch erstmal hier runter Und der Kundschafter hoch So Du kannst momentan leider nur nach Osten oder Westen Dann einmal hier die Wache noch reinbringen Korinth hat jetzt aktuell minus 16 Unruhe Fantastisch Wieder Aufstieg der Barbaren Das letzte große Barbarenkönig ist gekommen Um mit Rom zu verhandeln Er ist der letzte seiner Art Und wird sich nicht beugen Was soll mit ihm geschehen? Annehmen? Er stellt zwei Barbaren Kriegsherren in jeder Region Für alle Nationen Bitte was? Ich habe leider nicht 450 Gold Ablehnen Ist das bei den anderen jetzt auch Oder ist das nur bei mir? Spiel, willst du mich verarschen oder was? Ich meine Wir können uns schon wehren Wir haben ja Gott sei Dank Ein paar Einheiten hier stehen Aber das ist ja Was ist denn das für ein Event? Okay wir müssen nochmal einen Plünderer erstellen Hier unten 91 ist ganz okay Hier habe ich 50 Hier oben habe ich 57 73,94 Das heißt Wir werden Wir werden erstmal hier oben erstellen Oder hier ist noch Platz Jetzt habe ich hier oben Oh ich kann hier noch eine Spezialisierung anwählen Ganz vergessen hier Ne Ah dafür muss da erst wieder das Upgrade gemacht werden Verdammt Ich habe hier leider nur die zwei Stadtwachen mit dabei Was ein bisschen doof ist Hey Spiel Du machst Sachen hier 29 Kann ich mir noch Ich kann mir noch eine Stammesarmee aufstellen Theoretisch könnte man das Frage ist ob es praktisch sinnvoll ist Ach das waren zwei die ich jetzt bekommen habe Ich habe zwei bekommen Na dann Werden wir Euch mal hier rausbringen 69 Ich würde die Miliz noch mitnehmen Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Weil wir dadurch ja auch noch, wir haben ja auch noch die Miliz dann mit dabei, wenn ich nicht. Plünderschar, Plünderschar, genau. Wir haben Stadtmiliz mal 4, Stufe 3 ist sie auch noch in Korinth. Ich habe halt wieder nirgends die Palisaden. So, dann bringen wir hier nach Olympia rein, zur Sicherheit. Was für ein Event-Spiel. Das ist ja Wahnsinn, ich speier mal ab hier. Das ist... Also die Hassgegner sind nicht die anderen Mitspieler hier auf der Karte. Die Hassgegner sind hier immer die Barbaren. Ich will mal an, wie viel Fisch hier oben ist. Da hast du kein Nahrungsproblem mehr. So, wir müssen ein bisschen auf den Goldjungen aufpassen. Damit uns der nicht abhanden kommt. Während der hier herumläuft. Okay, also die greifen uns an. Wir haben die Japaner getroffen. Äh, Ephesus ist angegriffen worden. Alter, mit einem Schlag hat der die Palisade zerlegt. Okay, wir haben... Zumindest hier unten... Ist hier noch irgendwo... Ah, hier oben sind noch Barbaren. Wir werden uns mal um die Barbaren hier kümmern. Dann sind die gleich mal weg. Aber wir müssen oben anscheinend unseren Vasallen zu Hilfe kommen. Hier oben in Ephesus. Weil hier noch zwei Einheiten sind. Das heißt, wir gehen mit euch hier rüber. Hier oben die 44. Ich glaube, dass wir die schon... Ah, unentschieden steht hier wieder mit dabei. Keine Ahnung wieso. So, die Barbaren hier sind weg. Das ist schon mal gut. Texcoco wird belagert. Jetzt, wenn Texcoco eingenommen werden würde von Barbaren, ist dann die Frage, ob wir das dann uns holen könnten. Hey Don, einen wunderschönen Mittag. Hallo. Nach drei Semestern habe ich zum ersten Mal eine Abgabe nicht bestanden. Was heißt, eine Abgabe nicht bestanden? Eine Klausur oder eine Prüfung? Oder musstest du eine... Musstest du was Schriftliches abgeben? So, ein besonders geschickter Steinmetz ist hier oben. Wir bekommen entweder Kunstpunkte oder Ingenieurspunkte. Wir holen uns die Ingenieurspunkte. So, wir könnten jetzt die Stadt wieder erweitern. Zum Beispiel hier in Hispalis. Da würde sich ja so Plantagen vielleicht sogar anbieten hier außenrum. Die öffentlichen Verbesserungen bekommt man halt nur die öffentlichen Verbesserungen auch. Also nur die Verbesserungspunkte. Wir machen mal Hispalis. Das heißt, wir können die spezialisieren auf... Wir gucken mal Nahrung. Holzfäller bringt nichts. Bergbau bringt auch nichts. Küstenstadt auch nichts. Das Einzige, was hier ist, ist Nahrung plus vier. Aber das ist okay. Okay. So, wir werden hier oben... Hier ist ja die Plantage schon gebaut. Wir bauen jetzt hier oben noch den Weber. Den kann man auch wirklich nur im flachen Terrain bauen, hier oben. Das heißt, Korinth hat jetzt Weberei mit dabei. Stellt Stoffe her. Und zwar aus zweimal der Baumwolle, genau. Ich weiß noch nicht so ganz, für was diese Stoffe jetzt genutzt werden. Für Vermögen anscheinend. Aber mehr auch noch nicht. Hausarbeit. Ah, okay. Achso, du hast sie ja noch nicht... Achso, du schaffst es jetzt quasi nicht mehr in zwei Tagen, die abzugeben. Die wurde noch nicht bewertet jetzt. Ah, okay. 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 Es gibt quasi dann die Möglichkeit, da nochmal nachzukorrigieren, wenn ich dich richtig verstehe. Habt ihr wahrscheinlich wieder so lange aufgeschoben jetzt hier, ne? Ich kenn das doch. Bis zur letzten Woche und dann schnell, schnell. Jetzt aber fertig werden hier mit dem ganzen Zeug. Ich kenn das doch. So, wir bleiben mal mit der Einheit hier in Korinth hier oben. Vielleicht greifen die Barbaren nochmal an. Du hier unten bleibst stehen. Die Einheit bleibt hier oben stehen. Ist hier nur eine Einheit drin? Da könnte man vielleicht mal gucken. Ja, geht leider nicht. Dass man hier nochmal eine Einheit rausholt. Aber zumindest hier in Olympia sind wir durch. Dann geht ihr nach Byzanz. Hier in Rom sind wir fast durch. Ja, dann konnten wir die schon ganz gut abwehren. Jetzt hier die Barbaren. Das passt. So, der gute Goldmensch geht mal hier über die Hügel. Olympia wird erstmal bewacht. Und dann schauen wir uns mal an, was die hier im Westen machen. Bei Ephesus. Jetzt zweimal angreifen wird schwierig wahrscheinlich. Aber, oh, da sind ja auch nochmal zwei Einheiten. Eine Allianz mit Spanien. Ich würde mal akzeptieren, nachdem wir ja die Azteken jetzt hier die Allianz gekündigt haben. Also, wir haben das hier ganz gut abgewehrt. Da sehe ich keine feindlichen Einheiten mehr. Und die hier oben haben wir auch ganz gut abgewehrt. Sehr schön. So, wir treffen mal wieder auf Barbaren. Und zwar nicht zu knapp drei Stück gleich. Wir gehen zurück nach Rom. Da sind noch 15 Einheiten. Zwei Monate habt ihr dran geschrieben. Eieiei. Ein Drittel der Zeit mit technischen Problemen. Okay. Und wie lange habt ihr dann jetzt nochmal Zeit für so ein Nachdings? Wie heißt das? Nach. Nachversuch. Wie lange hat man da dann Zeit? So, ihr bleibt hier stehen. Das passt. Ephesus bleibt bestehen. Wir könnten einen Anführer wählen. Den Speerträger würde ich auch mal sagen. Der Speerträger hat aktuell elf Angriffspunkte. Und der Anführer auch. Okay. So, wir haben jetzt 21 Punkte noch. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal hier, wie besprochen, in Lehm investieren. Es war ja so, dass der Brennofen ein Lehm umwandelt. In Backsteine. Und die Lehmgrube produziert. Wie viel produziert die denn? Ein Lehm. Das heißt, wir brauchen quasi eins zu eins jetzt. Das heißt, wir machen einmal Lehm hier vorne. Und setzen uns einen Alarm auf den Brennofen hier. Zwei Monate dann nochmal. Ah, okay. Oh Gott. Das hört sich richtig vielversprechend an hier. Sehr schön. Dann hoffe ich mal, dass ihr das irgendwie hinbekommt. In den nächsten zwei Monaten. Und dass euch natürlich der Prof dann auch hier die zwei Monate gibt. Oh, wir haben eine Information. Bogenschützenplünder. Die Plünderscharen von Rom bekämpfen ihre Gegner immer mit Schwertern und Keulen. Vielleicht können sie durch die Ausbildung mit Pfeil und Bogen die Verteidigungsiedungen noch besser überfallen. So, wird freigeschaltet. So, wird freigeschaltet. Plündernde Bogenschützen. Oder wir holen uns 450 Gold. Nehmen die mal mit. Ach, jetzt will das Aztekenreich auch wieder die Allianz. Wahrscheinlich, weil so viele Barbaren herumlaufen. Gut, das heißt, wir bringen dich hier rein. Dann wirst du hier mal nach Gold suchen. In Byzanz. So, die Frage ist, diese plündernden Dinger hier. Wie bekomme ich denn diese plündernden Dinger? Kundschaftersucher. Diese plündernden Bogenschützen. Wie kriege ich die? Oh, uns fehlt hier. Wir müssen hier erstmal noch Häuser planen, Leute. Wir brauchen hier erstmal noch Behausungen. Damit die Leute hier zufrieden sind in Rom. Meine Güte, ist Rom jetzt schon gewachsen hier. In der Kultur, meinst du? Speerträger und Armbrust. Ne. Müsste eigentlich hier irgendwas sein. Speerträger. Ich hätte eigentlich gedacht, hier über die Plünderer. Wir können ja mal gucken, wenn wir einen Plünderer erstellen. Wir speichern mal ab, was dabei rauskommt. Was dabei rauskommt. Wo können wir den einen gebrauchen? Hier oben ist schon komplett. Wo wäre denn noch eine Armee? Sind auch alle komplett hier unten. Dann erstellen wir mal hier bei Byzanz noch eine neue Armee. Also wir gucken mal, ob da jetzt ein Dings rauskommt. Ne. Kann man das nochmal nachlesen? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier irgendwie eine Verbesserung bekommen habe. Oder haben die einfach nur so einen Bonus jetzt vielleicht? Dass sie besser angreifen. Angriff 12. Es steht in den Modifikatoren aber auch nichts mit dabei. Ich habe so eine Innovation jetzt bekommen. So ein Event. Und entweder ich hätte jetzt 450 Gold bekommen. Oder diese Option. So habe ich es zumindest verstanden. Dass die Plünderer-Schar irgendwie jetzt mit Bogenschützen angreifen. Oder so. Aber vielleicht ist das wirklich nur als Modifikator hier irgendwie mit dabei. Weiß es nicht. Na gut. Aber es passt schon. Wird schon irgendwo berechnet werden. So wir brauchen hier oben noch Verstärkung Leute. Wir werden euch mal hier rüber bringen. Weil hier zwei Armeen noch stehen. Guckt einmal den. Guckt einmal die Kundschaft an. Eins, zwei, drei, vier, fünf Barbaneinheiten. Wir lagern den. Der arme Kerl hier. Wir könnten ihn zurückrufen. Wir haben sehr viele Erkundungspunkte. Ich kann mir lauter Goldminen jetzt anlegen. Oder wie? Weil ich so viele Erkundungspunkte habe. Aber ich habe leider keine Hügel mehr. Ich hätte irgendwo. Hier ist noch ein Hügel. Da könnte man noch Gold anlegen. Hier ist noch ein Hügel. Aber das war es dann. Ich glaube, ich erstelle mir nochmal einen Sucher. Pionier. Öffentliche Verbesserung. Ein Pionier. Hm. Ich habe mir überlegt, ob wir hier einen Pionier mit einem Außenposten reinsetzen. Aber ich hätte auch ganz gern mal Ephesus jetzt hier irgendwann mal integriert. Oder hier vorne in den Außenposten. Wäre auch nicht schlecht hier. Der ganzen Kohle. Im Baumenü einfach Plünder oder Bogenschützen bauen. In welchem Baumenü? Meinst du im Stadtbaumenü? Byzanz kann ich überhaupt keine Einheiten mehr bauen. Hä? Wieso sind die Einheiten jetzt weg? Ach, da ist Filter eingeschaltet. Komischerweise. Ah, guter Punkt. Dankeschön. Tyrannus Brutalus. Plündernde Bogenschützen sind hier drin. Für acht Runden. Das sind jetzt Angriff 15 haben die. Aber die kosten uns Unterhalt dann, ne? In dem Fall jetzt. Plünderer die Städte aus sicherer Distanz angreifen und dann die Überreste plündern. Also es hört sich für mich ein bisschen so nach Belagerungseinheiten, frühe Belagerungseinheiten. Hier noch die Armbrust schützen. Also 17 Runden ist schon heftig hier. Na gut. Also wir werden jetzt mal einen Sucher erstellen. und zwar der Sucher wird in Byzanz hier oben erstellt, oder? Wir müssen ein bisschen aufpassen wegen der Truppen, dass wir den nicht zu früh hochschicken jetzt. Und ich würde mal unseren, wo ist er denn? Unseren Kundschafter hier aus der misslichen Lage befreien. Und zurückrufen. Kostet mich fünf Punkte. So, dann kann der nämlich wieder neu, frisch starten. Und zwar vielleicht irgendwo hier drüben. So, ihr bleibt jetzt erstmal hier stehen. Wobei, wir gehen mal nach vorne, weil hier noch die 15 Einheiten sind. Die 15 Barbareneinheiten. So, ihr bleibt hier stehen. Kann denn der, wenn ich jetzt dich hier hochschicke? Ah, der kann das direkt machen. Perfekt. Einmal Gold für Korinth. Wunderbar. So, Rom. Ich gucke auch immer eher auf die Gebäude. Dass ich die Gebäude baue, anstatt, dass ich mal wieder hier ein bisschen Truppen aufbaue. Komm, wir können uns mal den plündernden Bogenschützen. Und das nächste wäre dann wahrscheinlich Nahrung. Ja, Nahrung wäre ganz gut. In Rom. Also erst den Bogenschützen, dann den Konzspeicher. Ein bisschen Sound aussetze. Habt ihr die auch? Oder liegt das an meinem Bluetooth? Offene Grenzen abgelehnt. Deutschland. Hier oben den Barbarenangriff abgewehrt. Perfekt. Das heißt, wir bringen euch hier rüber. Damit sollte wieder ein bisschen Ruhe einkehren. Einmal durch die Barbaren hier. Habt ihr auch Aussetzer aktuell? Sound-Aussetzer? Dass ihr so stockt? Oder liegt das an meinen Kopfhörern? Hört sich sehr seltsam an hier. So, Byzanz. Stehen die Truppen bereit? Das passt. Dann wird unser Kundschaft, dass ich mal auf den Weg nach Osten machen. Ich würde interessieren, ob hier immer noch belagert wird. Weil hier immer noch steht, dass es belagert wird. Wir müssen mal gucken, was mit Texcoco aktuell Base ist. Oh, hier oben zweimal Gold. Alles in Ordnung. Okay. Ah, neue Regierungsform. Guter Punkt. Dankeschön für den Hinweis. Aber das würde ich ja nur über die friedliche Revolution machen, oder? Wir erstellen ja wieder Chaos dadurch, Mensch. Oh Mann. Sollen wir das wirklich machen? Ich habe bisher die blutige Revolution noch nie gemacht. Ah. Dann bekomme ich wieder so ein blödes Chaos-Event. Ich habe jetzt aktuell wie viel? Null. Plus sechs. 30 habe ich aktuell. Ja, komm, wir machen das mal. So, also. Revolution wird blutig sein. Plus 20. Kaiser-Dynastie oder Königreich? Eine Kaiser-Dynastie. Stärkung der Hauptstädte. Stärkung des Heimatlandes. Nahrung, Wohnraum, Hygiene. Regionslevel erhöht. Das hört sich schon mal ganz gut an. Oder das Königreich. Domänen, Kraftkosten für Gesandte, für Siedler. Brauchen wir alles nicht. Basale. Generiert Vermögen durch Basallen. Forschung, Wissen. Basal. Okay. Wir nehmen die Kaiser-Dynastie. So, schaltet die Domänen-Kraft Palast erbauen frei. Erhöht das Maximum für die Domänen-Erfahrungspunkte auf 200. Und das Maximum der Verbesserungspunkte auch auf 200. Okay, wir sind bisher noch nicht ans Maximum gekommen hier. So, ich habe jetzt 18 Punkte. Wir brauchen noch 19 Punkte für den Brennofen. Mensch, verdammt. Momentan wird ja ein Dings zu viel gemacht, oder? Ein zusätzlicher Leben. Ja, genau. Gut. So, wir könnten euch noch verprügeln. Ich würde halt gerne... Wir gucken mal hier oben von Olympia runter nach Texcoco. Was hier los ist. Ah, guck. Da sind jetzt hier die Elite-Barbaren. Ja, wenn ihr halt mal Texcoco einnehmen würdet, wäre mir schon sehr geholfen hier. Wir können ja mal beobachten, was hier passiert. Und währenddessen die Barbaren hier verprügeln. Ich glaube, wir nehmen überhaupt keinen Schaden durch diesen Angriff. Weil die gar nicht zum Zug kommen. So, in Rom ist der Plünder der Bogenschütze erstellt worden. Kann der noch irgendwo untergebracht werden? Hatte ich nicht eine neue Armee geplant? Na gut, dann wird das die neue Armee hier in Rom. Rom bräuchte noch ein bisschen mehr Nahrung. Aber da sind wir mit dem Kornspeicher-Upgrade ja ganz gut mit dabei. so 2,3 Kultur. Die Frage ist, wenn wir jetzt nochmal eine Region übernehmen würden, ob wir dann wieder bei der Kultur nach hinten fallen. Aber Kultur ist bei uns wirklich sehr, sehr schlecht. Korinth im Norden. Korinth im Norden. 200 Nahrung. Wir haben vier Bevölkerung. Korinth im Norden. Lieberei, Weide, Land. Was könnte denn man hier noch brauchen? Also Lager brauchen wir hier erstmal nicht. Vielleicht, dass wir ja auch nochmal in den Tempel gehen. zehn Runden, um nochmal die Kultur zu erhöhen. Hätte ich ja schon Lust darauf. Habe einen wunderschönen Mittag. Das Arbeiterlager gibt uns Produktion. Wir machen mal den Tempel. Kann man das Spiel kaufen, trotz der Bewertungen auf Steam? Meiner Meinung nach ja, weil es ein tolles Spiel ist. Ich fühle mich ein bisschen wieder wie zurückversetzt, wie bei Imperator Rome, wo ich auch Imperator Rome immer sehr gelobt habe und die Bewertungen in die miesen gingen. Aber mir macht das Spiel sehr viel Spaß. Mehr Spaß wie Civilization 6. weil du sehr viel machen kannst und auch sehr unterschiedlich spielen kannst. Viele negative Bewertungen kommen aufgrund des Multiplayers, weil der fehlt aktuell noch. Also wenn dir Multiplayer wichtig ist, dann vielleicht hier mal aufpassen und noch abwarten, bis der nachgepatcht wird. Wenn dir Multiplayer nicht so wichtig ist und du eine Alternative für zum Beispiel Old World oder auch Civilization suchst, ich glaube, dann kann man auch ganz gut zugreifen. Hier. Gut, das ging aber jetzt schnell, Habe. Die Überzeugung. Das ging jetzt aber schnell hier. Ah, guck. Greifen doch noch an hier. Ablehnen für euch. Regenwald entdeckt. Ja, gut. Also wir wurden hier vorne leicht angegriffen. Werden dich mal angreifen. Die sehen jetzt auch nicht so stark mehr aus, die Elite Barbaren. Das geht schon. So, und dann ziehen wir uns nämlich wieder ein bisschen zurück und das Dings hier unten, das können wir ja dann später uns noch holen. Wir haben jetzt 24 Punkte. Das heißt, wir werden jetzt hier oben in den Brennofen investieren und der wird hierher gebaut. Und damit müssten wir hier den Output verbessern. Plus 2, ja. Gut, das heißt für uns, wir bekommen noch mal mehr Produktion und mehr Verbesserungspunkte. Plus 7 mittlerweile schon. Das Spiel ist nichts für Perfektionisten. Man hat 10 Möglichkeiten, muss sich aber auf 3 beschränken. Ist aber für Strategen geil, weil man wirklich bedeutende Entscheidungen treffen muss. Es macht halt, ich finde, Widerspiel Wert macht das schon viel her. Weil je nachdem, wo du dann irgendwie deine Städte hast, musst du dich wieder auf andere Produktionswege einstellen. Und das ist schon, das macht das Spiel schon ganz gut eigentlich. Es ist jetzt natürlich nicht so komplex wie ein Civ. Auch nicht so wie Old World zum Beispiel. Aber so ein schönes Feierabendspiel, ich glaube, das ist schon kein Problem. Das ist schon, das kann man schon machen hier. So, Tex Koko hat hier anscheinend erfolgreich abgewehrt. Leider. Wir ziehen uns wieder zurück nach Olympia. Schade. Wir haben eine inaktive Region und zwar Byzanz in der Mitte. Byzanz hat aktuell noch gar keine Verbesserung hier drin. Byzanz hat 160 Nahrung 5 Leute. Tempel 9. Ich gehe mal komplett jetzt auf die Kultur, um die mal ein bisschen zu pushen. Ich hätte nämlich gern Ephesus integriert. Ich hätte sehr gern Ephesus integriert. so, wir brauchen 30 Punkte. Wir bräuchten eigentlich glaube ich 60 Punkte für die Integrierung und dann hier die ersten 30 für die plus 1 Nahrung für 30 ist ja Wahnsinn. Das ist ja nix. Durch die verschiedenen Zeitalter kommt auch nochmal wieder Spielwert. Eine zweite Stadt in Rom geht aktuell noch nicht. Wir haben jetzt hier 1 von 1. Wenn ich das richtig sehe. Wir können mal gucken. Wir können Stadt erweitern. Ich habe glaube ich nur hier oben eine Stadt. Hier ist noch keine in Byzanz. Oder kann ich hier nochmal eine Stadt erweitern dann? Ne. Hat das maximale Level. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja hier das Grasland muss ja noch verbessert werden. Hier, Mann, Mann, Mann. Sieht man auch immer so schlecht, ob da jetzt was kaputt ist oder nicht. God kommt gerade Imperator Row mit allen DLCs für 6, 79 raus. Nur mal so erwähnt. Ja, kann man sich ganz ohne Probleme auch mal gönnen dann. Für 7 Euro geschenkt. Du meinst, das Spiel bleibt hinter Old World, was strategische Tiefe angeht. Old World ist auch ein bisschen anders ausgerichtet durch die ganzen Charaktere, die es dort gibt. Bis du in Old World mal 71 Runden erreicht hast, China erklärt Feindseligkeit, bis du in Old World Runde 71 erreicht hast, vergehen wahrscheinlich 20 Stunden oder so. Weil es einen anderen Fokus hat. Also hier geht es eher darum, dass du die Regionen oder Bezirke, die du dir aufbaust, entsprechend dann so aufbaust, dass die ineinander greifen, dass du die logisch aufbaust und das ist halt in Old World eher weniger gegeben. sind die DLCs essentiell bei Imperator Rome nicht wenn du einfach nur mal so spielen willst. die Imperator Rome DLCs die kümmert sich ja immer um entsprechende Regionen und wenn du die bestehenden im Grundspiel bestehenden Regionen schon alle quasi durchgespielt hast, dann kannst du die DLCs kaufen so würde ich das machen so du hier unten hat er nur 20 hier unten ist halt nichts ja komm wir gehen gleich mal runter schauen uns mal die 20 an jetzt hat uns uns jetzt hier jetzt eigentlich wo ist denn China es ist hier direkt neben uns hier hier bist du so feindlich weil ich hier meine Einheit stehen habe bin auch nur an der Durchreise also man kann es auch übertreiben hier so wir haben die Pferde erschlossen Cavalry Einheit ist möglich wir haben eine erhöhte Geschwindigkeit mit der sich das Territorium ausbreitet und wir haben nochmal zweimal 20 Kriegspunkte bekommen nächster Schritt Verhütung Barren Werkzeuge ich weiß noch nicht wo ich die Barren her bekomme Kupfer und Eisen ich glaube Barren habe ich irgendwo Eisen oder sowas ich habe ja ich habe nur Kohle aber hier vorne ist Eisen ok also aber noch nicht bei uns im Territorium oh doch hier oben verdammt jetzt ist hier oben Eisen Korinth aber Korinth ist ja unsere Stadt für den Weber genau mit der Invictus Mod und Imperator Rome an sich kann man jetzt auch nicht so viel falsch machen ich habe bisher mit der Invictus Mod noch nicht gespielt weil wir mit dem anderen Durchgang noch ohne gespielt haben aber der nächste Imperator Rome wird auf alle Fälle mit der Invictus Mod im Stream gespielt Millenia setzt also einen anderen Fokus wie Old World ist es an sich nicht Casual Liga wie Old World ich würde schon sagen dass es ein bisschen Casual Liga ist aber es hat trotzdem seinen Anspruch durch dieses Arrangieren dass man hier einplanen muss wie quasi wie du am besten deine Städte und Bezirke aufbaust so schriftgelehrter wissen noch mal papier umwandeln bauen der pult verteidigung die künste Infrastruktur ich glaube wir holen uns mal die Infrastruktur dann könnte man aus Mehl nämlich auch Brot erstellen hier Milenia legt in Zeit 4 bis 5 erst richtig los das habe ich schon gehört ja es gibt die Möglichkeit Minen Steinbrüche zu bauen und ich glaube eine Mine gibt immer auch Kupfer und das kannst du zu Barren schmelzen also zumindest Eisen muss anscheinend gefunden werden dann vielleicht ist es so dass Kupfer immer automatisch mit dabei ist weil Kupfer habe ich bisher noch nicht gesehen so er greift uns hier an das ist aber erstmal okay hier drüben ist mal wieder der Kundschafter in Bedrängnis dann ihr habt euch hier gut gewehrt weiß ich hat er hier nochmal wir bleiben mal stehen beziehungsweise gehen mal in den Wald vielleicht gibt uns das auch nochmal Bonus wenn wir hier im Wald stehen bleiben normale Mine einmal Kupfer Mine aus Eisen zwei Eisen also ein Erz mehr okay gut zu wissen so wir gehen mal nach Süden hier hat er ja aber nochmal achso hier wird auch nochmal angegriffen wenn wir mal ganz kurz gucken wenn wir dich angreifen Sieg 100 Prozent und leichter Schaden würde ich jetzt ehrlicherweise auf mich nehmen er 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 hatte nur eine Einheit hier stehen das war ganz okay 20 Produktion auf Korinth hört sich richtig gut an oder einen Langschwert Kämpfer und dann oh Gott wir sind ja schon wieder hier eieieieiei Chaos kommt schon wieder wir holen uns die Produktion auf Korinth und Korinth hat jetzt hier oben was produziert oh der Tempel sehr schön für die Kultur können wir auch nochmal beschleunigen ich will davon absehen weil wir jetzt 450 Gold haben und wir haben aber schon 134 Chaos angesammelt 34 Prozentige Chance anscheinend dass hier ein Chaos Event demnächst stattfindet eieieiei und bei der Innovation geht irgendwie gar nichts vorne weg so greift er uns nochmal an offene Grenzen ablehnen ablehnen ich würde gerne hier hochgehen aber jetzt ist hier wieder dieser blöde Barbar unterwegs so also wir sind hier ganz gut rausgekommen aus dieser Sache wir ziehen uns mal zurück nach Hause gehen wir wir gehen mit unserem kundschaften noch nach nordosten und der tempel ist abgeschlossen das heißt wir sind jetzt bei plus drei kultur also ziemlich geil also das ist jetzt das hat sich jetzt wieder ganz gut gedreht würde sich halt wahrscheinlich auch gleich wieder ändern wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine neue Stadt integrieren so wir könnten den siedler erstellen einen palast erbauen erbaut einen palast den mittelpunkt der kaiser dynastie regierung es kann nur einen palast pro nation geben was macht der plus kostet uns 20 regierungsep aber was bringt der mir brauche ich den für diese kaiser dynastie regions level erhöhen ich würde den schon ganz gern mal bauen achso den kann ich wo direkt in Rom natürlich da hinten steht er da ist er keine ahnung was er uns jetzt gebracht hat wir gucken mal ob der hier irgendwo auftaucht nein da ist er vier unruhe unterdrückung drei regierungsep und vier einfluss doch ganz gut ganz gut ist der einstieg in millennia auch für anfänger in 4x geeignet frage für ein freund ja aber du musst halt auch ein bisschen lesen das wird dir nicht erspart bleiben also wenn du grundsätzlich interesse an so 4x spielen hast ich denke mal dann bist du auch bereit da ein bisschen zeit in das lesen zu investieren und ja das wenn du machst es gibt so anleitungsbildschirme und du kommst relativ flott rein auch also das geht schon also das ist relativ übersichtlich am anfang ja zeeisen sind anfangs nicht gut da man erst spät in der produktion punkte bekommt da ist steinbruch steinmetz besser ok wir haben sehr viele punkte hier wir gucken mal wo jetzt noch verbesserungen also wir könnten jetzt hier oben den flachs oder den die trauben abbauen bringt uns momentan noch nicht so ganz so viel weil wir die trauben noch nicht rüberschicken können nach byzans wir könnten den marmor abbauen dafür brauchen wir einen steinbruch der steinbruch die kann ich noch gar nicht bauen muss ich eigentlich schon wir brauchen hygiene wir brauchen demnächst hier auch die müllgrube habe ich das noch nicht freigeschaltet diesen steinbruch bergbau ich habe den bergbau noch nicht zwei runden momentan infrastruktur ok merkt euch nach der infrastruktur der steinbruch so zwischendurch man könnte jetzt hier oben in korinth noch eine plantage machen oder wir gehen hier auch mal auf das Eisen aber das Eisen geht ja wieder nicht dafür brauche ich bergwerk ich habe das ja noch nicht oder wir machen was in Rom hier unten die Müllgrube gibt uns vier Hygienepunkte also wenn wir dann noch mal warten könnten wir hier in Rom schon mal vorsorgen mit der Müllgrube hier hier auf der anderen Seite ist halt Verschwendung pro Runde also Plantage ist da Plantage ist da Weideland ist da wir könnten halt hier oben die Mühle versetzen weil wir jetzt Platz haben und statt der Mühle jetzt dann mal den Flax abbauen zweimal Flax und der Flax der muss dann gepresst werden oder was ja ich glaube so machen wir das ich werde mal die Mühle woanders hinsetzen hierher setzen und für den Flax hier oben brauche ich eine Plantage 15 Punkte gut so Korinth was mache ich mit dir jetzt liebes Korinth Kavallerie Plündernde Bogenschützen könnte man alles gebrauchen hier nehmen mal die Kavallerie 21 Angriff wir bauen uns mal eine Kavallerie Einheit einfach weil wir es können Staatsstreich die Revolution mit der die Herrscher von Rom an die Macht gekommen sind hat die Straßen rot gefärbt das gemeine Volk hat sich gegen die Macht haben ausgesprochen und es gab einen Militärputsch was tun wenn wir das annehmen dann haben wir Schwächung auf regionale Hauptstadt Ziele 50% regionale Effizienz für drei Runden würde ich ehrlicherweise in Kauf nehmen statt den 450 wir gucken mal wie sich das auswirkt Rom kann ich das irgendwo erkennen hier 50% reduzierte regionale Effizienz also das sieht immer noch ganz okay aus oder und das ist auch anscheinend nur in der Hauptstadt richtig das ist überall aber ist eigentlich ganz okay hier das war jetzt nicht so dramatisch so jetzt bauen wir hier oben den Flachs ab Plantage achso ich muss ich das zuerst abreißen bauen man die Plantage hier oben kann ich den das abreißen zerstören man bekommt sogar 25 punkte nochmal 25 prozent nochmal zurück das war jetzt relativ harmlos wobei die jetzt hier plötzlich die Hygiene haben wollen warum auch immer sind wir jetzt nochmal gewachsen oder was war das Problem mit dem abreißen wieso wird jetzt plötzlich die Hygiene gefordert na gut also dann haben wir jetzt hier oben in Rom Flax wir bekommen auch nochmal Nahrung die Mühle produziert das Mehl das ist okay und das nächste was wir dann machen ist wir bauen nochmal Plantage aber wir brauchen auch eine Presse das heißt wir bauen zuerst die Presse und dann noch die Plantage ja schon aber ich glaube nicht wir sind ja jetzt nicht gewachsen deswegen wundert mich das dass wir jetzt plötzlich diese Hygiene brauchen keine Ahnung so du ziehst nach Osten vorbei am Bavar hier zieht zurück nach Hause so und Rom hat denn Rom auch Gebäude die zum Beispiel für Hygiene suchen hier Ah das Aquädukt muss aber erst durch die Infrastruktur freigeschaltet werden wäre vielleicht ganz gut könnte man sich einen Platz dann sparen so was wir uns jetzt holen ist aber auf alle Fälle ein Lager 12 Runden echt jetzt ein Lager hier unten damit wir den Wein hoch bringen können ich glaube so hat es nämlich funktioniert das Lager ein Slot für heimische Exporte ist das genau aber 12 Runden ist schon sehr lange hier da hole ich mir lieber noch mal die Aufwertung für das Monument hier Mensch wir machen mal das Lager in weiser Voraussicht ach das kommt jetzt mit der Effizienz mit dem Ereignis deswegen guter Punkt ja ok dann hoffen wir mal dass wir hier einigermaßen durchkommen Unruhe Level 1 jetzt schon ja wir müssen schnellstmöglich nach Hause wir haben hier jetzt die ersten plündernden Bogenschützen können wir die noch irgendwo unterbringen gehen die bleibt mal hier stehen bis die anderen zu hause sind aber bisher läuft ganz ordentlich oder also ich habe ehrlicherweise wesentlich schlimmere dinge erwartet hier was ist hier für ein Geldbeutel Symbol plus 5 Vermögen Basis Einsatzwert ok hier gibt es die Kohle hier oben in Korinth oh wir verlieren wieder Kultur Mensch weil ah wahrscheinlich wieder wegen dem Event auch verdammt so kurz vor knapp so kurz vor knapp verliert ihr ich habe Kriegsführung 138 Punkte ok ok was können wir denn machen wir können uns noch eine Armee erstellen hier in Rom Pründere Armee so die sorgt dafür dass vielleicht hier nochmal genau die Unruhe zurück geht Ingenieurskunst öffentliche Verbesserung ja wir holen uns nochmal Punkte und investieren die Frage soll wir jetzt noch in die Müllgrube investieren oder nicht hier wir könnten jetzt in einem also wir brauchen ja die Hygiene sowieso über kurz oder lang deswegen würde ich das mal machen hier ins letzte Eck hier unten das hier ist die Müllgrube da wohnen sogar leute ihr bleibt hier stehen das passt ihr kommt zurück nach hause so jetzt habe ich wieder noch eine einheit üblich naja das passt schon alles gut ist halt schweineteuer diese diese Müllkippe hier aber das passt schon so jetzt gucken wir mal ganz kurz wir haben hier die leute hier habe eigentlich alle städte jetzt besetzt oder wir könnten hier nach hispalis noch jemanden hochsetzen ihr kommt hier nach Rom werdet euch heilen oh sieht gut aus gefällt mir erkundung kann ich aktuell wieder einen sucher erstellen wir pflastern alles mit gold voll so wir sind bei der kultur jetzt auch wieder gut aufgestellt anscheinend ist das ereignis jetzt vorbei Rom sieht fantastisch aus viruserkrankung momentan krisenseuchenaufladung ist größer oder gleich 20 aktuell 6 aber sieht gut aus das sieht sehr gut aus ok liebe leute es ist schon halb 2 ich habe komplett die zeit jetzt hier vergessen ich gucke mal eben ob noch jemand da ist der hier da kommt der ranger zum beispiel great so ich schicke euch mal zum ranger rüber für mich ist heute schluss morgen vormittag spielen wir was neues auf live and land inklusive kleinen giveaway zwei keys werden vergeben dieses survival aufbau spiels und vielleicht dass wir dann mit millennia am montag vormittag noch ein bisschen weiter spielen ich hätte auf alle fälle bock und ja dass wir mit dem durchgang auch weiter machen weil das läuft jetzt das ist echt ziemlich cool momentan und ja dann sehen wir uns wenn er mögt morgen vormittag ich würde mich freuen wenn der ein oder andere morgen einschaltet und vorbeischaut vielen dank fürs dabei sein ich wünsche euch jetzt einen schönen samstag ein schönes langes wochenende wenn wir uns nicht mehr sehen guckt gerne auch noch auf dem youtube kanal vorbei gerne auch noch einen follow da lassen auf dem kanal und wenn er den kanal auch noch richtig tolle unterstützen wollt dann guckt gerne auch auf patreon vorbei in diesem sinne ich pack noch mal ganz kurz zum abschluss bevor der raid automatisch jetzt rüber geht pack ich noch ganz schnell jetzt hier die musik aus viel spaß und wir sehen uns macht's gut zum 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 zu